Ja, danke, ist fertig. Vielen Dank. 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 ... ... ... ... ... ... ...... 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 ......... ......... ...... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ...... 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 ......... ...... ...... ...... ...... ......... ......... ...... 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 ......... ...... 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 ......... Hi. Alles klar? Ja. Abwandern. Genau. Ähm, Donnerstag kann man so sein, glaube ich. Im Auslauf. Diese Woche auch schon. Im CSU-Attektierten-Teditorium. Genau. Du willst doch einfach nur nochmal einen ganzen Zweifel machen. Ja, ja. Den 877-Brenzen. Du willst einfach mit deinem Text mal wählen in Bayern. Ja, ja. Das geht nicht. Das ist damit. Deswegen kauft man schon mein Haus. Ja, ja. Ich zieh dann wieder zurück. Danke. 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 ... Heidenheim Stadion. Aber Heidenheim-Beutrahe. Und Heidenheim Koldthaus. Vielen Dank. 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 Ja, ich weiß, Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Thomas, wo bist du? Thomas Rieck, bitte. Thomas Rieck, die 3-4. Thomas Rieck, bitte die 3-4. Danke sehr. Thomas Rieck, bitte. 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 Vielen Dank. 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 Wir haben nicht mal so Mühe gehabt, mal ein Modell dafür vielleicht mal vorzuschlagen, zumindest in irgendwelchen rudimentären Ansätzen. Und alle anderen Parteien können sowas, wir können das nicht. Arbeitsgruppen. Es gibt eine Arbeitsgruppe, die hat sich damit beschäftigt. Die AG Sozialpiraten. Die hat dann gesagt, nachdem sie sich nach Chemnitz dann Jahre lang mit beschäftigt hat, wir sind noch nicht so weit. Wir wollen keinen Antrag stellen. Wir überfordern damit die Partei. Wir machen das noch nicht. Was passiert? Einer aus der Gruppe geht hin und sagt, ist mir scheißegal. Ich mache es trotzdem. Hat das so geführt, also wir haben nachher die Leute gehabt, die in den Gruppen haben, wir sind die 33 Prozent. Da gehört sich noch auf dazu. Bei komplexen Themen hat man daran auch gesehen, funktioniert Basisdemokratie im Sinne nicht wirklich. Wenn man nicht auf Spezialistengruppen sich verlässt, auf AGs, die was ausgearbeitet haben, sondern wirklich nach Bauchgefühl entscheidet, werden die wenigen Leute, die sich tatsächlich mal hingesetzt haben, die Zahlen angeguckt haben, einfach von der Masse niedergestimmt. Und dabei hat man halt solche Ergebnisse. Was mich an dem Parteitag wirklich geärgert hat, war dann, dass jemand beantragt hat, wir hätten gerne geheime Abstimmung. Und leider hat sich auch keiner dafür für die GEO interessiert, die dabei gemacht wurde. Hat dazu geführt, dass die Abstimmung nicht geheim stattgefunden hatte. Ich habe mir dann an meinem Tisch für mich auch gemerkt, wer dafür gestimmt hat. Ich bin ganz ehrlich. Aber die Frage ist ja, wollen wir so Politik machen? Ich denke mal, wenn Leute meinen, sie müssten geschützt werden bei ihrer Abstimmung, dann haben sie auch ein Recht darauf, egal wie. Wir haben unter dem Schluss nicht mal selbst eine Deadline gesetzt. Und ich hätte zum Beispiel erwartet, dass man sagt, ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl haben wir ein Modell oder wir lassen es bleiben. Haben wir nicht gemacht. Wir haben gesagt, naja, also wir selbst drüber nachdenken. Ne, lass mal eine Enquete einsetzen, wenn wir denn im Bundestag sind. Und das ist auch eine Sache. Die prokrastiniere ich inhaltliche Arbeit am geschicktesten. Das war also ein Fall. Dann der Inhalt noch vielleicht. Nachdem die Enquete-Kommission dann diese ganzen Modelle ausgearbeitet hat, kommt ein bundesweiter Volksentscheid und soll darüber dann richten. Es gibt keinen bundesweiten Volksentscheid. Und schon gar nicht gibt es Volksentscheide auch auf Länderebene, die gravierend in den Haushalt eingreifen dürfen. Was nämlich passiert, wenn das erlaubt wäre, sieht man an Kalifornien, oder in Florida, was gesagt, wie die momentan gelblich dastehen. Die haben nämlich genau das Problem, dass vor 30 Jahren nämlich genau so ein Beschluss durch eine Volksabstimmung gefasst wurde, der jetzt momentan zu einem extremen Steuerminderaufkommen geführt hat. Und deswegen ist es auf guten Grund verboten. Und wir haben wie gesagt, die sind Volksentscheid auf Bundesebene noch gar nicht. Und wollen die dann auch noch auf Regeln aufbrechen, die momentan auf Länderebene nicht mal erlaubt sind. Das heißt, seitdem kann ich zumindest nicht mehr am Infostand stehen und sagen, wir sind die Partei, die, wenn wir keine Ahnung haben, einfach mal die Schnauze hält. Und wie gesagt, das Ergebnis ist, viele aktive Piraten haben die Partei schon verlassen, sind auch vielleicht nicht dabei, das zu tun. Oder haben sich einfach die Inaktivität geflüchtet, weil sie selber frustriert sind, dass sie es mit aufgebaut haben, dass sie das quasi kaputt gehen sehen. Und das ist schon sehr bezeichnend, wenn man sieht, wie viele Vorstände auch keine Lust mehr haben. Also in Berlin hat man es gesehen, der ganze Vorstand wurde komplett ausgetauscht. Im Bundesvorstand gibt es auch die ersten, die sagen, ich möchte nicht noch mal antreten. Weil bei jeder Entscheidung, die man als Vorstand trifft, dann gibt es erstmal den großen Shitstorm von den Leuten, die noch nie Verantwortung übernommen haben. Da meine ich auch ganz konkret ein paar Leute, die noch nie Verantwortung genommen haben, die auf der Menge Mr. Willi Miss ihren Senf immer ständig dazu geben müssen. Durch den TGE-Beschluss haben wir Leute dazu bekommen. Ich bin natürlich froh, wenn das neu mitgeht, aber wenn ich am Stammtisch sitze der Piraten und dann überlege, was hat sich die Piraten gegründet haben, und ich muss dann mit Leuten streiten, die dann sagen, nein, nein, also eine Urheberrechtsreform, nee, das geht ja gar nicht, dann frage ich mich, wo sitze ich hier eigentlich? Das ist mir auch schon ein paar Mal passiert. Bei der Urheberrechtsklausur, die wir dann veranstaltet haben, für ein Kernthema, das wir gehabt haben als Ründungsthema der Partei, waren zehn Leute angewiesen. Zehn Piraten haben sich gedacht, hey, das ist ein interessanteres Thema, da gehe ich hin. Und da waren beide Antragsteller von den Bundesparteitagsanträgen und haben ihre Anträge da vorgestellt. Das war eine super interessante Diskussion. Aber nur zehn Leute von zweieinhalbtausend Leuten haben das interessiert. Und da frage ich mich echt, warum? Und wenn ich dann in Berlin sehe, was sich da für Sachen momentan ereignen, dann kann ich wirklich noch mit dem Kopf schütteln. Wir haben letztens bei einer Landesmitgliederversammlung darüber abgestimmt, ob man in Liquid Feedback eine Klarnamenspflicht einführen möchte. Man hat zwar keine Zweidrittelmehrheit bekommen, es wird nicht in der Satzung gelandet, aber man hat eine Mehrheit gehabt. Und das macht mir wirklich Angst. Wir sind eine Partei, die ist angetreten für Privatsphäre, für Datenschutz, für freie Meinungsäußerung, für Anonymität. Und das wird genau da ausgehebelt. Also ein Abstimmungssystem, wo ich nicht mal mehr einen Minderheitenschutz drin habe, wo ich mich nicht mehr frei äußern kann, weil ich darauf achten muss, dass mein Arbeitgeber davon hält, wenn ich mich irgendwo zu einem Thema äußere. Das ist keine freie Abstimmung mehr. Das hat schon fast totalitäre Züge. Wenn man mal sieht bei der Klarnamensdebatte, wie wir uns aufgeregt haben, also in Freiburg zum Beispiel Lokal hat die badische Zeitung Klarnamenspflicht eingeführt. Wir haben uns tierisch aufgeregt mit der Pressemitteilung. Google Plus hat einen Rückzieher gemacht, als sie Klarnamenspflicht probiert haben, weil die Leute gesagt haben, das geht mal gar nicht. Und wir als Piraten fangen damit an, das geht halt wirklich nicht. Deshalb meine Bitte auch an den neuen Vorstand, der dann gewählt wird heute, und auch alle anderen, die hier momentan sind. Lasst uns gemeinsam daran arbeiten, den Umgangston in der Partei wieder zu verbessern. Lasst uns erst fundierte Meinungen zu irgendwas haben. Lasst uns erst Fakten analysieren und dann Beschlüsse fassen. Und lasst uns Piraten wieder die Piratenpartei zu der Partei machen, wie wir früher mal waren. Nämlich ehrlich, kompetent und anders. Und ich bin André Manns und ich bin Piraten. Dann übergebe ich jetzt mal unseren großen Vorsitzenden, Sebastian. Also ich bin nicht der Vorsitzende, ich habe es momentan noch nicht vor. Nur so als Hinweis, was wir jetzt erstmalig in Heidenheim haben. Wir sind gesperrte Sprache Dolmetscher. Der nicht nur für die Trauben hier in Heidenheim übersetzt, sondern natürlich auch auf dem Stream übertragen wird. Ein Parteitag ist immer eine sehr gute Möglichkeit, einen Rückblick zu gestalten. Andrea hat das angefangen. Und das ist eine Tradition, mit der ich jetzt einfach mal fortsetzen will. Wobei Tradition, kann man bei einer Partei, die es noch nicht mehr sechs Jahre gibt, überhaupt von Tradition reden. Die allererste Piratenpartei ist jetzt sechs Jahre alt. Die Piratenpartei Deutschland, fünfeinhalb. Naja, fünfeinhalb Jahre alt. Sie wurde empfangen. Ich möchte sie ein Stück weiter nach links gehen. Wurde sie 2009. Aber auf der anderen Seite, irgendwann startet eine Tradition, also haben wir jetzt eine Tradition. Das ist die Tradition am Anfang des Parteitages, einen Rückblick zu gestalten. Ich glaube, auch drei Jahre sind die meisten hier im Raum dabei. Einige jetzt vermutlich seit der Berlin war dabei. Ansonsten die meisten, wie gesagt, seit 2009. Seit dem Zugangserschwerungsgesetz, seit der Debatte um die Vorratsdatenspeicherung, seit im Endeffekt der Debatte, ob die Politik das Recht hat, die Freiheit der Menschen zu beschneiden, um ein Symbol zu setzen. Meiner Ansicht nach erzieht das nicht. Kein Symbol ist so wichtig wie die Freiheit. Und das ist etwas, für das wir immer weiter kämpfen müssen. Auch wenn wir in den letzten Jahren in der Partei viel Veränderung gesehen haben. Mitgliederwachstum von erst 1.000 auf 10.000 Piraten. Dann von 12.000 auf jetzt, ich weiß nicht, 21.580 oder so was. Oder 22.000. Ich kenne die aktuellen Zahlen nicht. Dabei eine programmatische Entwicklung, die dafür sorgt, dass manche sich in dieser Partei gar nicht mehr so richtig wiedererkennen. Die Partei hat sich verändert. Aber wir müssen auch erkennen, dass diese Veränderung etwas Gutes ist. Wir dürfen Veränderungen nicht vorstehen. Aber bei allem Willen zur Veränderung müssen wir auch realisieren, dass wir diejenigen mitnehmen müssen, die schon länger dabei sind. Veränderung nur um der Veränderung willen hat keinen Sinn. Veränderung muss immer auch etwas Positives werden. Ich glaube, dass sich viel positiv entwickelt hat. 2009 0,9 Prozent bei der Europawahl. 2 Prozent bei der Bundestagswahl. 2,08 Prozent bei der Landtagswahl Baden-Württemberg. Jetzt 8,9 Prozent bei der Berlin-Wahl. Das ist eine sehr positive Entwicklung. Auch weil sie es uns endlich ermöglicht, dass unsere Ideen gehört werden. Wir haben jetzt die Chance, dass wir Politik beeinflussen können. Völlig unabhängig davon, ob wir in einem Parlament sitzen oder nicht. Es ist nicht wichtig, ob wir im Landtag von Baden-Württemberg sitzen. Wenn wir Vorschläge machen, werden die gehört. Wird uns zugehört. Das ist eine Chance, die wir nutzen müssen, die wir viel intensiver nutzen müssen, als wir das bisher getan haben. Dafür müssen wir uns offensiv äußern. 2009 war die Partei in ihrer frechen Jugendphase. Da hatte sie so ein bisschen das müpfige Element. Da hat sie sich aufgelehnt gegen das Establishment. Ich glaube nicht, dass wir das wieder in dieser Intensität brauchen. Wir sind jetzt irgendwo angekommen. Wir sind jetzt keine Jugendlichen mehr. Wir sind jetzt langsam erwachsen geworden. Aber ein bisschen mehr Frechheit. Ein bisschen mehr Einmischen in die Politik. Unsere Ideen vertreten. Und nicht nur zu sagen, nein, ihr macht das Scheiße, was ihr macht. Das stimmt oft genug. Die Regierung macht genug Scheiße. Gerade auf Landes- oder Bundesebene. Sondern auch gegen Vorschläge machen. Sagen, das, was ihr tut, das ist Müll. Aber ihr könntet etwas anderes machen. Und diesen Vorschlag dann nach außen tragen. Und die Presse tragen. Und den Landtag tragen. Einfach mal den Ministerpräsidenten, den Landesvorsitzenden, um ein Gespräch bitten. Den Termin kriegt man doch auch. Das ist sehr schön. Es hat sich viel positiv verändert. Wir können gut arbeiten. Wir haben wieder einen halbwegs funktionierenden Bundesverband. Wir können wieder zwischen den Ländern zusammenarbeiten. Das mich sehr freut. Aber eines hat sich nicht verändert. Und das ist das Misstrauen. Es ist unglaublich viel Misstrauen in der Bevölkerung. Misstrauen zwischen den Bevölkerungsschichten. Misstrauen zwischen den Bürgern und der Politik. Aber auch Misstrauen in der Partei. Wir sehen das immer wieder. Wir sehen, dass auf Mailinglisten getrollt wird. Dass angegriffen wird. Dass etwas, eine Äußerung, der man inhaltlich nicht zustimmen kann, dass sie sofort als eine feindliche Aussage interpretiert wird. Der Mensch auf der anderen Seite, der will mir irgendetwas Böses. Nein, das ist meistens gar nicht so. Das ist ein ganz netter Mensch. Er ist in der gleichen Partei wie ihr. Er hat die gleichen Ziele wie ihr. Weil er sich nur in einen Teil nicht einigt. Erinnert euch bitte immer daran. Misstraut eurem Gegenüber nicht. Misstraut euren Parteikollegen nicht. Sondern vertraut. Wir sehen das auch bei den ständigen Gates. Ich weiß, der Begriff Gate ist mittlerweile ein bisschen zum Modewort geworden. Ich weiß nicht, dass wie viele Gate-Gate jetzt schon ausgerufen wurden, weil es so viele Gates wurden, dass man da nicht mitbekommen ist. Aber jedes einzelne dieser Gates sorgt dafür, dass Piraten, dass Menschen, die mit euch zusammenarbeiten, Dutzende, Hunderte, Tausende von E-Mails kriegen, in denen sie beschimpft werden. Das muss man sich auch immer überlegen. Und ich sag schon auf der anderen Seite, das ist keine hübsche Situation, das macht keinen Spaß. Da muss man sich sehr genau überlegen, ob man weiterarbeitet. Und leider hören dann auch sehr viele auf. Das ist auch hier die Bitte. Gates sind ein Zeichen von Misstrauen. Meistens deshalb, weil man nicht abwarten möchte, dass jemand etwas aufklärt, weil man von einem Skandal hört, sofort das Schlimmste annimmt und dann sich seine Meinung fasst, bevor man dem Gegenüber Zeit lässt, sich zu äußern. Lass den Menschen die Zeit. Und wenn es mal ein Tag ist, wenn es mal zwei Tage sind, das ist völlig in Ordnung. Menschen können auch mal private Gründe haben, nicht zu antworten. Menschen sind vielleicht mal krank. Menschen sind vielleicht mal im Urlaub. Wir sind alle Ehrenamt. Also ein bisschen Vertrauen in eure Mitpiraten. Ein bisschen Geduld. Dann würde vieles einfangen. Ich sehe dieses Misstrauen auch bei dem Thema, das André angesprochen hat. Wir sprechen gerade sehr viele Themen gemeinsam an. Dabei haben wir uns vorher nicht abgestimmt. Das sind öffentliche Abstimmungen. Das ist die Forderung nach einer Klarnahme. Ich mache jetzt etwas ganz Böses, das mir vermutlich um die Ohren fliegt. Ich äußere mich als Bundesvorsitzende zu einer laufenden Diskussion vor laufender Kamera. Das häufigste Argument, das mir gegenüber gebracht wurde, für die Einführung von Klarnahmenspflicht von öffentlichen Abstimmungen war, dass man kontrollieren möchte, welche Haltung ein Kandidat für ein Vorstandsamt für ein Mandat oder Ähnliches in politischen Fragen verfügen hat. Das geht gar nicht. Das hat dann auch nichts mehr mit Nachvollziehbarkeit und Abstimmungen zu tun. Das hat nichts mit Transparenz zu tun. Das ist ganz schlicht und ergreifend Kontrolle. Das ist die Beschneidung von Freiheit von Parteimitgliedern, von Menschen, die vielleicht, vielleicht auch nicht, das weiß man vorher gar nicht, für ein Amt kandidieren möchten. Das ist nicht akzeptabel. Und deshalb möchte ich hier bei aller Rechtfertigung, die Misstrauen in der Politik vielleicht auch hat, für ein bisschen mehr Vertrauen innerhalb der Parteien. Ich habe vorhin gesagt, dass das Misstrauen nicht nur in der Piratenpartei ist. Ich glaube, man könnte sagen, wir sind nicht die Generation oder jetzt ist nicht die Generation Internet, es ist nicht die Generation Null Bock oder die Generation, keine Ahnung, wie Individualismus oder wie auch immer diese Generation schon genannt wurde. Es ist die Generation Misstrauen. Wenn man etwas liest über einen Politiker in der Zeitung, der etwas schlecht ist, wird sofort angenommen, das stimmt. Politiker sind die zweit unbeliebteste Berufskaste in Deutschland. Sehr viel unbeliebter übrigens als Gebrauchtwagenhändler. Ja, das glaubt man gar nicht, aber diese ganzen Comics, dass Gebrauchtwagenhändler quasi der Albtraum, die der Schwiegermutter sind, das stimmt nicht, das sind Politiker. Ich bin zum Glück schon verheiratet, meine Schwiegermutter kann da zunächst mal sein. Wir sehen aber auch, dass dieses Misstrauen vielleicht eine Rechtfertigung war. Wir hatten einen Bundespräsidenten, der das mit dem man kennt sich, man hilft sich, das Adenauer aufgebracht hatte, ein bisschen zu ernst genommen hat. Ein Haus, ein Urlaub, ein Auto und irgendwie, ist ja alles nicht schlimm. Nur die Summe, die Summe wird dann irgendwann verdächtig. Auch, dass dieser Bundespräsident Besuch von der Staatsanwaltschaft bekommen hat, nach vorheriger Absprache. Ich kann euch garantieren, wenn es ansonsten Vorwürfe wegen Geschlechtigkeit oder sowas geben würde, dann fragt die Staatsanwaltschaft nicht vorher an, ob sie vorbeikommen kann. Die stehen dann nach Vormittags im Wechsel natürlich. Oder in Dresden, wo die Polizei bei Demonstrationen Handydaten erfasst hat, wo sie widerrechtlich Gebäude überwacht hat, IMSI-Catcher installiert hat, um festzustellen, wer sich in bestimmten Gebäuden, in Treffpunkten, in politischen Cafés auffällt. Und dann immer behauptet hat, sobald etwas bekannt geworden ist, das war jetzt alles, mehr gibt es da nicht. Zwei Wochen später liest du von der nächsten Datensammlung. Das hilft nicht dazu, dass die Bevölkerung wieder Vertrauen gewinnt. Das erzeugt Misstrauen. Nehmen wir die Mailüberwachung durch die Geheimdienste. Wer hier weiß, dass seine E-Mail, wenn er über einen großen Provider läuft, potenziell von einem Geheimdienst mitgelesen wird. Das sind erschreckend wenige. Ja, es wird tatsächlich nicht jede E-Mail mitgelesen. Es wird ein zufällig ausgewähltes Maß gescannt. Ich habe bestimmte Stichwörter. Das sind nur so böse Worte wie Bombe oder ich weiß nicht, was noch alles drinsteht. Atom oder Inchara. Also wenn jemand ein Manuskript meiner Rede jetzt verschickt, wird die vom Geheimdienst gelesen. Das ist in Ordnung, die dürfen die gerne lesen. All das sind Zeichen dafür, dass dieses Misstrauen nicht nur aus der Bevölkerung gegen die Politik kommt, nicht nur aus der Bevölkerung gegen die Polizei, sondern auch anders. Der Staat vertraut seinen Bürgern nicht mehr. Der Staat vertraut den Menschen nicht mehr. Die Politiker vertrauen den Menschen nicht mehr. Wenn man sich mit Politikern unterhält, zum Beispiel über Volksabstimmung. Das häufigste Argument dagegen ist, ja die entscheiden doch eben nur Scheiße. Was ist das für eine Haltung? Ich glaube, man muss mehr Vertrauen ineinander haben. Mehr Vertrauen in die Intelligenz der Menschen. Unsere Aufgabe als Partei ist es dann aber, diese Intelligenz auch zu nutzen. Nicht nur einen Vorschlag hinzustellen. Nicht nur zu sagen, E-Mail überwachen ist Scheiße. Sondern auch zu sagen, warum? Wir müssen auch erklären, was wir tun. Dann können wir das auch nutzen. Und dann können wir dieses Misstrauen auch überwinden. Und dann können wir tatsächlich konstruktiv arbeiten. Denn ich glaube, wir sind derzeit an einer Situation, wo wir nicht nur über die außerparlamentarische Opposition die Politik beeinflussen können. Das können wir. Das müssen wir, wie ich es eingangs gesagt habe. Sondern indem wir auch nach und nach, Stück für Stück, jedes einzelne Parlament entern werden. Nicht entern können, sondern entern werden. Wir werden jetzt am 25. im Saarland einziehen. Wir werden in Schleswig-Holstein einziehen. Wir werden in Niedersachsen, in Bayern und im Bundestag einziehen. Danach kommen noch mehr Wahlen, zum Beispiel in Europa. Und auch da werden wir einziehen. Aber uns muss klar sein, dass wir dann konkrete Verbesserungsvorschläge brauchen. Eine Opposition kann nicht nur sagen, es ist scheiße. Eine Opposition kann nicht nur sagen, wir misstrauen euch. Sondern unsere Aufgabe als Partei ist es, dann konstruktiv zu arbeiten. Dann die Gegenvorschläge zu entwickeln. Dann das Vertrauen wieder aufzubauen. Den Menschen zu zeigen, den Politikern könnt ihr vertrauen. Den Politikern zu zeigen, den Menschen könnt ihr vertrauen. Miteinander zu reden. Wir sind das Sprachrohr in die Parlamente. Und aus den Parlamenten wieder zurück. Wir müssen uns dieser Verantwortung stellen. Auch sonst kann das niemand machen, denn alle anderen sind da schon verbrannt. Das wird eine harte Herausforderung. Das wird eine Herausforderung, die jeden einzelnen, insbesondere die Grenzen seiner Belastbarkeit bringen wird. Ich denke da nicht nur an die Wahlkämpfe. Ich denke jetzt insbesondere an die Ausarbeitung der Programme, bei der jeder von uns Grücken schlucken muss. Bei der jeder von uns Themen durchkriegen kann. Und bei der sich jeder von uns beteiligen muss. Aber wenn wir das schaffen, dann werden wir Deutschland verändern. Dann können wir es zum Positiven verändern. Und meine Bitte an euch. Macht einfach mit. Vertraut eure Mitpiraten. Und dann klappt das. Vielen Dank. Applaus Ja, schönen guten Morgen. Mein Name ist Stefan Körner. Bekannt bin ich im Internet unter Seekorps. Hab ich kurz nicht gelesen. Ich bin Landesvorsitzender der Piraten in Bayern. Und ich bin hier ohne Einladung. Wo ist André? Vorhin wurde ich gefragt, ob das mit der Einladung noch geklappt hätte. Ich wäre auch ohne Einladung gekommen. Das lasse ich mir nicht mehr. Applaus Ja, ich finde es toll, dass ihr so viele Leute seid, die Politik machen wollen. Ich finde es toll, dass die Piraten immer noch wachsen, dass wir mehr werden. Und ich will euch jetzt nicht weiter lang Zeit stehlen von der, die ihr braucht, um einen neuen Vorstand zu wählen. Und um inhaltlich voranzukommen. Deswegen würde ich meine Grüßworte an der Stelle überraschend wieder beenden. Danke, dass ich hier sein kann. Und viel Erfolg heute. Applaus Ja, ich bin Florian Zuckerer-Quast, Vorsitzender der Jugendpiraten der Jugendorganisation. Und ich halte jetzt auch mal ein kurzes Grußwort. Das heißt ja immer, wenn man eine Rede hält, soll man begrüßen. Man sollte möglichst irgendwie alle Gruppen begrüßen, die anwesend sind. Damit man keinen auslässt. Die Piraten mögen aber keine Schublade, habe ich gehört. Deswegen sage ich es ganz kurz. Hallo alle. Applaus Wir haben, André hat es vorhin ja schon angesprochen, in unserer internen Kommunikation immer wieder Probleme mit Shitstorms. Und immer wieder wird angekrankt, die Außenwirkung, die Außenwirkung. Ja, gut. Wir kommen teilweise als zerstrittene Partei rüber. Teilweise wird berichtet, die Piraten streiten schon wieder. Aber gleichzeitig, wir haben auch die Chance, etwas Neues darzustellen. Wir zeigen auch so, dass wir anders sind. Und nicht, dass wir nur streiten. Sondern, dass wir auch durchaus Ideen einbringen. Sebastian hat es vorhin angesprochen, wir verändern Deutschland. Oder wir können Deutschland verändern. Wir haben Deutschland schon zu einem gewissen Teil verändert. Trotzdem... Applaus Trotzdem hatte ich zum Beispiel vor kurzem ein Gespräch mit einem 15-Jährigen. Er meinte, Politiker sind doch alle korrupt. Die lügen doch alle. Dieses Bild, das in der Bevölkerung herrscht über Politiker, führt unter anderem zu dem Bild, dass Politiker die zweitunbeliebteste Berufskasten sind. Aber genau das können wir auch ändern. Mit einer ehrlichen und mit einer transparenten Politik. Dafür haben wir schon die ersten Schritte gesetzt. Ich hoffe, dass ihr heute die nächsten Schritte setzt, damit wir hier weiterarbeiten können in diese Richtung zu einer transparenten und ehrlichen Politik. Danke. Applaus Applaus So, zur Versammlung noch. Wir haben jetzt erstmal die Zulassung von Gästen. Sind ja schon ein paar Gäste anwesend, soweit ich weiß. Hat jemand ein Problem, dass die da bleiben oder können Gäste da bleiben? Wir müssen reden. Also, bitte einmal kurz die Hand heben mit der Stimmkarte, wenn ihr da bisseitigste Gäste zugelassen werdet. Das nächste wäre die Zulassung von Bild, Video und Tonaufnahmen. Das Bild läuft ja schon. Hat jemand ein Problem damit oder sollen wir ihn abschalten? Können wir ihn anlassen? Bitte wieder Karte geben? Ja, auch ganz klare Mehrheit. Super. Dann kommen wir auch schon zur Wahl der Versammlungsämter. Bisher machen wir das jetzt gerade mal kommissarisch. Aber ich kandidiere für die Versammlungsleitung zusammen mit Stefan. hat jemand Einwände gegen uns? Gibt es weitere Kandidaten? Okay, dann schreiten wir in dem Punkt auch zur Abstimmung. Wer ist dafür, dass Stefan und ich die Versammlungsleitung machen? Super. Das nächste Versammlungsamt wäre der Barleiter. Wir haben einmal den Martin Eitzberger und einen Bokor. Jochen Bokor, okay. Sehr gut. Gibt es weitere Kandidaten für das Amt des Wahlleiters? Martin, ist das besser? Er besteuert. Also, ich habe die ja schon... Also, Florian muss jetzt eigentlich wissen, sie hat den Paragraf 15 auf der Zwei auf den Parteien gesetzt und nach den Parteien gesetzt... Ja. Okay. Wir wiederholen das Ganze gerade nochmal. Danke, Klaus. Danke, Klaus. Also, wir haben sein Parteien gesetzt, das sagt was anderes, aber das Parteien gesetzt hat Priorität. Danke, Klaus, an den Hinweis. Also, zur Wahl des Versammlungsleiters nochmal. Besteht jemand auf einer geheimen Wahl für den Versammlungsleiter? Niemand? Niemand? Dann bitte nochmal gerade bei den Karten heben. Was sehen wir jetzt mal? Das können die Waffen am Nachhalt auf den Beinen. Gut. Ja, damit wäre das auch nicht mehr. Jetzt zum Wahlleiter. Ist es da weitere Kandidaten? Das sehe ich auch nicht. Ja. Besteht da jemand auf eine geheimen Wahl? Ich sehe auch niemanden. Gut. Der ist für Martin Heinzberger als Wahlleiter. Was? Okay. Ja, sag ich zurück mal. Warte. Will jemand nur einen Wahlleiter oder hat jemand ein Problem, dass beide Wahlleiter machen? Ja. Okay. Also, können beide als Wahlleiter werden? Gut. Wer ist dafür, dass Martin Heinzberger Wahlleiter macht? Und wer ist dafür, dass Tobias Boker das auch zusammen macht? Äh, Jokko Boker. Sorry. Ich brauche eine Mehrheit dafür. Dann sind die beiden Wahlleiter. Gut. Gibt es Gegenstimmen gegen die beiden Kandidaten zur Wahlleitung? Beide. Gibt es Gegenstimmen gegen Martin? Okay, zwei Gegenstimmen. Ja. Gibt es Gegenstimmen gegen Jochen Boker als Wahlleiter? Ja. Okay, jetzt gibt es Gegenstimmen, aber die Mehrheit ist dafür, damit sind die beiden Wahlleiter. So. Kommen wir zum Protokoll. Wir haben einen Kandidaten, der führt auch schon Protokoll. Okay. Jetzt steht da jemand auf meiner Geheimwahl. Auch nicht. Gibt es weitere Kandidaten für das Protokoll? Ich kann noch mehrere Protokollanten erinnern. Gibt es scheinbar niemanden, der noch Protokoll machen will? Simon schüttelt den Kopf. Okay. Also es gibt niemanden, der noch Protokoll machen will? Ja. Genau. Ich möchte euch darauf hinweisen, dass ich eventuell auch mal was sagen werde. Und es wäre mir ganz recht, wenn ich dann zumindest jemanden hätte, der ab und zu mal ganz kurz für mich, ich glaube, es wäre nicht bei dir. Okay, wir haben also den zweiten Kandidaten für das Protokoll, Matthias Stade. Nur als Übergang. Äh, der das aushilfsmäßig dann macht. Bei Twitter. Also, hat jemand, ähm, die Geheimwahl hat niemand drauf bestanden. Wer ist für die Ernennung zum Protokollanten? Also, wer ist für die Ernennung von Joachim Wagner zum Protokollanten? Okay. Gibt es Gegenstimmen? Okay. Joachim Wagner ein Protokollant. Wer ist... Ähm... Gut. Wer ist für die Ernennung von Matthias Stade als Aushilfsprotokollant? Gibt es Gegenstimmen? Guck, Matthias ist dagegen auf die Mehrheit dafür. Also ist Matthias Aushilfsprotokollant. Guck. Guck. Ich bin auch ein Helfer. Dafür übergebe ich mal an den Wahlleiter. Also... Ich würde mich über acht Leute freuen. Einer hat sich schon gemeldet. Bitte alle, die jetzt, Wahlhelfer sich gemeldet haben vorab, gehen wir nach vorne. Ich möchte mich mal den Namen aufschreiben. Zu klar... Ja... Hallo! Hallo! Stimmkarte? Vielen Dank. 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 Wie würdest du es sagen? Du hast es vorher mir nochmal erklärt, richtig? Ja. Weil es da eine gewisse kleine Kugelreinheit auf Basis der Satz gibt. Aber, wenn ihr Zweifel daran habt, wenn ihr Zweifel daran habt, anmeldet. Und das ist ein Kandidat 2 nicht, dann wäre das ja quasi schon beeinflusst, wenn ihr so viele Stimmen wie Kandidaten. Und da stellen sich das stimmt, wenn ihr so ein Kandidat, wenn ihr so ein Kandidat, wenn ihr so ein Kandidat zustimmen wollt, wenn ihr so ein Kandidat zustimmen wollt. Das heißt, ihr braucht ein Kandidat, wenn ihr so ein Kandidat zustimmen, wenn ihr so ein Kandidat zustimmen könnt, dann erhöht, wenn ihr so ein Kandidat zustimmen könnt. Wenn man seine Stimme nicht abgibt oder ungültig stimmt, dementsprechend haben die anderen Kandidaten es leichter, über die 50 Prozent zu können. Gibt es dazu irgendwelche Fragen? Gut, ich werde dann vor der Wahl. Vor den Wahlen werde ich auch entsprechend noch einmal kurz darauf hinweisen. Bitte gebt auch immer Acht, wenn ihr den Stimmzettel bekommt, dass die richtige Nummer draufkippt. Die sind alle vorsortiert, aber man weiß nie. Nachher reklamieren ist immer schwierig zu sagen. Ich habe da, du, wie? Im Zeifelsfall, alles, was euch ausdrückt, bitte sofort reklamieren. Eines muss noch gemacht werden. Habt irgendjemand was gegen diese Wahlhelfer, nicht eine dieser Wahlhelfer? Ihr müsst die nicht wählen, aber ihr habt das Recht zu widersprechen und den abzuleben. Gefällt irgendjemand das Gesicht von irgendjemand nicht? Die gleiche, die schule. Scherz beiseite. Gut. Ich habe jetzt rechtlich damit zwei recht sind. Wobei ich, die Ankündigung der Wahl ist Teil meiner Aufgabe laut PO, aber ich will interessieren, dass auch der Versammlungsleiter eine Wahl ankündigen kann. Das heißt, wenn der Versammlungsleiter eine Wahl ankündigt, gilt das genauso, wie wenn ich das mache. Ich glaube, das reicht dazu. Weil das ist ja doch üblicherweise so gemacht. Wir haben ja in der EU stetig, muss es machen. Aber hat jemand das dagegen, wenn das auch der Versammlungsleiter macht? Niemand? Dankeschön. Gut. Wir haben noch eine Abstimmung über die Tagesordnung. Bisher haben wir einfach eine vorläufige Tagesordnung gehandelt. Die meisten von euch müssten die Tagesordnung vorliegen haben. Ansonsten gibt es die Wiki, die wurde ja vorher veröffentlicht. Einwände gegen die Tagesordnung oder alternative Tagesordnung? Okay, dann schreiben wir zur Abstimmung. Wer ist dafür, dass die Tagesordnung so, wie sie vorläufig war, angenommen wird? Gut, dann wird jetzt die Tagesordnung angenommen. Dann wäre der nächste Tagesordnungspunkt Aussprache. Wir haben da vorne ein Saalmikrofon. Und ich glaube, das war es auch schon. Ich sehe ansonsten keins. Da hinten, ah, da hinten ist auch noch eins. Also auf beiden Seiten ein Saalmikrofon. Die Aussprache ist dann hiermit eröffnet. Ihr dürft euch anstellen. Nur das hat Kamera. Okay, also nur das zu meiner Linken. Das Saalmikrofon hat Kamera, werde ich darauf hingewiesen. Gibt es niemanden, der was sagen will? Auch die Aussprache. Wo ist das Mikrofon? Da, da. Also, ich meine, der Punkt wurde angelegt von dieser homilösen Basis. Also scheinbar scheint es... Okay. Steffi sagt das, sehr schön. Alles klar. Alles klar? Vielen Dank. Habe ich mehrfach vernommen, dass es irgendwie Beschwerden gab, die an den Stammtisch mit den Leuten umgegangen wurden, gerade für neue dazu kommen. Deshalb möchte ich euch bitten, geht mal in euch, denkt mal drüber nach, wie ihr am Stammtisch auf andere wirkt, wie ihr Leute aufnehmt, die neu dazu kommen. Stellt euch vor, ihr dort vielleicht mal der Neue, geht einfach mal auf einen anderen Stammtisch, wo ihr tatsächlich der Neue seid und überlegt euch, wie könnt ihr neue Leute dazu annehmen. Wir machen viele Insiderwitze, wir benutzen viele Abschürzungen, das wirkt immer mal wieder ein bisschen abschreckend. Und ich weiß, persönlich seid ihr alle ganz nett und zeigt das am Stammtisch den Leuten, dass ihr nett seid. Sprecht sie an, wenn sie dazukommen und nehmt sie auf. Die kommen ja schließlich, weil sie mitarbeiten wollen. Danke für den Beitrag und für das weitere Beiträge zum Tagesordnungspunkt Aussprache. Ja, dann vor ans Mikro. Ihr dürft euch auch schon am Mikro anstellen, das geht dann schneller. Ich wollte sagen, ich bin Pirat jetzt geworden, gestern an meinem Geburtstag. Ich habe mich vorher mit den anderen Parteien ziemlich lange gepasst, bin jetzt 29 und dachte erst, die Grünen sind auch ganz nett, aber habe so meine eigenen Gründe, warum das nicht so ist. Ich fand, fand ich ganz wichtig zu sagen, dass ich auch einer von den Leuten bin, die die Piraten deswegen bevorzugen, weil sie eben sich solche Themen wie den bedingungslosen Grundeinkommen jetzt eröffnen oder vielleicht auch einen Mindestlohn, von dem man leben kann, denn alle anderen Parteien sind höchstens, wenn überhaupt, dann für Mindestlohne, von denen man bis jetzt noch nicht leben kann, soweit ich das bis jetzt mit empfiehlt habe, jedenfalls in Deutschland nicht. Das ist ein ganz wichtiges Thema für mich, da freue ich mich drüber. Ich fand auch interessant, die Debatte vorhin, dass da vielleicht interne Piraten nicht jeder dieses Thema so toll findet. War für mich sehr wichtig. Transparenz ist für mich sehr wichtig. Ich setze mich auch immer gerne jetzt ein, zunehmend für die Politik und will auch versuchen, vielleicht dann für euch auch Organisatorisches mitzübernehmen, aber heute versuche ich mich erstmal für den ersten Landesparteiter meines Lebens irgendwie mitzunehmen und dazu zu werden. Und wünsche euch noch alles Gute. Auch danke für diesen Beitrag. Gibt es weitere Beiträge zum Tagesordnungspunkt Aussprache? Also falls noch jemand was zu sagen hat, schnell ans Mikro. Ich sehe niemanden, sich ans Mikro bewegen, da schließe ich jetzt die Betanliste für den Tagesordnungspunkt. Kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt, das ist Bericht der Rechnungsprüfer. Sind Rechnungsprüfer vom letzten Jahr gewählte anwesend? Hallo Jens. Sehr gut. Ja, wir haben gestern Abend die Kasse geprüft. Also ich weiß jetzt immer noch nicht genau, ob wir das gerade formal richtig machen mit dem Unterschied zwischen Kassen- und Rechnungsprüfern. Die gibt es nicht immer noch beide, glaube ich, aber ist jetzt auch relativ egal. Also wir haben gestern Abend die Kasse geprüft. Zum einen den Bestand der Barkasse. Da ist ein Überschuss von 14,91 Euro aufgetreten, der sich bisher, glaube ich, noch nicht aufklären lässt. Dann haben wir uns die Systematik der Buchführung erläutern lassen. Das Belegwesen war sehr gut geordnet. Insbesondere waren die Beschlüsse und Belege alle vollständig. Wir haben stichprobenartig zwei Monate aus dem Jahr 2011 und einen Monat aus dem Jahr 2010 geprüft. Ja, insbesondere zu den, zu allen Buchungen außer Mitgliedsbeiträgen und Spenden waren die Belege vorhanden. Und es gab keine größeren Unstimmigkeiten, die sich nicht sofort ausräumen ließen. Die ab Mitte 2011, wenn ich das nicht in Erinnerung habe, sind die Belege noch nicht kontiert und gebucht. Insofern bezieht sich jetzt der Bericht auf diesen Teil nicht. Ja, wie gesagt, keine Beanstandungen und ich würde empfehlen, den Vorstand und den Schatzmeister für die Kassenführung zu entlasten. Danke jetzt für den Bericht. Der nächste Tagesordnungspunkt. Am besten am Mikro, dann hören wir diesen Film auch. Mein Name ist Paul-Roberto Sönsheim. Du hast gesagt, wenn ich richtig gehört habe, die Belege sind ab Mitte 2011 nicht gepuppert. Das sind sieben Monate, das heißt, wir haben einen nicht berücksichtigt, nicht analysierten Zeitraum von sieben Monaten. Ich weiß nicht mehr genau, ab welchem Monat. Ab wann war das? Ab Mai ist es nicht mehr kontiert. Wir haben Kontoauszüge durchgeguckt und die Zahlungsvorgänge, die stattgefunden haben, sind in Ordnung. Aber es ist noch nicht in eine Buchführung überführt. Insofern wird darüber nicht berichtet. Und eine Entlastung des Vorstandes, wenn sie jetzt stattfindet, bezieht sich da natürlich auch nicht auf diesen Teil. Wir hatten ja bisher auch auf vorherigen Parteitagen öfter mal Berichte, die noch nicht abgeschlossen waren und noch nicht geprüft waren. Also mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Für den Teil, den wir prüfen konnten, empfehle ich die Entlastung. Und den Teil, den wir nicht prüfen konnten, muss der nächste Schatzmeister dann aufarbeiten und die nächsten Kassenprüfer dann müssen das prüfen. Ich sage jetzt gerade noch was zu was. Wir haben in den letzten Landesparteitage das üblich gehabt, dass die finanzielle Entlastung immer ein Jahr verspätet erfolgt ist, also immer vertagt wurde. Auf den nächsten Parteitag, weil die Kontinierung bzw. die Überführung und die Buchhaltung eben nie erfolgt war bis zum Stichtag Landesparteitag. Der nächste Tagesaufgangspunkt ist auch erstmal finanzielle Entlastung des Vorhergebensvorstandes. Also der Vorstand, der in Kehl bis Kehl letztes Jahr im Amt war. Und dafür geht auch dieser Bericht, den Jens jetzt gerade vorgetragen hat, für den Zeitraum. Gibt es weitere Fragen zum Bericht? Gibt es denn welche Schrift? Nein, es gibt nichts Schrift. Moment, da alle kommen. Sauerstattung. Es gibt was, es wurde ja jetzt einiges in Schule kollektiert, nehme ich mal. Herr Jens, wie lange hast du denn geprüft? Du hast gesagt, du hast gestern Abend angefangen mit der Prüfung. Wie lange hat die Prüfung für das ganze Jahr gedauert? Wie gesagt, wir haben einige Monate stichrommartig geprüft. Drei Monate insgesamt. Und wir fahren knapp drei Stunden. Weitere Fragen zum Bericht der Rechnungsprüfung? Also, ist das eine Frage? Entschuldigung? Nein, okay. Ich sehe niemanden mehr aufs Mikro zu bewegen. Aber da kommt noch jemand, wenn sonst noch jemand Fragen hat, einfach schon mal aufs Mikro zu bewegen. Dann kostet es nicht so viel Zeit, wenn ich immer warten muss, während ihr zum Mikro lauft. Vielen Dank. So, jetzt. Also, für ein Anverständnis her, ist das so, dass wenn man eine Prüfung macht, keine Stichrommartige Prüfung macht. Meine erste Frage ist, warum hat man nicht zwischendurch mal geprüft, dass man also vor zwei, drei Monaten mal sich hingesessen ist. Also, ich bin Schatzmeister vom Bezug sogar ein Stück gehabt. Ich will jetzt keinen selber anpinkeln. Das ist die eine Frage. Die zweite Frage mit den Entlastungen. Wir haben zum Beispiel bei uns in Bezug sogar in Stuttgart eine Situation gehabt, dass die Entlastung auch verschoben worden ist um ein Jahr. Nur die Problematik ist, wenn ich als Schatzmeister unterschreibe, bin ich in der Arbeit und ab dem Zeitpunkt, wo ich gewählt bin und unterschreiben muss. Also, mit diesem Verschieben von den Entlastungen finde ich halt es nicht gut gelungen. Weil derjenige, der ab dem Zeitpunkt, wo du Schatzmeister bist, bist du auch verantwortlich für die Zahlen. Und dann muss ich mich verlassen auf denjenigen, der mir meine geprüfte Kasse übergibt oder meine geprüften Belege übergibt. Und nicht nach dem Motto, ja wir haben bis Mai eben mal durchgeschaut, so kurzfristig drei Stunden. Einen Tag vor, den jetzigen Tag, muss ich schon sagen, finde ich sehr irritierend. Also, ich würde es gar nicht zu haben. Ich habe vor einigen Monaten, doch das war im Oktober, schon mal versucht, einen Termin anzuleihen. Da konnte ich persönlich dann bei dem Termin, der dann zustande gekommen ist, leider nicht. Da haben mich aber Theresa, David und Stefan sich mit Thomas Weber getroffen. Aber da war ich nicht dabei, da kann ich aus eigener Kenntnis nichts zu sagen. Und jetzt vor dem Landesparteitag, es ließ sich halt kein anderer Termin mehr finden, als eben der gestern Abend. Und, ja, lieber Barolo Stuttgart, ich finde es toll, dass wir alle weinig sind. Ich bin der Prüfer vom Geschäftsverband Stuttgart. Ich habe das auch schon angerätzt, dass man das unterjährig mal macht. Ich warte noch auf die E-Mail, dass du mich mal einlädst, dass ich da unterjährig mal prüfe. Und wollte ich mich auch dem anschließen. Also eine Buchhaltung ist nur ordnungsgemäß, wenn ja auch zeitnah verbucht wird. Und nicht nur, wenn ich dann, wenn ich mal eine Prüfung, die drei Stunden dauert, stichprobenartig am Vorabend, wie aussagekräftig die ist. Gibt es da schon mal einen Bericht, kann man den vorher lesen. Gibt es Anhaltspunkte von der Gesamtmasse, wie viel geprüft wurde in den Stichproben? Also, wir sind alle Barbelege durchgegangen. Und wir sind von einzelnen Monaten, wie ich gesagt habe, insgesamt drei Monate, die Kontorauszüge durchgegangen, haben die Verbuchung von Spenden und Mitgliedsbeiträgen in der Buchhaltung nachvollzogen und haben von allen Buchungen, die nicht Mitgliedsbeiträge oder Spenden waren, genau die Belege angeguckt, was das für Sachen waren und wie die verbucht wurden. Ja, also wie gesagt, Hauptpolitik bei mir ist die Stetigkeit und die Zeitnahe, die Verbuchung der Belege. Und deswegen bin ich sehr dafür, die Zukunft auch wirklich mitschleifen zu lassen und einfach zu schauen, dass man mal ein halbes Jahr, dreifel Jahr noch nicht verbucht ist. Das wollte ich nur als Mitgliedsbeitrag in Zukunft. Also, es ist durchaus berechtigt zu sagen, dass die Buchhaltung Zeit nach stattzufinden hat. Aber sieben Monate, so viel es jetzt auf uns erscheint, gerade wenn wir immer im Stundentakt ins E-Mail durchlesen, also ein bisschen Maß der Entspannung kann man dort schon walten lassen. Sieben Monate ist unschön, aber so schlimm ist es auch nicht. Die Belege sind da, wie ich höre, sie sind geprüft worden. Aus meiner Sicht, und ich war selber Kassenprüfer in Landwirtschaft, ist das vom Umfang her durchaus ausreichend. Wenn jemand nur drei Stunden dafür braucht, kann es auch heißen, dass er schnell gearbeitet hat und sein Geschäft versteht. Also aus der Zeit zu schließen, dass die Prüfung mangelhaft ist, das ist dünn. Ja, ich möchte eigentlich im Prinzip die gleiche Kerbe hauen. Ich möchte hier gerne mal eine Lanze für den oder sogar für die Schatzmeister brechen. Vielleicht sollten wir, die hier gerade Kritik üben an der relativ späten Verbuchung, zum einen bitte nicht vergessen, dass es alles ehrenamtlich ist. Und ich weiß, dass speziell Thomas seinen Job und damit auch sein Einkommen zugunsten der Partei und seiner Arbeit als Schatzmeister vernachlässigt hat, damit auch schwer Einkommenseinbußen sicherlich hatte. Und ich möchte ihm an der Stelle herzlich danken, dass er sich diesen Scheißjob überhaupt angetan hat. Zum anderen, für diejenigen, die das vielleicht noch ein bisschen aus der Erinnerung verloren haben, ist ja viel passiert im letzten Jahr. In dem Zeitraum, der gerade auch zu verbuchen war von Thomas, fiel auch die Landtagswahl. In der Phase war der Arbeitsaufwand noch mal höher als üblich. Es musste auch viel nachgearbeitet werden, noch aus der Schubkartonzeit vorher, wo jetzt der Rückstand sich, glaube ich, langsam verkleinert hat. Und ganz nebenbei hat Thomas sich in der Zeit auch um die Materialbeschaffung hier gekümmert im Wahlkampf. Also ich denke, da ist sieben Monate Rückstand eine verdammt gute Leistung. Ich würde gerne den, ich habe noch eine Frage an den Rechnungsprüfer, und zwar würde ich den für dich besser gerne verstehen. Du stehst ja jetzt hier ein bisschen auf dem neuen Posten, weil du der Einzige bist, der da ist, und nur diese Prüfung von gestern hattest. Was war denn mit der vorigen Prüfung, oder was ist, gibt es da irgendwie Feedback von den anderen Rechnungsprüfern, die 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 letzte Prüfung gemacht haben, wo du nicht da warst? Also, wie gesagt, ich war nicht dabei. Ich habe nichts von Veranstaltungen gehört. Die haben halt, das waren Theresa Kohn, David Mendel und Stefan Hestermann. Und Theresa war gestern Abend noch mit dabei. Und die anderen, Stefan hatte keine Zeit, und David ist ja inzwischen ausgetreten. Und wie gesagt, ich weiß, also es gab keine Beanstandungen, aber ich weiß nicht genau, was da, oder wie das konkret abgelaufen ist. Ja, ich hätte ja nur gerne, ein gesamter Bericht von den Rechnungsprüfern wäre schön gewesen, um sich ein Bild zu machen, aber da kannst du jetzt nichts dazu tun. Ich wollte noch kurz einen Satz dazu sagen, gerade zum Kapitel Buchhaltung, weil die Buchhaltung betrifft ja nicht, ich als Schatzmeister habe das ja im Prinzip gemacht. Man sollte vielleicht ganz kurz einen Rückblick sich überlegen. Ich habe 2010 angefangen als Schatzmeister, ich habe nämlich die Buchhaltung für 2009 komplett gebucht, kontiert. Ich habe das jetzt 2010 gebucht und kontiert, und ich habe es im Prinzip helllich für 2011 gebucht und kontiert. Und das Ganze in meiner Hand. Ich muss eigentlich vor allem kurz sagen, für alle, die sich hier im Spitzenlicht angeschaut haben, die Auswahl 9 ist nicht die Nummer 3, die Auswahl 9 ist dort, wo 9 steht. Soll ich das Buch sopieren? Ja, bitte. Nein. Die Wahl ist nicht veröffentlicht und wurden noch nicht mehr herumgesagt. Das ist eine Ausgabe der Städte. Ich würde mich freuen, wenn es mal ziemlich gut ist. Aber ich brauche mich. Das ist eine Ausgabe der Städte. Ich glaube, es ist eine Ausgabe der Städte. Am Donnerstag, bevor die Tänze nachgeht, das ist 40 Minuten, das ging jetzt auch nicht mehr. Und dann war ich so, das ging jetzt aber schnell. Das ging jetzt aber schnell. Vielen Dank. Vielen Dank. Zum allerletzten Mal, es gibt keine neuen Stimmzeiten, wer sich verkreuzt hat, hat halt Pech gehabt. Es gibt keine neuen Stimmzeiten. Nein. Leute, zweite Wahlgänge. Können wir jetzt einfach mal die Anwahlgänge zu arbeiten, damit wir die Wahl durchführen können, damit wir die anderen Wahlgänge auch noch können, damit wir euch anwählen können. Danke. Okay. Haben alle einen Stimmzeiten erhalten, wenn die Stimmzeiten erhalten wollen? Nicht? Gut. Keine Widersprüche? Ich weiß, dass ich da noch hilf. Bitte wieder zur Ruhe. Danke. Während der Durchführung der Wahl sind Bildaufnahmen jeder Art vollkommen untersagt. Das heißt, bis ich sage, die Stimmaufgabe ist geschlossen, keine Fotos, keine Videos. Das gilt auch für das Bildaufgabe ist für das Bildaufgabe ist für das Fernsehen und irgendwelche Anwesen der Presse. Und für den Stream selbstverständlich auch, dass ich das ja nicht aufzeige. Tonaufnahme ist meines Wissens kein Problem, da man das Reinwerfen der Stimmzeiten nicht zu einem Rückschluss auf die Stimme schwenken kann. Gut, bitte die Wahlhelfer, die leeren Ohrinnen herumzeigen. Bitte die Versammlung auf die leeren Ohrinnen zu achten. Ich bitte jetzt die Wahlhelfer, die Ohren zu verschließen. Dann erkläre ich die Wahl hiermit zu eröffnen. Ich bitte die Wahl hiermit zu eröffnen. Ich bitte die Wahl hiermit zu eröffnen. Ich bitte die Wahl hiermit zu eröffnen. Ich hab die Super Mario noch gehalten in dieser Seite. Ich hab die Super Mario noch gehalten in dieser Seite. Oh, das ist doch okay. Ja, ich weiß nicht, nein, nein, nein. Ja, ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, nein. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, nein. Ja, wie soll jeder davon? Aber manchmal ist es nicht mehr, nur wie gut das hier kommt. Ich mach die Schauspieler. Das ist schon stark. Ich hab das letzte Gesicht. Da ist er zu sehen. Da hab ich mich gleich gelegt. Ja, ich hab die Hände bei mir ... Ja, ich hab die Schauspieler das. Ja, ich hab die Schauspieler gedacht, ja ... Ja, ich hab das hier. Ja, ich hab die Schauspieler noch. Ja, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht. Ich hab die Scheauspieler den Kopf und den K tanken. Ja, ich hab die Schauspieler den ganzen Front und den Tank. Ja, ich hab die Value lacht. Vielen Dank. 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 Wir steigen jetzt zur öffentlichen Auszählung dort nach hinten. Vielen Dank. 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 Also ich mache es mir gar nicht an, dass ich urteils voll. Aber wahrscheinlich sind es die, die irgendwelche Aktionen fördern, die dazu ausrufen, Aktionen durchzuführen, die Vorschläge bringen und sie verteidigen und die Entscheidungen treffen und dann auch dazu stehen. Das sind für mich persönlich die richtig guten Geraden. Was ist denn die Alternative? Die Alternative sind Leute, die zur richtigen Zeit wissen, was sie sagen müssen, wie sie es sagen müssen, damit der Shitstorm gerade losbricht und damit genügend Menschen sie wählen. Ich will diese Alternative nicht. Ich sage es euch ganz ehrlich, wir sind Leute lieber, die klar sagen, was Sache ist, die auch mal anecken, aber die dann wenigstens wissen, woran ich bin. Ich frage mich das wirklich an. Fehler oder Schuld läuft nicht weg. Schuld hat keine zeitliche Relevanz. Ein einfaches Hinterfragen oder Hinsehen reicht völlig. Und die Hohen- und Bringschuld, wer wann was aufdeckt oder wer wann was aufgedeckt hat, ist keine Einbahnstraße. Das ist nicht definiert. Und Leute dann festzumachen, weil sie vielleicht zu spät oder zu früh machen, sind es nicht in Ordnung. Ich bitte also um Vertrauen zu diesem Missverraten. Und ich möchte auch sagen, ich verstehe nicht, manche Leute, die werden, weil die Bild-Zeitung schreibt, er hat eine Aussage gemacht, werden die nur deshalb schon quasi auf Twitter hingewichtet, ohne überhaupt mal zu fragen, ob das überhaupt so stimmt. Ich hätte halt gerne erst Nachweise und dann den Shitstorm und ich hätte gerne, dass man unserem Motto oder unserem Plakat auch mal Beachtung schenkt, wo wir sagen, traut kein Plakat, informiere dich. Das möchte ich gerne mal umnützen auf, traut keiner Schlagzeile, informiere euch erst mal und dann kommt der Shitstorm, wenn es dann noch notwendig ist. Zum Schluss möchte ich nur sagen, ich möchte eine Kampfeinsage machen, also ich werde von heute ab wirklich versuchen, die Leute, die hier unverhältnismäßig Shitstorm starten, dazwischen zu gehen, eine Blutgräsche zu machen. Ich möchte, ich kenne viele Leute, auch nicht bei mir im Ransmoorkreis, die sind relativ jung, die trauen sich nicht, Kandidaten zu sein, weil sie Angst davor haben, dass sowas passiert. Ich bin derjenige, der will, ich will den Rücken stärken, möchte, dass sie sich trauen, dass sie vorne gehen, dass sie sich als Kandidat aufstellen. Ich bin der Erste, der die beschützt, wenn der irgendwie so einen Scheiß loskriegt. Und ich möchte, ich lasse mir, wir lassen uns nicht von einigen durften Leuten einen Willen aufzwingen. Ich bin ein Pirat und ich handele wie ein Pirat und ich verbitte mir, das in Zweifel zu ziehen. Ich werde aktiv für diese Mitpiraten einstehen und ich ermutige, andere Piraten, es mir gleich zu tun. Ich bin DK, einer von über 10.000 2011er Piraten. Dankeschön. Vielen Dank, Simon, für die Rede. Vielen Dank für das wichtige Thema, das du gerade besprochen hast. Ich hoffe, noch mehrere folgen dem Appell. Wir haben auch gleich ein Ergebnis, glaube ich. Es dauert noch einen kleinen Moment, bis noch ein bestimmtes Zusammenzählen zu berechnen, der Anteile. Dann haben wir auch ein Ergebnis und können das verküssen. Okay, ich habe gerade noch den Hinweis bekommen, wenn jemand irgendwie Key Signing, PGP oder CA-Sort machen will. Hier, bei diesem Mann melden, er sitzt dort mit einem Laptop, hat auch ein Schild, PGP oder CA-Sort da drauf. Einfach bei ihm melden. Und er hat sich keiner gezogen. Und er hat sich keiner gezogen. Wir haben ein Ergebnis und die Wahrleitung wird es gleich vortragen, sobald der noch ab hier in der Gensex sich in Ruhe lässt. Leute, das Ergebnis der Wahl steht fest, ihr habt Kunst gewählt, es würde mich freuen, wenn wir das das nächste Mal besser hören, das gilt für den Wahlleiter genauso wie die Versammlung. Mit 26 Stimmen leider nicht gewählt wurde Jörn Zimmer, das waren 15,66 Prozent. Lars Kalasch hat 99 Stimmen erhalten, das sind 59,64 Prozent. Da bist du mit GW. Ich frage dich, Lars, wo bist du? Willst du dir das wirklich antun? Bevor ich die Wahl annehme, muss ich noch etwas tun. Ich trete hiermit vor meinem Amt als Vorsitzender des Kreisverbandes Rastattelvertrag zur Vordergründung zurück. Und ich nehme die Wahl an. Danke. Okay, herzlichen Glückwunsch. Zur Vollständigkeit halber noch, es waren 169 Tippzeiten ausgezählt, davon waren 166 gültig. Drei ungültige, und die drei ungültige wurden jeweils im Content der Wahlhelfer und der Wahlleiter als ungültig bestimmt. So, ich gebe damit hier am Link mit Herrn Besammenslager zurück. Vielen Dank. Und wir haben gleich die nächste Wahl. Die nächste Wahl ist der stellvertretende Vorsitz. Die Kandidaten dafür bitte auf die Bühne. Wir haben zu viel Klaus, mache nur. Eine Bitte wegen dem Livestream. Der Gebärdensprachdolmetscher sollte da auch drauf zu sehen sein. Deswegen bitte nur, wenn es sei muss, durch den Mittelgang gehen und dann möglichst geduckt, sodass er nicht hier durch die Kamera läuft, sodass man ihn sehen kann. Ja? Danke. Und nicht davor stehen bleiben. So, wir haben bis jetzt zwei Kandidaten hier. Marco Goldmatt und Unterhaut. Gibt es weitere Kandidaten? Gerhard, kannst du die Namen auch für den Klima holen? Okay, dann hast du jetzt einfach mal jeder ungefähr drei Minuten, um euch vorzustellen. Und dann geht's klar. So, hallo Piraten. Für alle, die mich kennen, mein Name ist Marco Wolf. Herr Schäfer, könnt ihr den bitte auch leise sagen und mit zuhören. Danke. Also, nochmal. Hallo Piraten. Für alle, die mich nicht kennen, mein Name ist Marco Goldmatt. Ich komme hier aus der Heidenheim, um genau zu sein, aus Steinheim. Das ist ungefähr zehn Kilometer her weg. Ich bin 30 Jahre alt und vom Berufsweg her krank und Pfleger und arbeite in der Altenpflege. Warum kandidiere ich hier? Für mich das wichtigste Projekt, das anstehen wird, ist die Vorbereitung zur Bundestagswahl. Das bedeutet nicht nur die Aufstellung der Landesliste organisieren, sondern auch, dass die Kandidaten gut vorbereitet in den Wahlkampf gehen werden. Was qualifiziert mich hierzu? Ich habe noch ein kleines organisatorisches Talent, welches ich mit Thomas Wilk, der da hinten steht, auch schon um den Beweis gestellt habe, als wir beide zusammen den Bundesparteitag 2011.1 hier in Heidenheim nur wenige hundert Meter von mir zusammen organisiert haben. Das Ganze geschah kurzzeitig neben dem Landtagswahlkampf, wo ich auch der Landtagswahlkandidat hier in Heidenheim war und wo wir auch vergleichsweise sehr erfolgreich abgeschnitten haben. Auch der Landesparteitag heute geht auf Thomas und meine Arbeit und haben dies gemeinsam hier organisiert. Außerdem setze ich mir zum Ziel, dass unsere neuen Mitglieder flächendeckend etwas besser und effizienter eingegliedert werden. Vor allem, was unsere Online-Arbeitswerkzeuge angeht. Diesbezüglich habe ich auch schon Vorträge gehalten, die ich über die regionalen Grenzen hinweg hinaustragen will. Es wurde überall, wo ich das bisher gemacht habe, sehr gut angenommen und es war eine große Hilfe, wurde mir zumindest gesagt. Eine Weiterentwicklung dieses Vortrags in Form von Videos ist zum Beispiel auch schon in Vorbereitung geplant. Als Vorstandsmitglied kann ich dies dann besser kommunizieren und weiter vermitteln und auch weiter hinaustragen, auch über die Landesgrenzen von Baden-Württemberg hinaus. Ich nehme euch gleich eine Frage vorweg. Ich habe gesagt, die Bekanntenpfleger, ihr wisst, Pflege ist Schichtdienst, also keine geregelten Arbeitszeiten. Und ja, ich habe die Zeit für ein Vorstandsamt. Ich nehme meine Arbeiter, die Partei, meine höchste Priorität. Und zudem werde ich mir auch, damit ich auf Arbeit auch etwas Vorstandsarbeit erledigen kann, ein Smartphone zulegen, was ich bisher nicht habe, damit ich auch da zwischendurch was tun kann. Ich hoffe auf euer Vertrauen und auf eure Wahl. Dafür stelle ich mich hier heute zur Verfügung. Eine kurze Frage meinerseits, der formale Tiefhalter, der ist vergessen, aber hat irgendjemand zwei von der rechtmäßigen Durchführung der vorher gangenen Wahl? Wenn nicht, ist es egal, ich muss es nur fragen. Niemand? Gut, eine Sache noch, wir haben hier noch einen Gewinner. Andreas Brand, falls anwesend, bitte hierher kommen. Danke. Jetzt darf Gutes sich vorstellen. Wie vorhin schon gesagt, mein Name ist Unterhörd. Ich bin Mitglied des Amtierenden, bis die Wahl abgeschlossen ist. Höher noch? Versteht ihr mich? Besser? Gut. Entschuldigung. Ich war jetzt im amtierenden Landesvorstand bisher als Beisitzerin. Ich kategiere diesmal zur Stellvertreterin. Für die, die mich nicht kennen, ich bin Jahrgang 1964, verheiratet, habe einen Sohn, bin selbstständige Informatikerin. Ja, das wäre die wichtigsten, so ein Sprachteil. Mein Hauptpunkt war, habe ich letztes Jahr gesagt, die Kommunikation zu verbessern zwischen den Mitgliedern im Landesverband. Und an der Stelle, finde ich, ist meine Arbeit noch nicht abgeschlossen. Und ich würde mir sehr wünschen, dass wir, was Kommunikation angeht, uns nochmal deutlich besser verbessern und noch deutlich häufiger auch direkte Treffen miteinander haben, so wie jetzt hier und heute. Und da würde ich gerne dran weiter arbeiten. Dankeschön. Applaus Fragen an die Kandidatin Jan? Kannst du das Mikro anschauen? Hallo? Ich würde gerne von beiden Kandidaten wissen, ob sie auch bereit wären, dieses Engagement zum Beispiel im Beisitz oder in einem anderen Amt des Vorstandes vorzuführen? Ich fange mal an. Ich habe vorher gesagt, ich würde auch wieder als Beisitzerin kandidieren. Auch ich stehe als Beisitzer zur Wahl, ja. Ja, meine Frage geht an Marco. Du hast in deiner Vorstellung viel Basisarbeit beschrieben, die du auch im Vorstand machen willst. Hast auch begründet, wieso du die da besser machen kannst. Welchen Gewinn bringst du denn denn für den Landesvorstand Baden-Württemberg konkret, abgesehen von dieser Arbeit, die du beschrieben hast? Da hast du mich jetzt noch einen falschen Fuß, aber ich muss sie ganz ehrlich sagen. Ja, ich denke mir mal, dass man als Vorstand vielleicht noch etwas, weitreichender, dass ich vielleicht auch noch etwas effizienter durchführen kann. Weil die Wege sich doch wesentlich verkürzen, innerhalb des Vorstands etwas zu entscheiden, oder dass ich jetzt von der Basis her bis noch einen Vorstand tragen muss. Gibt es noch weitere Fragen an die Kandidaten? Keine weiteren Fragen? Es bewegt sich niemand zum Mikro. Dann bräuchte ich jetzt langsam mal einen Wahlleiter. Ah, da gibt es noch eine Frage. In Anbetracht gewisse Ereignisse, die in letzter Zeit stattgefunden haben. Seid ihr beide verwandt, verschwägert? Also meines Wissens bin ich verheiratet mit Roland Balbenhofer. Mein Sohn heißt Rüdiger Hens. Dass ich Marco auch noch irgendwie wäre mir neu. Also aus meiner Familie ist meines Wissens nach keiner über Piratenpartei. Und noch nicht mehr hier im LV ansässig. Also nein, ich glaube es nicht. Schön zu hören. Dankeschön. Gibt es noch weitere spontane Fragen an die Kandidaten? Okay. Und zwar eine Frage an die Lute. Und zwar, was würdest du als stellvertretende Landesvorsitzende anders machen, als als Beisitzerin im Landesverband? Ich gehe davon aus, dass ich dann deutlich häufiger irgendwie auch mal wirklich die Vertretung machen würde. Also sprich, wenn der Lars irgendwie nicht bei irgendeinem Termin kann, eben auch den öffentlichen Auftritt mit dazu. Als ich das jetzt im Amt als Beisitzerin gemacht habe. Meine Frage geht an die Lute. Die stellvertretende Vorsitzende hört vor allem nach Ihnen. Glaubst du das zum Beispiel auf die Fähigkeit, Konflikte innerhalb der Piraten zu schlichten? Ja, glaube ich. Weil ich glaube, dass ich an einigen Stellen im Rahmen der Manning-Listen-Administration beispielsweise das schon hingebracht habe. Und ich glaube auch, dass ich ansonsten dazu in der Lage bin. Ja. Rute, eine Frage an dich. Wie wichtig ist dir Datenschutz? Ja, ist Datenschutz sehr wichtig. Ich nehme an, du sprichst oft das Thema BWMISC an, was ich ja schon draufgeschrieben habe. Es geht nur darum, dass Datenschutz nicht irgendwo eine Entschuldigung dafür sein kann, wenn es um irgendwelche sonstigen Taten geht. Gut, gilt das auch, wie im konkreten Fall Daten von Dritten involviert sind? Also bist du dann auch bereit, dich über Datenschutz hinwegzusetzen? Tobias, kannst du die Frage nochmal, bitte? Im konkreten Fall waren ja Daten von Dritten noch involviert. Bist du auch in dem Fall weiterhin bereit, dich darüber über Datenschutz hinwegzusetzen, wenn es um Daten von Dritten geht? Wenn mir jetzt ganz klar wäre, was du meinst, würde ich es beantworten. Also einfach mal grundsätzlich, ich meine, dass man schon, wenn man in der Lage ist, Daten jemandem zuzuordnen und in einem konkreten Fall, wo es ein Problem gegeben hat, dass man diese zuordnen darf, ja. Unabhängig von der Quelle der Daten? Nein, das kommt drauf an. Also wenn ich irgendwie rechtmäßig Zugriff auf die Quelle habe, ja. Gibt es weitere Fragen an die Kandidaten? Es bewegt sich niemand zum Mikro, dann bitte ich mal irgendjemand, der an der Tür steht, einen Wahlleiter reinzubinden. Ich stehe nämlich, glaube ich, beide draußen. Ein Wahlleiter, bitte. Wir haben eine Wahl, Herr Wahlleiter. Die Kandidatenvorstellung ist durch, es hat niemand mehr Fragen. Wahleiter, bitte nach vorne. Wahleiter, bitte nach vorne. Wahleiter, bitte nach vorne. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Kandidaten sind diese beiden bisher. Ist verkündigt. Warum steht da Marco Gespernitz? Da steht Marco Goldbart. Lesen ist manchmal von Vorteil, Herr Wahleiter. Entschuldige, ich habe das hier nicht richtig erkannt. Also, nochmal zurück. Dieser Mann hier heißt Marco Goldbart und diese Frau hier heißt Gute Haut. Ich bin bestimmt zuerst ein Kreuz zu nicht ab, bevor ich noch gesagt habe, dass die Kandidaten schä Lunar sagen. Das war, wenn ich noch mal draufhauen. Ist das eine der Ciel? Das ist eine der Ciel? Diese ist eine der Ciel. Und wenn ich noch mal draufhauen. Ich habe es noch ein paar Minuten. Ich bin gespannt. Kandidat 1 ist Marco Wolpert. Kandidat 2 ist Uwe Haupt. Kandidat 1 ist Uwe Haupt. Kandidat 1 ist Marco Wolpert. Kandidat 2 ist Uwe Haupt. Sie können nie gehabt werden. Kandidat 1 oder Kandidat 2 oder beide Kandidaten oder Nein Stimmenfälle oder den Stimmzettel-Lehrer. Alle anderen Kennzeichnachungen führen zur Unglücklichkeit des Stimmzettels. Die Auswahl Nein befindet sich rechts und knapp Stimmzettel. Kandidat 1 ist Uwe Haupt. Kandidat 1 ist Uwe Haupt. Kandidat 1 ist Uwe Haupt.rar 00,000,000,000,000,000,000,000 ist Uwe Haupt. ruhig zu sein, damit alle Leute verstehen können, was gesagt wird und nicht von irgendwelchen Bequasseln, die gerade zwei Meter weiter gestört werden. Danke. Also, Kandidat 1, Marco Beuthmann, Kandidat 2 und der auch. Hat irgendjemand Fragen dazu noch? Kommt ihr hierher? Einer nach dem anderen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe mich an die Wahl gebeten, dass ich die Stimmzettel zweimal falte, weil ich die Stimme brauche. Haben alle einen Stimmzettel? Nein. Nein. Ich habe die Stimme. Vielen Dank. 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 ... 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 Meine Nummer angucken habe ich mir sagen lassen. Vielen Dank. 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 Nati? 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 Danke. Danke. Es gibt eine Kandidatenvorstellung. Hallo. Hallo. Ich fass' Sei zurück. Ich wohnen. Ich wohne im Keller. Ich bin der Kandidat. an der Oder und ein paar Male Begadies für die Jünger. Ich bin der Bezirksschatzmeister des Bezirksverband Tübingen. Hört das mal hoch. Ich bin Pirat seit 2009, seit der Bezirksverbandsgründung Tübingen. Das lässt man zu meiner Person ansehen. Hallo, ich heiße Nathaniel Wiener, bin 21 Jahre jung. Ich bin seit 2009 der Piratenpartei Deutschland und war bis zum Eintritt in die Piratenpartei in keiner anderen politischen Organisation oder Partei tätig. Innerhalb der Piratenpartei habe ich schon viele Aufgaben wahrgenommen. Beispielsweise bin ich derzeit einer von zwei Kassenprüfern im Kreisverband Konstanz. Ich bin Finanzbeauftragter des Regionalverbandes, äh, Vorstand des Verbandes natürlich, Altmark. Helfe mit meinem Wissen in Satzungsfragen verschiedensten Vorständen. Habe die Gründungsversammlung des Kreisverbands Reinecke-Heidelberg formal vorbereitet. Die Kreisverbands Mustersatzung, die von vielen Kreisverbänden derzeit verwendet wird. Helfe mit Marco Golpert gemeinsam geschrieben. Und habe die Kandidaten für den Landesvorstand die letzten zwei Monate vorgestellt. Auch wenn ich derzeit noch nie das Amt des Schatzmeisters inne hatte, so habe ich durch den Kontakt zu verschiedenen Schatzmeistern, als Finanzbeauftragter des Regionalverbandes Altmark und als Kassenprüfer des Kreisverbandes Konstanz, eine weite Einsicht in die Finanzverwaltung unserer Partei geworfen. Außerdem habe ich eine langjährige kaufmännische Ausbildung hinter mir. Aber ich kandidiere nicht, um mein Vorstandsamt zu besetzen, sondern um das folgende Projekt umzusetzen, das meiner Meinung nach besser jetzt als später umgesetzt werden sollte. Oberste Priorität sollte die Fortbildung der Schatzmeister haben. Und dabei ist es egal, wie der künftige Schatzmeister heißt. Wichtig ist, dass der Schatzmeister die Grundlagen der Buchführung kann, bzw. dass die Schatzmeister das können. Kurz darauf folgt auch schon die Umgestaltung der Finanzverwaltung. Dies betrifft die Schatzmeister wie die Kassenprüfer. Wir haben in einem Verband das Problem gehabt, bzw. haben es noch, dass Originalunterlagen an unser Steuerbüro nach Hamburg verschickt wurden, jedoch bis heute keine Unterlagen wieder zurückgekommen sind. Diese wurden aber nach eigenen Angaben zu Steuerbüros verschickt. Zum Glück hat der Schatzmeister der Untergliederung alle Unterlagen eingescannt und somit digitalisiert. Diese Digitalisierung ist kein Standard. Die soll sich ändern, um den Kassenprüfern die Möglichkeit zu geben, jederzeit in die Buchhaltung eingibt zu haben. Außerdem sollen, wie in der Grundsatzung vorgesehen, die Mitgliedsbeiträge auf die unterste Untergliederung gezahlt werden. Somit werden viele Buchenden wieder auf die Masse der Schatzmeister verteilt. Dann gibt es noch das Thema Transparenz. Dieses gibt es meiner Meinung nach derzeit nicht in der Finanzverwaltung der Piratenpartei, bzw. nur sehr eingeschränkt. Die soll sich durch eine transparente Haushaltsführung, aktuellen Zahlen Micky und einer Schatzmeister-Mampelstunde einmal in der Woche ändern. Der Landesverband hat noch einige Vorderungen gegenüber seinen Gliederungen. Diese sollten so schnell wie möglich eingezogen werden. Aber wir haben auch noch Verbindlichkeiten gegenüber unseren Mitgliedern, die immer und immer wieder Geld auslegen, um die Arbeit im Landesverband zu ermöglichen. Sicherlich wäre es schöner, wenn man alles spenden würde. Jedoch sind 50 Euro für den einen oder anderen sehr viel Geld. Wir stehen schon mitten in den Vorbereitungen für die kommende Bundestagswahl 2013. 2013 wird der Bundestag neu gewählt und die Piraten werden 2013 wesentlich mehr Geld eingeben als jetzt, da wir das Geld ja erst 2013 brauchen. Richtig? Falsch! Alles Geld, was wir für 2013 brauchen, brauchen wir schon dieses Jahr. Grund dafür ist die Parteienfinanzierung. Denn 2012 wird das Jahr sein, dass für die Höhe der Parteienfinanzierung, also Obergrenze, für das Jahr 2014 erscheint ist. Und 2014 ist nun mal das Jahr der Europa- und der Kommunalwahlen in Baden-Württemberg, die am selben Tag stattfinden. Und deshalb ist mein Ziel für dieses Jahr, dass wir für die Bundestagswahl 2013 100.000 Euro zurückstellen. Wenn jedes Mitglied ab dem heutigen Tage 10 Cent jeden Tag spenden würde, bitte nicht wörtlich nehmen, eine Muten kostet viel Geld, also eine Überweisung jeweils, hätten wir ein Spendenaufkommen bis zum Ende dieses Jahres von 78.774,70 Euro. Bei 50 Cent jeden Tag wäre das schon eine stolze Summe von 393.748,50 Euro. Mit diesem Geld könnte man nicht nur eine Landesgeschäftsstelle mit Personal über mehrere Jahre führen, sondern die Parteienfinanzierung für 2014 wäre aber entsprechend hoch und wir hätten für 2013 richtig viel Mittel zur Verfügung. Natürlich können wir das Geld auch anders einnehmen. Denn ich persönlich bin vom Fundraising nicht abgeneigt. Mir ist es einerlei, ob das Geld von uns kommt oder ob es von außen kommt. Wir brauchen das Geld. Nun kennt ihr mein Projekt, wisst, was ich vorhabe. Und ich hoffe, ich habe euch vor Augen geführt, dass der politische Erfolg ganz zentral auch von unseren finanziellen Möglichkeiten abhängig ist. Möchten wir unsere Ideale von Transparenz, Datenschutz, Bürgerrechten, soziale Gerechtigkeit umsetzen, brauchen wir eine solide Finanzpolitik innerhalb des Landesverbandes. Und diese werden wir, oder dies kann ich, euch mit meinem Projekt bieten. Danke. An dieser Stelle kurz noch ein Auge von mir. Wir haben einen Antrag von Christoph Vorliegen auf Ämterkumulation. Willst du nochmal gerade selber vortragen? Das ist erst gemacht und dann die Fragerunde. Ja, also, wie bereits gesagt bin ich der Bezirksstaatsmeister im BZV Thüringen. Und ich fühle mich dem eigentlich immer noch sehr verantwortlich. Dementsprechend möchte ich meine Ämterhäufung beantragen, sprich die Kumulierung, um den Bezirksverband jetzt einfach nicht von Stich zu lassen. Okay, das dazu. Erstmal würde ich jetzt sagen, Fragen an die Kandidaten. Ja? Ja, ich würde mich interessieren, der Nati hat ganz viel erzählt, was er ausbildungsmäßig schon gemacht hat. Du bist Schatzmeister bereits. Hast du auch, also, neben dem schon irgendwas, was dich davor qualifiziert hat, das zu machen? Oder, also, kommst du damit gut zurecht? Ich war im THW früher Verwaltungshelfer und habe mich da eigentlich schon relativ gut zurechtgefunden, was Buchhaltung angeht. Nati, tolle Rede. Was mich interessiert ist, meine Definition als Schatzmeister und ich bin Schatzmeister, ist, dass ich dafür sorge, dass die Finanzen korrekt verbucht, die Gesetze eingehalten werden und solche Dinge durchgeführt werden und ich eventuell ein Veto einlege, wenn ich der Meinung bin, meine Kasse geht kaputt, weil wir nicht so viel Geld haben, wie wir ausgeben wollen. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, du amtierst mehr für den Vorstandsvorsitzenden alle deine Ideen und tue mich da ein bisschen schwer, ob du vielleicht die Definition der Aufgabenstellung des Schatzmeisters mit der gemeinsamen Erarbeitung von Zielen innerhalb des Vorstands verwechselst. Weil ich denke, das, was du teilweise hier mit rübergebracht hast, ist das, was ich eigentlich vom Vorstand als Ergebnis haben möchte, wie sie die Vorgehensweise in den kommenden Monaten sieht. Da hänge ich einfach von dir nochmal eine genauere Definition, was du als deine Aufgabe als Schatzmeister siehst. Die Aufgabe des Schatzmeisters, wie du richtig festgestellt hast, ist natürlich eine korrekte Buchhaltung, eine gehörte Buchführung. Schauen, dass genug Geld in der Kasse ist, keine unnötigen Ausgaben zulassen, mit seinem Veto eventuell. Aber meiner Meinung nach hat ein Schatzmeister auch Sorge zu tragen, dass in Zukunft, sprich 2013 und 2014, genug Geld in der Kasse ist. Das heißt, er sollte dafür Sorge tragen, dass wir finanzielle Mittel auch in Zukunft zur Verfügung haben, sodass wir auch handeln können. Denn ohne finanzielle Mittel ist das Handeln als Landesverband sehr schwer. Also ich hätte eine Frage an beide Kandidaten. An Sabterra, Christoph, wie viel Zeit hast du prozentual für den Landesverband jetzt schon als Helfer investiert und in Stunden vielleicht gesagt, noch ungefähr, wenn du das wirklich sie hören kannst, das muss jetzt nicht genau sein, natürlich machst du ja keine Zeiterfassung, das ist mir schon klar. Und an Nati habe ich die Frage, du wolltest schon mal aus der Versailles austreten, vor nicht allzu langer Zeit. Zuverlässigkeit ist eine der wichtigsten Eigenschaften eines Schatzmeisters. Da frage ich mich natürlich schon, wie sicher wir sein können, dass du ihn wieder plötzlich austreten möchtest. Und auch ansonsten hast du schon öfters irgendwas angekündigt und es dann nicht erschienen oder so. Du hast Sattungskonferenz zum Beispiel in Stuttgart wurde vorhin erwähnt. Da warst du auch nicht da, wo du dich angekündigt hattest. Das sind halt so Fragen, die ich mir da stelle, wo ich dir auch der Sammlung zum überlegen gebe, ob das okay ist. Also momentan bringe ich knapp eineinhalb Stunden am Tag für den Bezirk auf. Maximum. Das reicht vollkommen aus, um eine aktuelle Buchhaltung zu führen. Und in der Verwaltung für den LV, je nach Abruf, zehn, zwölf Stunden in der Woche. Maximum. Kann es echt nicht sagen. Ich gehe erstmal auf deine erste Frage ein. Das heißt, du hast recht, ich habe auch kurz davor, weil ich mich mit den politischen Inhalten bis zu einem bestimmten Punkt nicht mal Piratenpartei identifizieren konnte. Aber dieser Punkt, wo ich gesagt habe, so geht es nicht weiter, der hat sich geändert. Der hat sich in dem Punkt geändert, dass ich sage, ich weiß, dass wir weiterhin unsere Kernthemen vertreten. Unsere Kernthemen sind weiterhin wichtig. Wir wollen unsere Kernthemen umsetzen. Ein Thema wie BGE ist schön und gut, aber wir stehen eben auch für Freiheit im Netz. Eine Reformierung des Urheberrechts, des Verwertungsrechts etc. Also die gesamten Themen, unsere Kernthemen, dafür stehen wir auch. Und ich habe das zu dem Zeitpunkt, dass ich diese Aussage getroffen habe, nicht unbedingt berücksichtigt, dass wir weiterhin für unsere Kernthemen stehen. Da war das Thema eben BGE und das war ein, ja, es hat schon etwas an der Motivation gekratzt, sagen wir es mal so. Und ab dem Punkt, wo ich sage, wir tun weiterhin unsere Kernthemen betreten. Und ich denke, solange wir das auch machen, wird sich an meiner zukünftigen Motivation nichts ändern. An deinen zweiten Teil der Frage könntest du dich vielleicht noch mal stellen. Satzungskonferenz in Bittnaut hattest du vorbereitet, bist aber noch trotz angenehmlich erschienen. Das hat mich dann schon ein bisschen gewundert. Wir waren noch um so dritt oder viert dann dort. Während der Satzungskonferenz war ich leider krank. Es tut mir leid, dass auch ein Mensch mal krank wird. Also es tut mir wirklich leid. Ich war auch während des letzten Bundes- und des letzten Landesparteitags krank. passiert. Es ist doof. Ich weiß, dass ich das alle gekündigt habe und ich bin froh, dass ihr so großartig gearbeitet habt. Aber ich konnte leider selbst nicht kommen. Nati, ich glaube nicht, dass Fundraising die Aufgabe eines Schatzmeisters ist, ganz ehrlich. Und du hast auch viele Projekte angesprochen und ich sehe die auch nicht beim Schatzmeister. Glaubst du nicht, dass es vielleicht ein bisschen intelligenter wäre mit dem, was du vorhast, als Beisitzer oder ähnliches zu kandidieren? Die Frage ist, wie siehst du das? Du hast sicherlich recht, dass es auch andere Personen oder Ämter, das Projekt, das ich vorgestellt habe, sich für Vorbereitender umsetzen können. Sicherlich. Aber ich sehe beim Schatzmeister in den Aufgaben auch, wie schon gesagt, die Finanzmittel, so effizient wie möglich anzusetzen. Und auch eben dafür zu sorgen, dass wir weitere Geld nicht zur Verfügung haben. Das heißt eben auch, dass wir Fundraising haben. Dass die Verwaltung entschnackt wird und spricht mit einer Landesgeschäftsstelle, wenn das Geld da ist. Und dass wir Personal haben mit einer Landesgeschäftsstelle, wenn das Geld da ist. Et cetera. Aber da hat eben ein Schatzmeister wesentlich mehr Gewicht bei einem Geld als ein Beisitzer. Denn wenn ein Schatzmeister sagt, das würde vom Geld reichen, dann reicht es. Wenn ein Beisitzer sagt, das würde vom Geld reichen, reicht es nicht. Danke. Wir haben einen GO-Antrag. Aufschließung der Rednerliste. GO-Antrag auf Schließung der Rednerliste. Gibt es Gegenrede? Ich sehe keine Gegenrede. Noch, das ist eine Gegenrede formell oder begründet? Formell. Also stimmen wir ab. Wer ist dafür die Rednerliste zu schließen? Bitte die Karte heben. Und wer ist dagegen die Rednerliste zu schließen? Gut, damit ist die Wegnerliste geschlossen. Da gibt es noch einen Dio-Antrag. Redezeitbegrenzung 60 Sekunden. Gibt es... Was? Also nicht doch, oder es geht. Also es geht. Gibt es Gegenrede dagegen? Formell oder begündet? Formell? Okay, dann stimmen wir an. Wer ist dafür, die Redezeit auf 60 Sekunden zu begrenzen? Hinten jetzt bitte die Karte. Wer ist dagegen? Ja, gut, damit ist die Redezeit auf 60 Sekunden begrenzt. Nächste Frage bitte. Sven, gerade so genannt. Hi, Fragen beide. Wir wissen jetzt, es kommt gerade die Rückstand. Und die Arbeit ist sehr zeitintensiv vom Landesstaatsmeister. Seid euch beide 100% sicher, dass ihr die Zeit aufbringen könnt? Ja. Ja. Gut, bitte. Ich habe einen Hinweis. Ich muss mich sputen, weil ich wollte, ob sie zu kurz sprechen darf. Einen Hinweis an die Versammlung, weil vielleicht sich jemand gewundert hat, warum Christoph schon für den Landesvorstand arbeitet. Er hat letztes Jahr nach der Berlin-Wahl eine Beauftragung von uns bekommen. Nur als Klarstellung, falls sich jemand wundert. Dann habe ich noch eine Frage an Nati. Du hast gerade gesagt, dass du eine langjährige kaufmännische Ausbildung genossen hast. Kannst du das bitte detaillieren? Die Frage ist, was willst du denn denn hier da haben? Das ist eine langjährige kaufmännische Ausbildung nach deiner Auffassung. Welchen Beruf gelernt hast du? Hast du einen Beruf gelernt? Es ist Schule gewesen. Es ist eine schulische Ausbildung gewesen, eine fünfjährige schulische Ausbildung, in der ich nicht nur die Grundlagen der Buchfügung beigebracht bekommen habe, sondern auch eben Abschlüsse der HGB etc. Ich hoffe, ich konnte eine Frage zur Freude erbauen. Gut, die nächste Frage. Frage an beide Kandidaten. Mit welchem Ausmaß und Transparenz, besonders in Bezug auf den Datenschutz, möchtet ihr euer Amt begleiten? Stichwort Spenden. Prinzipiell sage ich, da gilt eigentlich die Bundessatzung. Und ich halte mich einfach dran. Alles, was über 1.000 Euro ist, tut veröffentlicht. Also ich würde mich dem anschließen. Also die Bundessatzung gibt es vor. Gut, die nächste Frage. Erstmal eine kurze Stellungnahme meinerseits bezüglich eines Schatzmeisters. Ich sehe nicht die Rolle eines Schatzmeisters, uns Geld zu organisieren und zu entscheiden, wo es eingesetzt wird. Und ich sehe auch nicht die Wichtigkeit, uns hineinzufügen zu stellen. Wir waren erfolgreich, wo wir engagierte Mitglieder hatten. Und da hatten wir noch gar kein Geld und da hatten wir über 2% gewonnen. Und wenn wir uns nur noch nach Geld orientieren und nach dem, was wir irgendwo brauchen, damit wir erfolgreich sind, dann denke ich, haben wir verloren als Piraten. Daher meine Frage an dich, Nati. Du willst ja unheimlich politisch in diesem Amt sein, indem du definierst, wofür Finanzmittel eingesetzt werden. Oder habe ich das irgendwie falsch verstanden? Ein Schatzmeister schlägt einen Haushalt vor, dem Vorstand vor. Und der Vorstand entscheidet gemeinsam, wo die Geldmittel hinfließen. Somit entscheidet der Vorstand. Der Schatzmeister legt lediglich einen Vorschlag ab und der Vorstand entscheidet sich nicht. Gut, da drüben steht jemanden am Mikro. Hallo, eine Frage an Nati und Seb Terra. Der LV war bürt bisher mit Dienstbeiträge nicht per Lastschrift eingezogen. Wie sehen da eure Lehne aus? Ich werde das auf jeden Fall so weiter behalten. Einfach aus dem Grund, wenn irgendwas zurückgeführt wird, entstehen Gebühren. Die hat der LV zu tragen. Und da bin ich nicht bereit, irgendwie noch Gebühren auszugeben. Aber hier fülle ich mich keine Vormitteln an. Die letzte Frage. 60 Sekunden, ich mache es kurz. Nati, du bist damals Wahlkampfmanager gewesen mit Kungler und hast relativ schnell dann, glaube ich, auch geschmissen. Du kannst uns näher erläutern, warum. Dann, Frage an beide. Wie wollt ihr die Akten aufbewahren? Wie ist die Sicherheit der Akten sichergestellt? Nochmal, bitte. Die zweite Frage geht an beide. Wie wollt ihr sicherstellen oder wie wollt ihr die Schatzmeisterunterlagen aufbewahren, dass ihr vom Zugriff anderer Leute sicher seid? Also die erste Frage, da müsste ich etwas weiter ausholen. Ich war mit Matthias Wahlkampfmanager. Ich bin, diese Beauftragung wurde ausgeschrieben auf mein Witten hin des Landesvorstands. Das kann ich gerne bestätigen. Das war damals noch unter dem Vorsitzenden Merz. Und haben schlussendlich nach mehreren Monaten, nachdem ich eingetudelt ist, beziehungsweise eine Einzelbewerbung eingetudelt ist, wie es von Matthias Schrade, wurde ich gebeten, von einem Landesvorstandsmitglied zu kandidieren. Das habe ich gemacht. In der Landesvorstandsitzung wurde ich mit 5 zu 0 zu 0 abgelehnt. Ich weiß ja nicht, wie es mit dir ist, wenn man erst dich bittet und dann so abbügelt, wie motiviert du daran bist. Aber ich habe das probiert. Ich habe probiert, mit Matthias zusammenzuarbeiten. Ich muss aber sagen, bei aller Liebe, Matthias, aber man kann mit dir nicht zusammenarbeiten. Das habe ich dir aber schon gesagt. Das habe ich dir geschrieben. Und schlussendlich habe ich gesagt, ich kämpfe hier nicht mehr weiter für den Windmühlen an. Und habe gesagt, es bringt nichts, wenn ich hier weiter Energie reingehe. Deshalb habe ich das drüber gezogen. Die zweite Frage, wo Akten aufbewahrt werden, ich würde sie gerne in einem Feuerwässer-Safe aufbewahren. Das Problem ist, ich habe keinen. Hast du mal? So, drei sind die mir jetzt auch noch. So, ich muss mich dann auch. Sorry, ich muss mich noch nicht. Also bei mir zu Hause liegen die Unterlagen für den WZV in einem abschließbaren Schrank und die allerwichtigsten in einer abschließbaren Kasse in dem abschließbaren Schrank. Im Keller. Gut. Die Befragung der Kandidaten ist damit zu Ende. Die geht dann ein bisschen weit geschlossen. Damit können wir zur Wahl schreiten. Ich übergebe mal wieder an die Wahlleiter, die hier noch gerade rumkummeln. Eine wichtige Sache gibt es doch noch, bevor wir die Wahl machen. Wer hat ja vorhin den Kumpulierungsantrag? Frau Christoph. Jetzt die Frage an den Landesparteitag. Würdet ihr im Falle, dass Christoph gewählt wird als Landesschaftsmeister, seinem Antrag auf Ämterkumulation als Bezirks- und als Landesschaftsmeister zustimmen? Wer zustimmen würde, hebt jetzt bitte die Karte. Wer dagegen ist, wird jetzt die Karte heben. Okay. Der Antrag wird angenommen. Und im Falle, dass Christoph gewählt wird, darf er die Ämter kumulieren. Und damit gehen wir jetzt zum Arsch. Neues Spiel, neues Glück. Hat jeder einen Stimmzettel erhalten? Hat jeder einen Stimmzettel erhalten? Wenn nicht, bitte herkommen und abholen. Gut. Gibt es weitere Kandidaten für das Amt? Ah, ein Kandidat. Hier, der David, gibt es auch aus, wenn er es nicht gut checkt hat. Gibt es weitere Kandidaten für das Amt des Schatzmusses? Keine weiteren Kandidaten? Dann erkläre ich die Kandidatenliste hiermit für geschlossen. So, die Stimmzettelabgabe ist hiermit weiterhin unmöglich. Ihr habt eure Chance verspielt. Dankeschön, ihr werdet es vernichtet. Die Wahl hält man bitte zu den Urnen. Ich habe die Urnen schon an die entsprechenden Stellen gelegt. Die wirst du noch hingehen. Sie sind offen und sie hochhalten. Ich sehe die Urnen. Die Urnen zeigen. Bitte die Ohren verschließen. Bitte Bild- und Tonaufnahmen, Stream, Fernsehteams, Kameras, alles einstellen bis zur Beendigung des Wahlgangs. Alle bereiten Sie erklären, die Wahl hierfür eröffnet. Dann können Sie Ihre Stimme eröffnen. Das ist der Wahnsinn, wie oft die Leute hier filmen. Aber der macht großen Weinleitungen. Ja, das ist ein bisschen voll im Blick. Aber wir werden sehen, vielleicht haben Sie ja auch noch recht. Ja, das ist ja auch noch recht. Ja, das sieht nicht heiß. Aber ich glaube, es wird raus. Okay. Die Wahl ist ein bisschen ein bisschen. Okay. Die Wahl ist, dass Sie so einen schlocken Teil einer Esotiven machen. Ich glaube, es ist ganz folgen. Ja, wir müssen wissen, dass Sie sehen, dass Sie nicht nach Hause sind. Das ist ja sicher, dass Sie auch gerne ein bisschen schlafen. Ja, das sehr libert deixa ich mich auch vor, Philipp, es tut mir leid, es tut mir leid, für den ich nicht bin. Ich muss leider zu Hause bleiben. Wir versuchen das doch mal mit dem Load-Balancing. Von hier oben aus seid ihr immer sehr, sehr linkslastig, wenn ihr eure Stimmen abgeben wollt. Rechts ist weniger los. Eine politische Aussage. Eine politische Aussage. Zeichne mit den Videoaufnahmen. Wir mit? Du passt wieder mit. Ja. Wir mit? Haben alle ihre Stimme abgegeben, wollen ihre Stimme abgegeben? Die Wahlurne, die bereits fertig sind, muss ich jetzt gerade mal anstellen. So, ein Tauchen, eine Tauchen. Das ist meins. Gucken, gucken, gucken. Ich bin ja noch in der Nase, Profil, meine Hose hier. Ich bin bald wieder Basis. Ich muss mich an meine kommenden Rechte verschieben. Ich bin ja noch in der Nase. Ich bin ja noch in der Nase. Ich bin ja noch in der Nase. So, haben alle ihre Stimme abgegeben? Haben alle ihre Stimme abgegeben? Haben alle ihre Stimme abgegeben? Ich bin ja noch in der Nase. Ich habe ja die Wahl jetzt wieder geschlossen. Ihr könnt das Dream theoretisch neu starten. Wir streiten mit der Auszählung nach hinten. Jeder, der die Wahl jetzt auch so auszudäen möchte, möchte nach hinten kommen. Und wir kummeln da ganz intransparent, wir lassen keine Basis auf. Man kann das tun, aber im Augenblick, das ist relativ witzlos, weil die Aussage in Kraft zu zu gering ist. Werden sollten wir das später machen. Man muss halt auch eins dazu sehen, das Ganze ist ehrenamtlich. Ich habe wahrscheinlich in dieser Aufgabe, die reine Verwandlungsaufgabe mittlerweile ein paar Zeiten reingesteckt mit 1400 bis 1500 Stunden. Denn enthalten sind natürlich auch ein bisschen Softwareentwicklung, damit mir die ganze Arbeit im Prinzip leichter fällt. Das nur mal als Hintergrund für diesen gewaltigen Arbeitsaufwand, der da eigentlich drinsteckt. Natürlich ist es unschön, ich hätte mir auch gewünscht, ich hätte im Prinzip das komplett durchführen können für 2011 und auch schon für die Anfänge 2012. Da muss man ganz ehrlich sagen, ich meine, ich habe einen Unterruf, ich muss dem Unterruf nachgehen, ich habe eine Familie, ich muss die auch ernähren. Und zu mehr geht einfach nicht. Das nur mal so als Hintergrundinformation. Ja, ich wollte noch ein, zwei Worte auch sagen. Wir haben sehr viele Neumitglieder hier. Die Piraten sind in den letzten Jahren enorm gewachsen. Dementsprechend ist der Arbeitsaufwand enorm gewachsen. Ich bin selbst nicht in der Buchhaltung, aber soweit ich weiß, muss da immer noch mit Excel-Tabellen umhantiert werden. Nein, sowas hat nicht mehr etwas vorbei. So etwas hat ein eigenes Tool entwickelt, um diese Übertragung zu ermöglichen. Der Arbeitsaufwand ist enorm angestiegen und das darf man einfach nicht vergessen. Da sind wir noch die Strukturen von der Partei, das sind in meinen Bereichen, die extrem klein ist. Aber das sind eben, ja, in der Zwischenzeit können wir uns mit den Grünen messen. Also, da muss noch einiges angefasst werden. Damit ist klar, es ist nicht alles so flach läuft und es ist gerne gewünscht. Aber bisher hat alles geklappt. Ja, ich würde eigentlich dazu nur folgendes sagen, ich habe gestern am Telefonat gehabt oder vorgestern, hat mir aber helfen wollen. Auch das sehe ich so. Ich will eigentlich mit meiner Aussage nur eins erreichen, da ich aufgemacht habe als Schatzmeister, dass es eben mit so einer ehrenamtlichen Tätigkeit in einem Bereich, wo es um schwarz und weiß geht. Also, wenn mir einer einen Kassenbericht vorlegt, weil 14 Euro mehr drin sind, ist das zwar toll, aber der beste Kassenbericht ist null auf null. Also, was ich einfach damit vermerken möchte ist, wir müssen ja auch wieder einen Schatzmeister wählen. Und wir brauchen ja wieder jemanden. Wir müssen uns einfach in diese Richtung auch auf Professionalität einstellen. Und da ist die große Frage eben gegeben, können wir wirklich auf zwei, drei Stände, Infostände oder Plakate verzichten und holen uns wirklich jemanden ins Haus, der sagt, okay, ich nehme ab dieser Größenordnung oder ab diesem Verband oder wie auch immer das nicht mehr ehrenamtlich war, sondern mit jemanden an die Seite, der das auch professionell kann. Auch ich habe ein Unternehmen, auch ich investiere viele Stunden. Ich habe das Glück, dass ich Mitarbeiter habe, die mich da involvieren können. Aber ich stelle es trotzdem selbst in Bezug auf Stuttgart so dar, dass wenn hier jemand da, der bezahlt wird, der zur Verfügung steht, es wird eigentlich viel besser werden. Ich möchte mal zu dem, was ich gesagt habe. Das war weniger gedacht als Bashing in der Vergangenheit, sondern wirklich auch der in Zukunft berichtet, weil wir einfach glücklicherweise extrem stark wachsen und ich glaube, die Schatzmeister wirklich einen Job machen, der dementsprechend arbeitsintensiv ist. Das wissen wir ja, ist arbeitsintensiv, ist ehrenamtlich und nichtsdestotrotz für gewisse Ungereimtheiten und alles. Da gibt es sicherlich immer Begründungen und auch gute Begründungen. Und die seien auch akzeptabel jetzt für die Vergangenheit, nur für die Zukunft. Da muss man wirklich schauen, ob man, ja, irgendwelche Gründungen, Ursachen hin und her. Es muss im Endeffekt einfach stimmen. Und wenn wir hoffentlich größer werden und irgendwie mehr aufbreiten, dann kommt vielleicht auch mal irgendein Externen und versucht dann da irgendwie, ja, ich sage jetzt mal was unterzuschieben oder was weiß ich was. Und das sollte natürlich auch relativ wenig Angriffsfläche bieten. Und generell, die Schatzmeister denke ich, eine Arbeitsentlastung, auch in der Welt, wie gerade angesprochen, dass man auch die Aufgaben produziert. Das stimmt nicht dagegen, dass jemand anderes die Dinge verbucht, die Verantwortung vielleicht trotzdem beim Schatzmeister. Ja, weil ansonsten ist es wirklich so, dass die Schatzmeister die Menge einer Aufgaben, die Fülle einfach nicht mehr leisten können. Und das geht dann, ja, zu Lasten, der Qualität, der Buchhaltung. Und genauso wie mit der Prüfung, drei Stunden Prüfung, klar, vielleicht schnell gearbeitet, sehe ich auch so. Aber je schneller man arbeitet, das kann man einfach auch nicht, je schneller wird, desto weniger sorgfältig. Von daher muss halt alles immer irgendwo im Rahmen bleiben. In Zukunft müssen wir schon gucken, dass wir das professionalisieren und sagen. Und die Vergangenheit darf ich jetzt nicht darauf hinweiten, dass wir die Vergangenheit wirklich in Zukunft finden können. Ja, ich habe einen GO-Antrag. Dienstung der Rednerliste. Hat jemand Gegenrede? Ja. Okay, kommen wir an. Wer ist dafür, die Rednerliste zu schließen? Wer ist dagegen die Rednerliste zu schließen? Gut, damit ist die Rednerliste geschlossen. Wer noch drauf möchte, müsste jetzt zu einem der weiteren Rednerliste gehen. Ja, Herr Ulrike vom Stammtisch Esslingen. Ich möchte nur so viel sagen, ohne jetzt irgendeinem Schatzmeister ans Bein krissen zu wollen. Aber wie sollen wir jetzt für eine Entlastung des Vorstandes in finanzieller Art entscheiden, wenn wir eigentlich überhaupt keinen vollständigen Bericht darüber haben? Also ich möchte doch der Versammlung nahe legen, die ganze Entlastung in finanzielle Art zu verschieben und die ganze Prüfung nochmal durchzuführen. Danke. Ich möchte nochmal was darauf antworten. Wir haben jetzt zu entscheiden über die Entlastung seit Mitte 2010. Also die vom letzten Parteitag ist ja auch noch ausstehen. Und zumindest für das Jahr 2010 liegt ja ein Rechenschaftsbericht vor, der auch von den Wirtschaftsprüfern bestätigt wurde. Also der ist vollständig, klar, für 2011 ist noch kein Abschluss da, aber für 2010 ist zumindest alles vollständig und abgeschlossen. Ja, es kann nicht sein, dass wir immer wieder jedes Jahr die Entlastung des Schatzmeisters verschieben, auch das folgende Jahr, bis dann der Abschluss vom Wirtschaftsprüfer da ist. Wir sollten eigentlich auch dazu in der Lage sein, die Buchhaltung zeitnah zu erledigen. Wir hatten das Problem mit dem letzten Schatzmeister, da war ich irgendwann überfordert mit der Vielzahl der Mitglieder, die noch eingetreten sind. Das ist eine schöne Entwicklung. Da hat es Thomas gemacht, musste aufarbeiten. Und irgendwann hat dann Thomas auch gemerkt, ja, ich bin überfordert. Da muss dann einfach mal auch ein Hilferuch vom Schatzmeister kommen, zwischendrin, zwischen dem Jahr und sagen, ich schaffe das jetzt nicht mehr, sind Leute da, die mir helfen können. Und das wäre auch gar kein Beinbruch gewesen. Es werden sicherlich, Thomas, sicherlich ganz viele Hilfe bekommen. Jetzt, für die Zukunft müssen wir das so regeln, dass auch der Schatzmeister der Kandidier sicherstellen muss, dass er dieser Aufgabe gewachsen ist. Es ist, denke ich mal, die undankbarste Aufgabe im Landesvorstand. Deswegen herzlich herzlichen Dank an Thomas, auch wenn es nicht so ganz rund gelaufen ist. Aber der neue Schatzmeister muss wissen, er hat ganz viel Arbeit und die muss er auch auf die Reihe bringen. Und ich würde auch jetzt die Entlastung nicht durchführen für 2011, sondern das auf eine zukünftige Prüfung verschieben wollen. Wir haben zwei Entlastungstagesordnungspunkte. Einmal finanzielle Entlastung des vorherigen Vorstandes, also bis Kehl, das in Kehl vertagt wurde. Und einmal die Entlastung des jetzigen Vorstandes. Jetzt kommt erst noch eine finanzielle Entlastung des vorherigen Vorstandes. Und von dem Zeitraum war, wie schon gesagt, der Entlastungsbericht, der jetzt vorgetragen wurde. Da haben wir eine Frage. Ich bin der Matthias von Essling und ich habe für den Landesverband, beziehungsweise seit 2008 bis 2010, die Buchhaltung mitgemacht, bzw. unterstützt den Ortal damals. Und ich erinnere jetzt einfach an die Worte unseres Vorsitzenden. Es geht hier um Vertrauen. Der GEDA, den habe ich kennengelernt, schon vor eineinhalb, zwei Jahren. Ich habe ihm damals auch mitgeholfen. Und ein Stück weit Vertrauen werde ich jetzt einfach auf den Tisch legen und euch bitten. Ich würde mich bereit erklären, dem neuen Schatzmeister, den Einklang und den Übergaben mit dem GEDA, das wieder an euch anzubieten, dass ich da helfe. Und auch zwei, drei Leute ansprechen, die das 2009 bis 2010 gemacht haben. Ich finde, der GEDA hat, auch wenn ich jetzt direkt keine Buchführung gesehen habe, die letzten sechs, acht Monate, das mehr als perfekt gemacht. Und mehr ist natürlich für mich jedem klar sein, der das noch nie gemacht hat, mit Ordnung zu arbeiten, mit Belegen zu arbeiten, mit Geld zu arbeiten, dass dort an Vertrauen einfach herrschen muss. Und ich gehe nochmals zurück auf die Worte. Vertraue einfach dem GEDA, der hat seinen Job mehr als gut gemacht. Und ich bitte den nächsten an, da zumindest in meinem nächsten halben drei, für die haben nichts zu tun. Ich möchte kurz anfügen, darf ich mit dem Thema Belege verbuchen. In der Praxis sieht es so aus, dass Belege, und das ist ja auch das Schatzmeister, dass Belege in der Bühne werden. Dann geht es nicht. Sorry, aber Sie hatten, soweit ich weiß, die Redeliste geschlossen, oder? Dann ist es geschlossen. Sorry. Also, wenn die Redeliste geschlossen ist, ist es einfach dicht. Was? Gibt's nicht. So. Damit wäre der Tagesordnungspunkt auch abgedeckt. Im Bericht der Rechnungsprüfung kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Die finanzielle Entlastung, bevor er geht. Danke an Jens für den Bericht. So. In Kehl, am Landesparteitag, wurde die finanzielle Entlastung vertagt. Ansonsten wurde der Vorstand für die restlichen Gebiete entlastet in Kehl. Jetzt gibt's also die Frage noch, wollt ihr den Vorstand von der vorhergehenden Amtszeit auch finanzielle Entlasten nach dem Bericht von Jens? Wer ist dafür, den Vorstand finanziell zu entlasten? Okay, und wer ist dagegen? Ja. Ganz klare Mehrheit für die finanzielle Entlastung des vorhergehenden Vorstandes. Ich wollte den Vorstand auch finanzielle Entlastung. Nächster Tagesordnungspunkt ist Tätigkeitsbericht des Vorstandes. Dazu bitte ich einfach mal den amtierenden Landesvorstand nach vorn an jeweils Tätigkeitsbericht. André, Carsten, Gunter, Thomas, Ute. Und zwar, als Vorsitzender bin ich ja quasi dafür zuständig gewesen, ein bisschen zu organisieren und vor allen Dingen auch den Landesverband nach außen zu repräsentieren. Das habe ich tatsächlich gleich gemacht. Ich habe eine Reihe von Vorträgen gehalten. Ich will jetzt nicht mit allen Daten werfen, ich werde es natürlich nicht stellen, mit den einzelnen Daten dabei sind. Vorträge waren dabei, es waren Podiumsdiskussionen dabei. Eigentlich sehr schön auch da. Wir haben ganz kurz noch Schönenmannheim da. Wir haben das Crash Manometer vorgestellt in Sputtgart. Ich war im CSG in Sputtgart dabei. Bei RegioTV war ich zweimal im Fernsehen. Da konnte ich mal mit einer CDU diskutieren dürfen. Das war recht heftig, die Diskussion. Einmal war ich bei einem etwas seltsamen Baden-Stammtisch eingeladen. Ich konnte da mit der Industrieministerin im Grunde reden. Ich habe eine ganze Reihe von Interviews im Zeitpunkt gehabt. Auch Radiointerviews, ECO-FM und Baden-FM und so weiter. War bei der Urheberrechtsklausur, war beim Kaminabend der Uni Freiburg, der Stiftung der deutschen Wirtschaft da. Ich habe dann mit diskutiert. Ich war natürlich beim Bundesparteitag mit dabei. Ich war bei zwei Wilei-Vorsitzungsvorsitzungen dabei. Ich habe auch einige Stiftungsgespräche mitführen dürfen. Leider, weil wir haben leider einige an Unruheherden im Landesverband. Auch das Firefighting, was hier dann so im Rahmen des KV Heidenheim stattfand, war auch recht intensiv. Bei der Anti-Akta-Devo war ich mit dabei und habe einem auch eine Rede gehalten. Statistik-Fu will ich gar nicht so viel machen, weil das wird wahrscheinlich der Karsten gleiche ausfällig tun, oder? Statistik? Ja! Da ist er nämlich gut drin. Ich will nur kurz sagen, wenn man sich mal ein Bild machen kann davon, was er als Vorstand so erwartet. Also wir haben ja jeder einen Postfach bekommen. Das war jetzt von mir vor zwei Jahren von der Piratenpartei. In der Zeit bin ich jetzt der Vorstand gewesen. Er ist das politische Geschäftsführer und als Vorsitzender. In der Zeit sind auf dem E-Mail-Konto, und das ist wirklich nur ein Konto, wo Vorstandslisten rübergehen, wo das Ticketsystem dranhängt und Anträge an den Vorstand dran kommen. Keine BW-Misc, also solche Dinge sind da nicht mit dabei. Es waren 53.000 E-Mails in diesen zwei Jahren. Also nur mal so als Größenordnung, das ist ein ganzer Haufen. Man ist da richtig viel mit beschäftigt. Wir haben auch im Schnitt im letzten Jahr pro Tag über zehn Tickets bearbeitet im Ticketsystem. Es ist schon einiges, was anfällt. Also wer sich da einfach einlässt, der muss halt wissen, was das damit bedeutet. Insofern gebe ich mal ein paar Seiten an, als wäre es passiert. Vielen Dank. 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 Das war so ein kleiner Insider, wir hatten im Vorfeld des Landesparteitags nett geklauscht und da hatte ich mir die Heidi zum Einzug hier gewünscht, aber naja, egal, also nur für euch als Hintergrund sozusagen. Ich will eigentlich auch gar nicht so furchtbar viel erzählen als stellvertretender Vorsitzender, da war ich natürlich die Vertretung für unseren André, dazu ist es zum Glück nicht wirklich gekommen, das heißt, ich war in der glücklichen Lage nicht wirklich in seine Fußstapfen springen zu müssen und habe mich soweit dann auf organisatorisches und verwaltungsmäßiges, beziehungsweise nach innen wirken, das beschränken können. Oder was heißt beschränken können, habe ich tun können. Was hat es umfasst, das sind im Prinzip die Vorbereitungen unserer Landesvorstandssitzungen, die jeweiligen Tagesordnungen erstellt und vorbereitet, natürlich nicht immer nur alleine, da haben andere auch mitgeholfen. Genau, ansonsten war ich im Prinzip immer, ja, ich habe sowas wie eine Geschäftsstelle, ein Anführungszeichen für mich, eine ganz kleine gemacht, das heißt, ich konnte, oder ich bin in der glücklichen Lage gewesen, dass ich während meiner Tätigkeit im Beruf immer mindestens ein Auge auf die Piraten werfen konnte, das heißt, ich habe von morgens bis abends mehr oder weniger unser Ticketsystem im Auge gehabt, konnte erste Antworten an Anfragen stellen, das war es jetzt natürlich auch gerade im Hinblick auf nach der Berlin-Wahl wichtig war, weil da sind wir natürlich überrannt worden, Berlin-Wahl ist, dahin geht natürlich auch um das Stichwort, wir haben kurz nach der Berlin-Wahl einen Online-Mitgliedsantrag beschlossen, den habe ich technisch umgesetzt und dann auch, ja, scharf gestellt, sodass dann ein Großteil der darauf folgenden, ja, Mitgliedsanträge dann glücklicherweise auch über diesen Online-Mitgliedsantrag gelaufen sind. Also der Online-Mitgliedsantrag ist dahingehend ganz geschickt, weil die, ja, automatisch zumindest auf die Bezirke verteilt, oder teilautomatisch auf die Bezirke verteilt werden, sodass also nicht der gesamte Arbeitsaufwand dann am Landesvorstand hängen bleibt. Parallel dazu habe ich noch angefangen, dann die Landes-IT mit aufzubauen, die ich auch nach wie vor, ja, betreue und das auch weitermachen werde. Und, ja, was vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt ist, das ist auch jetzt gerade der Landesparteitag als solches selbst, weil ich hier den Punser technisch groß unter die Arme gegriffen habe, weil ihr, wie sicherlich vielen wissen von euch, wir ja mittendrin in einer Umstellung unserer Mitgliederverwaltung stecken. Das hat uns hier im Landesverband in relative Probleme gebracht, weil wir nicht auf unsere Mitgliederzahlen zugreifen konnten, auf die Adressen im Zweifelsfall und die ganzen Einladungen, die entweder in Papierform oder elektronisch per E-Mail bekommen haben, oder die sind alle durch meine Hände gelaufen, sozusagen. Ja, ich habe 800 Bliefe gefallen, die beiden, die Bibel und so ein Zeug, aber egal. Ja, das war im Prinzip dann auch so der letzte, ja, große Arbeitspunkt, den ich jetzt hier in meiner Landesvorstandstätigkeit hatte. Und jetzt will ich noch ein bisschen Zahlen, die André schon angedeutet hatte, sagen, ich habe jetzt mein Postfach nicht durchwühlt, wie viele E-Mails ich bekommen habe, aber ich kann euch einen Überblick geben, wie viele Anfragen der Landesvorstand in Gänze bekommen hat. Wir haben in unserer Amtszeit von Anfang Juni bis heute, beziehungsweise gestern Abend, 23.59 Sekunden, 2807 Anfragen an den Landesvorstand bekommen. Das heißt, das sind, wenn man das auf den Tag runterrechnet, müssten es knapp 11 Anfragen pro Tag gewesen sein, die so bei uns angekommen sind. Und es gibt ja auch durchaus eine deutliche Steigerung, was das monatliche Aufkommen angeht. Also vor der Landes-, vor der Berlin-Wahl, vor dem Einzug ins Abgeordnetenhaus, dort hatten wir ca. 100 Anfragen pro Monat und der ganze Rest hat sich dann auf ca. 300 im Monat eingependelt. Also da ist dann doch schon ein sehr deutlicher Anstieg an Arbeit letztlich zu verzeichnen gewesen. Ansonsten möchte ich noch zwei, drei Worte zur Landes-IT verlieren. Wir haben insgesamt mittlerweile sieben Untergliederungen, die die Landes-IT nutzen, das heißt, ihre Webseite bei uns laufen haben und auch zwei Arbeitsgruppen, zwei AGs. Ja, das war es soweit von meiner Seite und wer will eins nutzen? Die Kunde hat gemeint, die Öffentlichkeitspilaten sollen vorgehen und der Verwaltungskampf zum Schluss. Dann mache ich als nächstes Sven Kohler, das ist politischer Geschäftsführer. Den Tätigkeitsbericht habe ich ja schon vor ein paar Tagen ins Wiki gestellt, da hat sich nicht viel geändert. Gehen wir es nochmal, ja, gut durch. Die Aufgaben von politischen Geschäftsführern sind ja in der GO, in unserer Geschäftsordnung geregelt. Im Wesentlichen die Öffentlichkeits- und Pressarbeit koordinieren. Auch mit der Bundespartei, anderen Landesverbänden und Kontakt zu programmatischen Arbeitsgruppen. Ja, ich habe es langweiliges Pflichtprogramm genannt, was eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist, Teilnahme an Vorstandssitzungen natürlich, Teilnahme an Grundländer Presse-Treffen, das monatlich über Mammel stattfindet, das virtuelle Vorstände-Treffen. Da haben eben einen von uns hingeschickt, manchmal war es ein zweiter. Das Hauptding sind wohl Pressemitteilungen, wir müssen ja regelmäßig Pressemitteilungen, Blog-Einträge rausschicken. Das sind 49 jetzt in den letzten 274 Tagen geworden. In der Zeit war es sehr wichtig, wir haben die interessante Pressemitteilung umgestellt auf ein freies, nicht proprietäres und plattformübergreifend verfügbares System auf Fugfeuer. Vorher war das eine proprietäre Softwarelösung. Ein Applaus für Jasenka, weil wir das betreut, auf jeden Fall. Ich hatte am Anfang das Problem, dass ich keine Pressemitteilung versenken konnte, weil die bisherige proprietäre Lösung bei mir gar nicht gelaufen ist. Mit der Umstellung auf Fugfeuer wird dann mein Nachfolger vielleicht schon in ein paar Stunden die erste Pressemitteilung ausgeben können. Da stehe ich dann auch unterstützend zur Verfügung und gebe hier auch gerne einen Crashkurs, also dass wir dann fließend gehen können. Wir haben aktuell Stand Ende Februar 152 Pressekontakte in unserem Verteiler auf Landesebene drin. Da ist ja von irgendwelchen Freien Journalisten bis hin zum SWR alles mögliche vertreten, Presseagenturen. Das heißt, wenn wir was rausgeben, das Ost-SWR-Fernsatz oder da wird mir dazu geflüstert. Ich wollte mich nicht bei euch einschreiben. Ja, das ist also alles vertreten. Sprich, wenn wir was rausgeben, landet es auch bei allen großen Redaktionen. Und ja, wenn jämliche Journalisten da sind, gerade die Karte geben, ihr seid in fünf Minuten eingetragen und kriegt die PM heute Mittag auch sofort auf den Tisch. Überhaupt war ich die ganze Zeit und bin es auch jetzt immer noch für die Presse zu erreichen. Ich habe extra ein Handy dafür angeschafft. Er kam auch... Ja, ich war bis zur Wahl ein Handyverweigerer. Ja, da haben auch regelmäßig die Pressevertreter angerufen, so ein, zweimal in der Runde war da was. Da kam dann auch gelegentlich dann noch ein bisschen was darüber in die Presse. Das hat also gut funktioniert. Das Highlight war, glaube ich, nach der Berlin-Wahl, wo dann jemand vom SWR aus Karlsruhe bei mir angerufen hat und gemeint hat, ja, ich habe mit einem Kollegen in Stuttgart gesprochen, also mit einem SWR-Kollegen in Stuttgart und er soll sich hier bei mir melden, weil wir ja mit dem politischen Geschäftsführer vor Ort gesegnet sind, seine Wortwahl. Ja, das scheint also funktioniert zu haben. Ja, zu den Statistiken, ich kam auf so ungefähr 18.000 E-Mails, allerdings in einem dreiviertel Jahr und in zwei Jahren wieder vor. Dann kommen wir zu den interessanten Sachen, besondere Aktionen und Ereignisse. Klar, nach der Wahl in Berlin ist es richtig abgegangen. Das waren wirklich dann ein, zwei Wochen Vollzeit nur mit Anfragen, die wir bearbeitet haben, Presseanfragen, Anfragen von Privatleuten und und und, da war richtig was los. Eine andere Belastungsspitze haben wir uns selbst zuzuschreiben, unsere Mail mit den Mitgliedsbeitragserinnerungen, die an alle gingen, wegen den Transparenzrichtlinien da drin. Wir hatten, ich weiß nicht, außer hier, zwischen 200 und 400 Rückfragen, weshalb also um. Die Pressebezahlung hatten wir schon, dann das Catchmalometer, ganz wichtige Sache, das hat es ja dann auch, zumindest bis ins Rad und ein paar Medien geschafft. Das muss auch weiter gepflegt werden. Später wird hier noch ein Standtischwettbewerb, hoffentlich vorgestellt. Das Catchmalometer muss weiter gepflegt werden. Wir müssen gucken, welche Versprechen hält denn unsere grün-rote Landesregierung ein und wir dann vor der Wahl eine Abrechnung präsentieren, was sie denn alles so unter den Tisch haben fallen lassen. Da wird es einiges geben. Dann haben wir einen Coverpunkt rausgebracht für Stuttgart 21, Auflage von 50.000, Feedback war von den Stuttgart 21 Kritikern, oh mein Gott, wie schlimm, von den Stuttgart 21 Befürwortern, oh mein Gott, wie schlimm. Das heißt, wir haben es richtig gemacht. Ja, die Urheberrechtsklausur wurde auch schon erwähnt, war eine sehr schöne Veranstaltung, leider waren wenig Leute da. Dann hatte ich versucht, einen Pressekreis zu machen, zum Teambuilden. Das hat auch stattgefunden, allerdings bei mir daheim, weil die Leute nicht auf die Hütte wollten. Immerhin, das hat stattgefunden. Es gab da eigentlich kreative Ideen, die in dem Protokoll per drin sind. Ich hoffe, dass mein Nachfolger davon einige aufgreift. Ein regelmäßiges Pressemachen wurde etabliert, Baden-Württemberg, alle zwei Wochen. Da gibt es auch noch ein paar Bezirke, die noch nicht regelmäßig vorbeischauen, aber ich denke, das wird sich ändern und das wird die Pressearbeit auch weiter verbessern. Die ganzen anderen Gates und so weiter, die sogar, auf die möchte ich nicht eingehen, das ist Zeitverschwendung. Ja, zum guter Letzt nochmal eine Aufforderung zum Schluss. Die Bezirke, die noch keinen Fund vorher verwenden, Leute, verwendet es. Ihr kriegt von mir die Schulung hier noch vor Ort. Einfach zu mir kommen, kein Problem. Wir brauchen mehr kreative Aktionen, das ist ein Aufruf an alle. Wenn wir zu irgendwas kommentieren, kommt das nur in die Presse, wenn wir es kommentieren, bevor es in den Medien steht. Wir selbst kriegen aber die meisten Infos durch die Medien. Das heißt, wir sind zu spät. Wir müssen selbst News generieren, geschaffen, indem wir selbst Aktionen auf die Beine stellen. Das müssen wir angehen. Und schließlich, das hat so gut auch schon alles gesagt, schließe ich mich dem Argument beziehungsweise Online-Meinungsbildungstool hier an. Wir brauchen ein Tool, um Argumente zu sammeln, um dann schnell am Parteitag abstimmen zu können. Wir brauchen aber kein Tool, was als Meinungsvorratsdatenspeicherung agiert. So, das war's von mir. So, dann von mir als Schatzmeister noch einen kurzen Kurzbericht. Aktuell ist auf dem Konto des Landesverbandes ein Stand von 113.000 Euro, 120 Euro und 36 Cent. Das ist natürlich auch die Auszahlung der Parteienfinanzierung. Hier habe ich im Prinzip das Schreiben vom Landtag von Baden-Württemberg über die Parteienfinanzierung, die wir erhalten haben. Also das heißt, das erste Mal die Parteienfinanzierung für das Jahr 2011, weil im Jahr 2011 die Landtagswahl war. Und wir bekommen natürlich entsprechend Vorauszahlungen für das Jahr 2012 im fertigen jährlichen Quartal. Dann noch ganz kurz was zu den Zahlen diesbezüglich. Wir haben einen Abschlag, also einen Festsichtungsvertrag für 2011 in Höhe von 51.809 Euro bekommen. Und es gibt eine Abschlagszahlung für die Parteienfinanzierung für 2012 in Höhe von 12.922 Euro und 25 Cent. So, dann möchte ich noch mal ganz kurz auf Buchprüfung und Rechnungsprüfung eingehen. Das ist ein Unterschied zwischen Buchprüfung und Rechnungsprüfung. Rechnungsprüfung heißt, ich prüfe, dass die Rechnungen da sind und dass die entsprechend auch belegbar nachgewiesen sind, das heißt von den Abhängen. Eine Buchprüfung ist ein himmelweiter Unterschied, das ist etwas völlig anderes. Das tun wir nur mal so als Hintergrundinformationen, weil wir ja hier ein bisschen den Eintrag, ein bisschen quer und blieb durcheinander geworfen werden. Dann, wie gesagt, ich habe die Buchhaltung gemacht seit meinem Amtsantrieb im Jahr 2010. Wie gesagt, die Buchhaltung komplett für 2009. 2010 passt für 2009. 2012 ist sie nicht machbar, weil wir ja im Prinzip auch ein neues System umstellen. Da soll das ja ganz eben mit dem System SAGE verbucht werden. Das System SAGE läuft aktuell noch nicht für die Schatzmeisterei, dass wir es verbuchen können. Das auch nur mal so als Hintergrundinformation, weil wir stehen ja gerade halt auch noch um. Und bisher liegt die Buchhaltung darüber, dass wir im Prinzip der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, der EC und der Steuerberatung nicht wann Excel-Listen geschickt haben. Das heißt, große Landesverbände haben dann im Prinzip Excel-Listen mit so etwa 8.000 Excel-Zeilen, in denen dann im Prinzip die Mitgliedsbeiträge und die reichlichen Konten und Kontenbemägungen aufgeführt wurden. Ich habe bei meinem Amtsantrieb gesagt, das ist kein Make, so kann man im Prinzip nicht arbeiten und deswegen auch im Prinzip angefangen, eine eigene Software dafür zu sprechen, die dann hinterher als finales Ergebnis diese Excel-Listen produziert. Damit habe ich etwa grob geschätzt, in der reinen Verwandlungsarbeit, so irgendwo in der Größenordnung bin ich jetzt nur in den Arbeitsstunden verbracht, in den 22 Monaten. Wenn man sich das jetzt mal umrechnet, mit nur 10 Euro Schuldensatz verrechnet, dann sind wir irgendwo bei rund fast 15.000 Euro. Und da berechnen wir hier über 11 Euro oder 14,15 Euro, die irgendwo zu viel in der Kasse sind. Man möge das einfach mal sich in Relation mal beachten, was es einem heißt, Verwaltungsbewahrt sein. Das ist auch mit dem Grund, warum ich eigentlich, wir kommen später dann nochmal zur Diskussion mit der Landesgeschäftsstelle. Auch da gab es ja letztes Jahr der Wunsch einer Landesgeschäftsstelle. Da gab es ja die Diskussion auf der Mählingliste, die ja dann von einigen Dank diskutiert wurde, als ich gesagt habe, ja eine Landesgeschäftsstelle ist nur dann sinnvoll, wenn wir auch eine bezahlte Kraft da hinsetzen können. Und da gab es so von einigen Leuten so Querschüsse, so nach dem Motto, ja, wir bräuchten das Geld aber für andere Dinge. Ich bin derweilige Frau und das Geld definitiv für eine Landesgeschäftsstelle mitbezahlte Kraft, die ich dann auch die Buchhaltung übernehme. Da sich dann der aktuelle Forschung eben nicht in der Lage, im Prinzip das sich im Hau-Buch-Verfahren durchzupeitschen, ich sage, wir machen das jetzt einfach, weil da war man einfach der Meinung, und das sollte der Landesparteitag dann auch wirklich entscheiden und sagen, okay, es ist sinnvoll, eine Landesgeschäftsstelle mit bezahlter Kraft zu installieren. Weil ansonsten den Schittsstorm wollte ich mir eigentlich nicht ausmalen. Und des Weiteren hat es im Prinzip dadurch dann die Kärn-Karlsvormon auch das Postfach betreut. Das heißt, ich habe dann im Prinzip das Postfach möglich oder wirklich einmal bis maximal zweimal gelehrt, was halt natürlich auch ein intensiver Arbeitsaufwand ist, der halt zusätzlich zur Schatzmeisterei kam. Und damit bin ich eigentlich schon fertig mit meinem Bericht. So, hallo zusammen. Ich habe das neue, iPad 3. Ich bin derjenige, der den coolsten Titel hat. Ich bin der Generalsekretär. Für die Neuen unter euch, der Generalsekretär ist oftmals derjenige in anderen Parteien, der den Wadelbeißer spielt, also sprich, der in anderen Parteien den Marschbläßt oder wie auch immer man das nennen mag. Bei den Piraten ist es ja eher das Gegenteil. Der Verwaltungspirat oder auch der Generalsekretär, wo steht der Kollege Willen, da hinten im Eck. Bitte einmal Applaus für Willen. Und neben ihm sitzt noch mal ein Verwaltungspirat, die Judith aus Hessen. All diese Leute, die arbeiten unheimlich viel im Hintergrund und die meisten von euch wissen wahrscheinlich auch gar nicht, was wir da so tun. Deshalb will ich das mal relativ trocken, das tut mir leid, nee eigentlich nicht, mal vorlesen, was wir so machen in der Verwaltung. Also, allgemein, das tut jetzt einfach so eine Antwort. Meine Amtszeit begann am 4. Juni 2011. Das war meine zweite Amtszeit. Seit dieser Zeit hatte ich das Abend des Generalsekretärs für den Landesverband Rade-Württemberg inne und war im Wesentlichen für die Mitgliederverwaltung zuständig. Tut mir leid. Ja, ich muss früher. Der Umstieg in das neue Sage-System weiter noch im Gange ist, den habe ich zusammen mit Christoph Sertaler-Schönfeld, den Auftragten dafür, auf Schatzmeisterseite mitbegleitet. Zahlreiche Kontakte zu den Untergliederungen Mitgliedern und Ex-Mitgliedern, aber auch anderen Landesverbänden habe ich gehalten. Ich habe an nahezu allen Vorstandssitzungen teilgenommen und diverse Male die Landesvorstandssitzungen geleitet. Daneben habe ich unzählige Tickets, Details, Sie bitte, Landeskollegen im OTS bearbeitet und an Umlaufbeschlüssen und Abstimmungen teilgenommen, was einen Löwenanteil an der aufgeländeten Zeit beansprucht hat. Gerade die Zeit nach dem Erfolg der Piraten in Berlin am 18. September 2011 und dem einhergehenden Mitgliederansturm hat uns die Grenzen in der Verwaltungsarbeit aufgezeigt. Kommen ich mal zur Verwaltung im Land. Die Hauptaufgabe meiner Verwaltungstätigkeit lag natürlich im Land. Dazu gehörte zum Beispiel die Weiterleitung von Mitgliedsanträgen, Anträgen auf Beitragsminderung, Umbezugsmeldungen und Austritten an die entsprechenden Untergliederungen, welche zu einem Urteil beim LV eingehen, mittlerweile aber automatisiert via Ticketsystem und Online-Formularen beim Empfängerlanden. Auch die Kommunikation zu anderen Landesgeneralsekretären, speziell im Falle von ungezogenen Mitgliedern, die sogenannten Umzugspool, gehörte dazu. Das sind jetzt ganz viele trockene Details und ich höre langsam, ob ich heute schnorchen. Das tut mir leid, aber das ist nun mal die Tätigkeit, die diese Verwaltungsschranzen, wie Wilhelm immer wieder vorsagt, nun mal jeden Tag zu erledigen haben. Und ich sage das auch im Hinblick nachher auf die Kandidatur. Den Leuten muss klar sein, was sie erwartet. So. Aufgabe ist die permanente Pflege der Mitgliederdatenbank in Hinsicht auf die Datenkonsistenz sowie die regelmäßige Aktualisierung der Mitgliedszahlen im Wiki. Und jetzt würde ich mal zum Trecken bitten, ob es wir es schaffen, die Grafik einzublenden. Und zwar geht es um die Mitgliederentwicklung. Jawohl, Dankeschön. Und zwar, das ist jetzt eine Grafik der Mitgliederentwicklung in Barü. Und zwar angefangen im März 2011, also praktisch zur Landtagswahl letzten Jahres, bis hin zum, ja bis vorgestern, bis März 2012. Und da sieht man eben auch, dass der Generalsekretär im Normalfall eine recht überschaubare, oder ich sage mal einer regelmäßigen Tätigkeit nachgehen kann. Aber wenn dann solche Mitglieder-Explosionen stattfinden, ja, dann brennt der Busch in der Verwaltung. So, ich slide mal mein iPad weiter. Die Zahl also nochmal rausgedrückt. Wir hatten im Juni 2011, das war, als meine Zeitanszeit begann, da hatten wir 1573 Mitglieder. Und aktuell haben wir knapp 2600. Das heißt, wir haben 65% zugelegt, oder in absoluten Zahlen 1026 Mitglieder. Der Applaus gilt für die Mitglieder der ganzen Partei, die dafür gesorgt hat, dass das passieren konnte. Ein wichtiges Kriterium, aber auch immer, ist die Stimmberechtigungsquote, also wie viele Leute haben hier ihren Mitgliedsbeitrag gezahlt. Der lag Ende 2011 dann bei rund 64%. War ein relativ schlechter Wert. Denn im Vergleich zum Vorjahr 2010, da lagen wir noch bei 96%. Aber 19... Nee. Früher war alles besser, ja. In 2010 gebe ich aber zu, da hatte ich noch der Reich der Philosophie anhängig, dass ich Leute, die die Zahlen rausschmeiße, und zwar gnadenlos nach einer mehrmaligen Mahnung. Dieses Verfahren wird sich in Zukunft ändern. Ja, ich bin wohl nicht, sind wir uns da in der Regel immer einig, wir werden diese Mitglieder zwar mehrfach mahnen, bis hin zur dritten Mahnung, sie werden aber dann eben nicht sozusagen exkommuniziert, sondern sie werden dann in eine Gruppe der Inaktiven, der passiven Mitglieder verschoben, weil es uns Schwierigkeiten bekommt mit dem Parteiengesetz. Ist das korrekt, wie der gegeben wird? So, lala, sagt er. Okay. Zu den Pflichten des Gensex gehört auch das Mitlesen zahlreicher Mailinglisten. Bei mir waren es bis zu 35 davon. Das hat einfach den Hintergrund, das muss ein Gensex nicht tun. Ich persönlich bin aber der Meinung, dass der Gensex ja wohl wissen sollte, was denn so im Push und hinter dem Push passiert. Das heißt, ich sehe ganz gerne die Probleme schon vorher auf dem Zufall. Deshalb lese ich die Mailinglisten, um wer da was schreibt. In der Funktion als Mailinglisten-Admin beziehungsweise Co-Moderator auf der BG-List mussten wir in den letzten Monaten ab und an Ermahnungen aussprechen. Wieso? Beritzt da jemand? Ja, sag ich mal, noch nichts dazu. Wir werden später auf dieses Thema mit den Ermahnungen nochmal kommen. Nur so viel dazu. Leider gab es auch diverse Schlichtungsgespräche und Shitstorms unterschiedlicher Kategorien zu absolvieren. Es musste zum Glück nur relativ selten Kriegengesteuert werden, wo Entwicklungen aus dem Ruder zu laufen drohten. Und manchmal waren es einfach nur verhitzte Gemüter, die wieder beruhigt werden wollten. Böse Zungen sprechen von Kindergarten. Ich nenne es liebevoller, volle Flöhnüten. Auch heute sind da ganz viele Flöhn da. Äußerst erfreuliche Aktivitäten möchte ich aber auch erwähnen, wie zum Beispiel die OB-Kandidaten, Nominierungen oder Wahl, zum Beispiel in Bühnen Anfang Oktober 2011. Das gehört dann wirklich zu den Erlebnissen. Ja, da gehe ich dann gerne hin. Hallo, Tobi. Dann wurden wieder mehrere Mitglieder Befragungen mittels des Lime Survey-Tools durchgeführt, wie zum Beispiel zu politischen Themengebieten im Bezirksverband Stuttgart oder auch im Bezirksverband Freiburg, ähnliche Thematik in Landkreis Köppingen oder zum Beispiel zur KV-Gründung in Stuttgart oder der KV-Gründung in Alp-Donau und natürlich die Einladungen zum LPG. Da gilt mein besonderer Dank Carsten Lenz, der diese Umfragen und die Verwendung unserer landeseigenen IT maßgeblich mitgestaltet und durchgeführt hat. Im Bund gab es auch noch ein bisschen was zu tun. Auf Bundesebene habe ich an virtuellen und reellen Verwaltungsteppen der Treffen teilgenommen. Ziel dieser Treffen ist es, eine Harmonisierung in der Verwaltung vorbeizuführen und Prozesse zu standardisieren. Aber natürlich auch mal Kollegen von Angesicht zu Angesicht kennenzulernen. Dies ist dringend nötig, da Piraten gerne dazu neigen, stetig ihr eigenes Süppchen zu kochen und das Rad permanent neu zu erfinden. Ich sage nur, das ist das Moment hier. Die Verwaltungskiraten werden die Freude haben, die Verwaltungsmailingliste zu lesen in Zukunft. Wir werden viel Spaß machen. Jedes Thema kommt ungefähr vierteljährlich von euch aufs Tablet. Nebenbei habe ich an diversen Parteiveranstaltungen, wo zum Beispiel bei den Bayern, bei deren LPG teilgenommen oder auch am Bundesparteiteil in Offenbach oder an der Sage-Schule in Berlin. Mein Resümee ist deshalb, insgesamt ist der Zustand der Missionsdaten in Baden-Württemberg deutlich überwischendlich. Ich behaupte, ich bin jetzt einfach mal Willen-Wittnis-Gerecht. Wobei ich mich an dieser Stelle ausdrücklich bei den Kollegen auf Bezirks- aber auch Kreisebene bedanken möchte, die hier einen hervorragenden Job gemacht haben und ihre Verantwortung sehr ans nehmen. Auslandslos. Ich bitte einen Applaus für alle Fragen zu haben. Es wäre schön gewesen, die neue Mitgliederverwaltung noch im vollen Produktivbetrieb erleben zu dürfen. Aber dann kam der LHL-PT dazwischen und jetzt ist es nach über zweieinhalb Jahren Verwaltungsarbeit auf Bezirks- und Landesebene einfach mal Zeit, sich eine Auszeit zu nehmen. Die Zeit mit euch war sehr intensiv und ich bin erstaunt, wie viel wir innerhalb kürzester Zeit schon erreicht haben und noch erreichen werden. Ihr seid klasse und ich bin stolz davon. Mein Name ist Rupert Wienke und ich bin immer noch stolz, Pirat zu sein. Danke. Gut, dann sage ich auch noch ein paar Worte. Ich war ja bis zum 29. oder 28. Januar auch als Beisitzer im Landesvorstand. Bin da in der Folge meiner Wahl zum Vorsitzenden der Jungen Piraten dann noch zurückgetreten. Dann stehe ich irgendwelchen Kollegen im Weg? Okay. Ja, ich habe in der Zeit, in der Amtszeit unter anderem eine Satzungsklausur mit mehreren Teilnehmern auch durchgeführt in Stuttgart, wo wir Satzungsänderungsanträge ausgearbeitet haben. Ein Teil davon ist eingereicht, ein Teil durch ein technisches Problem zu spät angekommen und daher nicht zur Behandlung heute beim nächsten Landespartei. Ich habe unter anderem die Großplakate-Koordination mit Niedersachsen und Schleswig-Holstein übernommen. Ich habe viele, viele Formalfragen intern abgeklärt, die Satzungs- und Gesetzrecherche übernommen. War so ein bisschen intern, das ist mein Job. Und ansonsten viele weitere Dinge, die ich noch nicht weiter aufhalte. Mein Tätigkeitsbericht gibt es schriftlich im Wiki seit Ende Januar. Da kann ich auch jeder nachlesen. Ich möchte jetzt diesem vielen, was ihr jetzt schon gehört habt, also ich vertrene jetzt nicht auch nochmal, dass wir so unsere Mails überhaupt nicht so hatten. Das haben die Kollegen sehr, sehr gut gesagt. Ja, bei diesen Dingen habe ich logischerweise bei allen mitgemacht. Herausragend für mich sind jedoch jedenfalls nicht immer einfach diese Treffen hier. Sei das jetzt dieses hier, sei das schon Bundesparteitag, sei das das Südspanen-Treffen. Richtig Spaß macht mir, die Piraten immer dann, wenn wir den persönlichen Kontakt haben. Mühsam ist grundsätzlich immer alles, was online abgeht, weil es da irgendwo sehr, sehr häufig leider zu Konflikten kommt, die viel Zeit kosten, was also in dieser Amtszeit tatsächlich bei uns definitiv der Fall war. Mein Tätigkeitsbericht könnt ihr im Wiki oder auf meinem Blog nachlesen. Ich habe zwei Punkte noch, die ich nachher machen möchte. Da wünsche ich mir zwei weiten Meinungsbilder. Das werde ich nachher noch mit dem Versammlungsleiter klären. Wenn ihr Fragen habt, fragt. Ansonsten würde ich es hier beschließen. Bevor wir jetzt in den Olymp der Basis aufsteigen und endlich wieder Macht bekommen über die Inhalte, möchte ich mich kurz bedanken und zwar einmal bei der Basis, die uns das Vertrauen geschenkt hat, auch im Gehen wieder uns zu wählen und vor allen Dingen auch für die mittlerweile ganz gute Zahlungsmoral, die wir haben in diesem Jahr. Danke dafür. Der Applaus für euch. Ich würde mich bedanken bei dem Orga-Team, das hier wieder einen super Job macht und den Applaus reingeschickt hat. Ich würde mich auch bedanken bei Herr Senker, der die Pressemappe vorbereitet hat, und zwar allein. Ich würde mich bedanken bei den ganzen Vorständen von den Unterwiderungen, also Bezirksverbänden, Kreisverbänden usw. und auch den anderen Landesverbänden und den Bundesvorstand. Man konnte immer gut mit allen reden, alle sind sehr gut drauf, man kann wirklich gut miteinander kommunizieren. Danke dafür. Ganz besonders möchte ich mich bedanken bei meinen Kollegen. Das war wirklich wieder ein tolles Jahr. Wir haben wirklich auch dieses Image da weggehabt zu Anfang, wie wir waren so der Kuschelvorstand. Intern haben wir natürlich Diskussionen gehabt, wir haben es nach außen dann doch ein bisschen geflossen, damit er sich präsentiert. Aber ich habe mich wirklich sehr wohl gefühlt in dem Team. Das war ein tolles Team. Danke dafür. Und das wäre von meiner Seite. Danke. Möchte jemand ein Mikrofon haben? Ich habe hier eins. Herr Stephan Görner? Sie wollten die Versammlungsleitung übernehmen. Danke. Danke. Also bietet man ihm schon mal ein Mikro an und er nimmt es nicht an. Immer muss ich arbeiten. Okay. Ihr seid mit eurem Tätigkeitsbericht durch. Damit ist der nächste Tagesordnungspunkt die Entlastung. Das Vorstand. Ich würde das gerne abstimmen. Wer ist dafür, dass der bisherige Landesvorstand von Württemberg entlastet wird? Wer ist dagegen? Gut. Damit seid ihr entlastet. Herzlichen Glückwunsch. Und hier seid ihr raus aus dem Tätigkeitsbericht. So. Gibt es der Vorstand, bleibt der jetzt schon mal da? Nee, doch seid ihr nicht ganz frei. Aha. Also. Wir haben natürlich noch für euch eine kleine Kette besorgt. Unter anderem von den Heilbronnern, die sich eine ganz nette Idee ausgedacht haben. Diese ganze Präsentation wird euch übrigens präsentiert von Gatorade. Ihr bekommt gleich als erstes mal dann jede eine Dose als Probe. Ihr dürft ja jetzt auch anfangen zu träumen gegen den nächsten Vorstand. Dass ihr das auch dass ihr das auch profisiell machen könnt. Und dann gibt es von der Organ noch eine Kleinigkeit, die wir aber basisdemokratisch durch das Spenden refinanziert haben. Also das kommt wirklich dann von hier von der Versammlung. Dazu sagt der Thomas jetzt was. Ja, ich würde sagen, ihr kriegt jetzt erst mal euer Veto-Welt. So, und dann war bei uns das Thema wie wir uns ein bisschen für diese Arbeit bedanken beim jetzt Ex-Vorstand. Und dann haben wir hin und her überlegt, was wir da tun. Also noch nicht Ex, ihr dürft sie noch prügeln. Haben hin und her überlegt von diesen rund drei Monaten Vorbereitung, die wir jetzt hatten, haben wir so circa zweieinhalb Monate darauf verschwendet und zwei Wochen auf die Organisation hier und dann ist uns eingefallen, ah, da war doch was. Der Vorstand wollte doch mal einen Vorstands-Ferrari. Und deswegen gibt's jetzt Vorstands-Ferraris. Sollten wir sich nach dem Vorstand denn noch Vorstand fragen, welcher von euch fühlt sich denn am fertigsten, am kaputtsten? Gut, dann darfst du das wieder hergeben, weil nämlich beim Transport einer dieser Ferraris kaputt gegangen ist. Aber den kriegst du natürlich ausgetauscht. Nochmal Applaus für unseren Noch-Vorstand. So, gut, zukünftige Basisrund auf der Bühne. Ja. Eins, zwei, eins. Wir haben eine kurze Frage für mein Beständnis. Haben Sie jetzt gerade mit der gesamten Entlastung auch die Katastikasse Entlastung? Sprich, die Schatzmann? Ja, klar. Mit allem Tutti-Futti. Ja, komplett. Ja. Wie gefällt mir? So, wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt. Ich fand es absolut nicht richtig, wie wir die Entlastung gerade durchgebeißt bekommen haben. Es gab keine Fragen hinsichtlich, ob wir überhaupt einen Gegenantrag haben, also nicht zu entlasten. Und wir haben tatsächlich dort, wir haben irgendwas gemacht, was absolut spätlich ist. Wir haben einen Vorstand entlastet, ohne die finanzielle Frage, die noch offen ist, geklärt zu haben. Es ist für mich zumindest die Grauzone, die juristische Grauzone. Bedenkt bitte, unsere Partei, zumindest die Bundespartei, muss einen finanziellen Bericht an den Bundestagspräsidenten geben. Diese Angelegenheit basiert auf unseren Berichten. Die Berichte liegen nicht vor und wir haben gerade den Vorstand. Wissen wir denn, was wir tun? Das ist jetzt vorbei, wir haben die Sache jetzt durch, aber richtig war das auf keinen Fall, das wollte ich darstellen. Also bevor wir jetzt eine lange Diskussion anfangen, würde ich einfach vorschlagen, dass die Johann auf Wahlwiederholung stellen, weil das vielleicht bevor klar war. Den gibt's nicht. Den gibt's an der Stelle nicht. Es gibt Johann ein Tag ein Tag über Stimmung zu bemerkert. Ich würde nur sagen, wir wussten es alle schon davor und wie gesagt, wir haben den Vorstand, sah, die vertrauen werden, passen an die vertrauen. Deswegen Ein GO-Antrag. Ich hätte gerne einen GO-Antrag auf Einholung eines Meinungsbildes. Wer denn glaubt, dass wir mit der vorliegenden Abstimmung auch den Vorstand finanziell entlastet haben? Oder wer glaubt, dass der Vorstand damit nur politisch entlastet wurde? Wurde mit der Entlastung des Vorstandes der Vorstand auch finanziell entlastet? Ich weiß zwar nicht, was das Meinungsbild bringen soll, aber gerne. Wir hätten gerne ein Meinungsbild. Und zwar würden wir gerne wissen, ob die Versammlung der Meinung ist, dass mit der Abstimmung der Vorstand auch finanziell entlastet wurde. Wer denkt, dass der Vorstand auch finanziell entlastet wurde? Ich würde bitte die Karte heben. Wer glaubt, dass der Vorstand finanziell nicht entlastet wurde? Jetzt bitte. Okay, das Meinungsbild ist überwiegend positiv. Das ist peinlich. Gut. Damit ist das Thema... Wir haben noch einen GO-Antrag. Ich möchte betonen, es geht hier nicht ums Vertrauen. Ist das ein GO-Antrag? Es ist eine Wortmeldung zu dieser Diskussion. Es gibt keine Diskussion. Es gibt keine Diskussion. Ähm... Ja, klar. Okay. Ich habe auch noch eine Wortmeldung. Ich kann die auch ganz die Ohrenformulierung formulieren. Aber wir haben in der Tagesordnung, dann haben wir zwei geklärtet. Also, so wie es in der Tagesordnung vorgesehen war, war das jetzt der Punkt für die finanzielle Entlastung. Und die finanzielle Entlastung wurde ausgelassen vorhin. Nein. Die finanzielle Entlastung, die ihr in der Tagesordnung drinstehen hattet, betrifft den vorherigen Landesvorstand nicht den aktuellen. Dass man einen Vorstand finanziell und politisch einzeln entlastet, ist ein relativ ungewöhnliches Verfahren, das man nur dann in Anspruch nimmt, wenn berechtigte Zweifel daran bestehen, dass der bisherige Vorstand wirtschaftlich sauber gearbeitet hat. Das zur generellen Vorgehensweise zu machen, ist nach meinem Gefühl etwas unschön. Deswegen macht diese Diskussion an der Stelle auch gar keinen Sinn. Ich habe vorhin gefragt, ob ihr den Vorstand entlastet. Und es gab eine sehr deutliche Mehrheit dafür. Und damit ist der Vorstand entlastet. Ende. Also tut mir leid. Wir kommen. Eine Frage. Gilt die Finanzaufgabe-Gurgesatzung auch den Landesvorstand? Ja. Gut, dann kannst du das mit dem zukünftigen Schatzmeister klären. Ich möchte gerne einen Geohreintrag auf Unterbrechung der Sitzung für fünf Minuten stellen. Auch im Hinblick darauf, dass unser Gebärdensprachendolmetscher vielleicht auch mal eine kleine Pause bekommt. Gibt es gegen diesen Geohreintrag für die Unterbrechung von fünf Minuten eine Gegenrede? Gut, damit ist die Versammlung von fünf Minuten unterbrochen. Gut, damit ist die Versammlung von fünf Minuten unterbrochen. Gut, damit ist die Versammlung der Sitzung für die Unterbrechung der Sitzung für die Unterbrechung. Ja, aber da sind wir übersteuert. Vielen Dank. 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 Ja? Ja? Vielen Dank. Vielen Dank. Ja? 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 Vielen Dank. 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 Ja? 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 Die Kamera? Ja? 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 Vielen Dank. 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 ... 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 Anträge 1.4 und 1.5. Danke. Du hast den Job. Nein. Doch. Schieß los. Ich weiß nicht, welcher mein Antrag hat. Mein Antrag ist der, der die Zahl der Vorstandsmitglieder nach oben offen lässt. Das soll einfach, wie vorher schon diskutiert, zukünftige Satzungsänderungen aus zwingenden Gründen oder dass der Arbeitsaufwand steigt und die Arbeit, die zu minimieren. Wenn wir einmal jetzt festlegen, mindestens fünf Vorstandsmitglieder nach oben offen, sparen wir uns spätere nachfällige Erhöhungen einfach. Ich habe einen GO-Antrag. Machen wir den zuerst. Meinungsbild für die Anträge der zukünftigen Satzungsänderungsanträge. Danke. Ja, was er will, habe ich verstanden. Nur, kriegt er nicht immer, was er will. Ich habe einen GO-Antrag. Auf meinungsbild für diesen Antrag. Keine Sorgen. Inhaltliche Gegenrede. Ja. Ich finde, das, ähm, dann könnt ihr auch immer direkt abstimmen. Ein bisschen polemisch gesagt. Das ist die, äh, ich glaube, Diskussionen sind sehr wichtig. Und, äh, manche Meinung... Jan, stopp, Jan, stopp. Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Bei einem Meinungsbild gibt es keine Gegenrede. Nein, aber das wir nicht vor... Wir nehmen deine Bedenken zur Kenntnis, aber Gegenrede gegen ein Meinungsbild gibt es nicht. Sorry. Wir machen also jetzt ein Meinungsbild. Wer würde für diesen Antrag stimmen? Wer würde für diesen Antrag stimmen? Wer würde dagegen stimmen? Okay, das Meinungsbild gefällt negativ aus. Gut, das Mikro hat sich soeben aufgelöst. Nochmal ganz kurz, wer bedient den Beamer? Ja, äh, bist du sicher, dass es der Antrag ist, über den wir diskutieren? Nein. Bist du nicht sicher, dass es der Antrag ist, über den wir diskutieren? Das ist... Hey, Leute. Das ist witzig, aber es hilft nichts. Wer hat diesen Antrag gestellt? Das ist der von Monarch, von Bastian. Also, das ist doch der Richtige. Oh, mein Gott. Über diesen Antrag haben wir diskutiert, der jetzt hier steht. Nein. Kannst du bitte den anderen Antrag nochmal herholen? Ich habe gestern die Test gemacht. So, ganz kurz, ist Florian. So, erstens, wir haben die Uhrentrag zu dem Kommand gleich. Ne, fahren wir sofort. Tschüss, los. Ich würde gern die Tagesordnung da in die erinnern, dass wir vorziehen, zu zählen, ob wir eine Landesgeschäftsstelle gründen, weil es nicht unwesentlich Einfluss darauf hat, ob man den Vorstand erweitern muss oder nicht, wenn man eine feste Arbeitsplatte hat. Verstanden? Okay, es gibt einen Geo-Antrag auf Änderung der Tagesordnung. Dieser Geo-Antrag sieht vor, dass wir die Diskussion über die Eröffnung einer Landesgeschäftsstelle vorziehen, bevor wir über die Zusammensetzung des zukünftigen Vorstands diskutieren. In der Landesgeschäftsstelle werden wahrscheinlich Angestellte oder freiwillige Arbeiten der Zwing- und Vorstandsmitglieder. Damit hat es nur weniger was zu tun. Damit kommen wir zur Abstimmung über den Geo-Antrag zur Änderung der Tagesordnung. Jetzt gibt es kein Geo. Hatten wir gerade. Eine Gegenrede reicht. Wer ist dafür, dass wir die Tagesordnung ändern? Wer ist dagegen, dass wir die Tagesordnung ändern? Gut, die Tagesordnung bleibt unverändert. Damit kommen wir jetzt nochmal zu der Diskussion über den Antrag, dessen Nummer jetzt gar nicht mehr zu ersehen ist. Was es für mich unglaublich leicht macht, euch zu sagen, über welchen Antrag wir reden. Ist es jetzt deiner? Das ist deiner? Gut, über den wir also gerade schon mal diskutiert haben. Es ist also nicht der Antrag, über den wir gerade diskutiert haben. Super. Du bleibst da, Leute, nicht weg. Du stellst deinen Antrag bitte nochmal ganz kurz in zwei Sätzen vor, damit wir wissen, worüber wir diskutieren, damit wir irgendwann auch hier geht. Das sind zwei Anträge, die Zahl der Vorstandsmitglieder ändern. Alle anderen bitte etwas. Der einzige, der sprecht bin ich. Der eine Antrag sieht eben eine fixe Zahl, entweder sieben oder elf vor, oder neun vor. Und mein Antrag sieht vor mindestens fünf Vorstandsmitglieder. Und der Landesparteitag darf darüber entscheiden, ob er weitere Mitglieder im VfL-Sitzung haben möchte oder nicht. Damit sollen zukünftige Satzungsänderungen verhindert werden, indem man einfach die Zahl nach oben offen lässt. Okay, gibt es Redebeiträge zu dem? Nati, wenn du einen GO-Antrag auf Meinungsbild haben willst, jetzt wäre ein guter Ze... Gut. Pass auf, du schreitst du nicht mit, ey, ich mach's an. Suchst du Freunde, oder? Hey, pass auf, du über den Punkt noch mal, ja. Wir haben einen GO-Antrag auf Meinungsbild. Wer würde für diesen Antrag stimmen? Welch dieser? Für den hier. Der, der da jetzt steht, der gerade vorgestimmt ist. Stellvertretung. 1.5. Wer würde gegen diesen Antrag stimmen? Keine 2 Drittel. Das Meinungsbild würde leicht positiv, würde aber nicht der 2 Drittel ausreichen. Gibt es Redebeiträge zu diesem Antrag? Ja? Das Problem mit der steigenden Arbeitsbelastung, das sich meiner Meinung nach am flexibelsten einfachen lösen, indem die Vorstände mehr Beauftragung vergeben. Das hätten wir mehr Beauftragung vergeben, ja. Wenn wir jetzt hier eine Zahl vorgeben und dann am Ende 15 Leute im Landesvorstand haben, das hilft niemandem. Wir müssen mehr Beauftragung vergeben und das wird gelesen sein. Eine Satzung muss die Zahl der Beiträge nach oben. Begrenzt, eine absolute hohe Zahl kann nicht sein, so wie sie hier dasteht. Okay, GO-Antrag. Du hast einen GO-Antrag? Okay, also wir haben einen GO-Antrag auf Schließung der Rednerliste. Gibt es Gegenrede? Okay, Format. Wer ist dafür, die Rednerliste zu schließen? Gebt mal jemand das Telefon? Wer ist dagegen? Gut, die Rednerliste ist geschlossen. Wer noch mitreden möchte, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt. Wer zuerst, weiß ich nicht. Kann ich von mir aus nicht gut sein. Okay, ich mach's kurz. Ziel des Beitrags, Ziel des Satzes Änderungsantrags ist künftig Diskussionen über das Thema, wie viele Vorstände wir haben zu vermeiden. Ich kann aus Erfahrung sagen, es klappt nicht. Von daher gibt es ohnehin nichts. Und wir haben derzeit schon die Variable Option zwischen 5 und 7. Und die Erfahrung zeigt auch, dass noch größere Vorstände Tiefen kann Sinn machen. Das nicht glaubt, wenn man in den Satz fragt. Sie wissen es. Also ich möchte einfach nur mal darum bitten, einen Blick auf die Kandidatenliste zu werfen. Wie soll dann eine Umswahl stattfinden? Ein Kandidat, wenn man sich froh sein muss, dass man die Tische überhaupt noch vollkommt. Wenn schon, dann würde ich sagen, mindestens 5. Es ist alles im Prinzip unnötig, weil anders als 5 oder 7 Vorstände werden wir die nächsten Jahre berausendet je nicht haben. Und wenn, dann wird es sich für uns nicht zeigen. Also ich bitte es heute unbedingt darüber zu diskutieren. Ich würde mir zu bedenken geben, aus einem täglichen Arbeiten hat man ständig Umlaufbeschlüsse. Und wenn man da normalerweise die Hälfte der Leute zusammenbekommen muss, für eine Mehrheit, und dann bei 11 Leuten dann mindestens diese 6 Leute haben muss. Das wird echt kompliziert. Das ist extrem gelähmt und ein Handlungsentwicklung zum Fall. Gut, das wäre der Antrag gewesen. Jetzt haben wir das Problem, wir haben noch einen zweiten konkurrierenden Antrag zu diesem. Das heißt, wir müssen auch über den kurz diskutieren und dann stimmen wir ab, welcher von beiden der bevorzugte wäre. Und der wird dann abgestimmt und wenn er eine Zweidrittelmehrheit bekommt, hat er es. Wenn nicht, wurscht. So, der andere Antrag ist 1.5. 4. Danke. 1.4. Können wir den ganz kurz nochmal sehen? Was ist er? Stell dir bitte ganz kurz vor. Servus, ich bin der Frank aus Aachen-Tautenbach. Meine Intention an dem Satz- und Antrag war folgende. Ich wollte die Vorstandsspitze entschärfen, hier die Arbeit besser zu verteilen, vor allem durch drei Stellvertreter, die man auch wie praktisch vom Vorstand selber beauftragt werden kann, in verschiedenen Richtungen, wo man zu verschiedenen Gegenden des Landeswahls in Württemberg kommt. Das ist so eine Aufteilung, zum Beispiel auch für Betreuung kleiner Regierungen, Aufbau von Stammtischen und dergleichen, einfach zur Gesamtentlastung. Es hat verwaltungstechnische Dinge gegeben. Und zusätzlich haben wir noch zusätzliche Beisitzer erhöht, um hier bessere Delegierung von externen Themen anstatt der Auftrag, und praktisch hier den Recht zu nehmen, zu delegieren. Und Seko mag lieber was machen. Okay, Redewahlträge zu diesem Antrag. Ich sehe einen. Ich möchte anmerken, dass die Betreuung von Stammtischen, letzte Information nach, nicht in die Aufgabe des Landesvorstandes kommt. Wir werden dann natürlich dort geografisch korrekt wählen, das heißt, die Kandidaten auch darauf hinweisen, dass sie von dort und dort kommen müssen, wenn sie in den Vorstand wollen, wie stellt man sich das vor. Wir können nicht, ich finde es Schwachsinn, mit der Begründung das zu machen, und elf Vorstände ist sowieso weg damit, wir sollten nicht weiter mit den Dingen befassen. Das habe ich nicht als Wahlerter gesagt, nur, dass das klar ist, das sage ich erst bemerkt. Wenn ich richtig gezählt habe, haben wir aktuell insgesamt für alle Ämter zusammen 13 verschiedene Kandidaten. Ich frage jetzt mal einfach ganz erketzerisch, wollen wir alle einfach mal durchwinkeln für das Vorstand, damit wir die Elf gerade so voll kriegen, oder wollen wir tatsächlich noch ein bisschen sowas wie eine Wahl veranstalten? Ich habe einen Geo-Antrag auf Schließung der Rednerliste. Gibt es Gegenrede? Gut, damit ist die... Ich habe keine Gegenrede gesehen, damit ist die Rednerliste geschlossen. Ich habe die Rede. Es steht eh nicht mehr da. Ende der Diskussion. Das ist ein Geo-Antrag. Wann wird es mir wieder erfrischend? So, wir kommen jetzt zur Abstimmung. Und zwar stimmen wir darüber ab, welcher von beiden der Bevorzugte wäre. Okay? Der, der die mehreren Stimmen bekommt, wird anschließend abgestimmt. Soweit klar? Cool. Wer wäre für den Antrag, der jetzt noch da ist, also den mit den Elf-Piraten? Okay. Prima. Wer wäre für den Antrag, der vorhin da war, der mit den weniger als Elf-Piraten? Oder mehr? Mindestens fünf bis tausend. Okay. So. Damit ist zumindest schon mal klar, wir reden nicht über elf Vorstandsämter. Jetzt stimmen wir den anderen Antrag ganz einfach ab. Der Antrag müsste, um angenommen zu werden, eine Zweidrittelmehrheit bekommen. Also, wer ist dafür, dass die Zusammensetzung des Vorstands entsprechend des anderen Antrags geändert wird? Wer ist dagegen? Die Zweidrittelmehrheit dafür wurde nicht erreicht. Wir haben noch einen Satz- und Änderungsantrag zur Neufassung der Finanzordnung. Von Nati. Brauchen wir die für die Vorstandswahl? Nati? Ja. War das jetzt ein Ja-Ich-Bin-Hier-Oder-Ja-Wir brauchen den für die... Okay. Dann erzähl zwei Sätze zu dem Mann. Essen ist wichtiger. Welche Nummer hat der Antrag? 1,13. 1,13. Das war eine Neufassung, oder? Können wir eine einblenden? Wenn mal ein... Genau. Ach so, komm. Passt nicht drauf. Mach mal ein Stück Kurse Zweifel. Moment. Kannst du mal bespickern? Nati? Auch kurz zu zahlen. Was hat denn den Vorstandswahl? Es hat doch den Büro als nächster Punkt. Das hat damit was zu tun. Die Schatzmeister sich was... Wir wissen, wie ich will. Mikro. Ja, Mikro. Das ist doch noch nicht klar. Laut genug. Ja. Okay. Wir haben diesen Antrag... Also die Neufassung der Finanzordnung habe ich deshalb gestellt, weil zum einen hat es was mit den Staatsmeistern zu tun. Sie sollten wissen, wie die Parteifinanzierung sich verteilt und ob sie sich überhaupt verteilt und ob ihr das überhaupt wollt. Und ihr wollt, dass die gesamten 100 Prozent, die im Namen zustehen, auch dem Land gehören oder ob wir die Weiterverfahren verteilen. Zumindest hat das was mit meiner Kandidatur zu tun, ob ich weiter antritt oder nicht. Gehen wir aber mal auf die Bilder zu zeigen. Der Antrag hat zum Sinn, die Parteifinanzierung gerecht auf die Gliederung aufzuteilen. Deshalb bekommt der Landesverband von den Parteifinanzierungen 50 Prozent, die Bezirksverbände 15 Prozent und die Kreisverbände mit Ortsverbänden zusammen 35 Prozent. Wir haben somit eine sehr... Also die Parteifinanzierung geht sehr nach unten, sehr weit nach unten, die Kreise hinter, sodass jeder Kreis sich selbstständig finanzieren kann. Das ist derzeit nicht der Fall oder nur nicht so gut der Fall. Deshalb werbe ich dafür, dass wir diesen annehmen, denn nicht nur die Parteifinanzierung wird verteilt, sondern die Mitgliedsbeiträge werden wie in der Bundesrat z.B. festgeschrieben, was wir leider noch nicht in der Finanzordnung jetzt haben, von dem zuständigen Gliederung, sprich von den Kreis bzw. von den Bezirksverbänden eingezogen bzw. da eingezogen. Die werden dann quartalsweise an den LV und an den BZV überwiesen. Der LV verteilt die Parteifinanzierung quartalsweise nach unten. Genau. Gibt es Fragen? Gibt es Fragen oder Redebeiträge zu diesem Antrag? Also als Hinweis, es gibt noch einen Konkurrierenden dazu. Nein, gibt es nicht. Nein, gibt es nicht. Das ist kein Konkurrierender. Das ist eine neue Fassung. Der Antrag von Stefan, der bezieht sich auf die alte Satzung. Wenn ihr den ablehnt, dann, wenn ihr den annehmt, sind alle Satzungsänderungen, die sich auf die alte Finanzordnung befassen, alle abgelehnt, automatisch. Dann können wir gleich weitermachen. Ich habe einen Redebeitrag. Also ich möchte mal ganz klar widersprechen. Das ist für mich ganz klar ein konkurrierender Antrag. Es geht hier ausschließlich in meinem Antrag um die Verteilung der Parteifinanzierungsmittel im Land. Ich las bewusst die Sachen mit der Verteilung der Mitgliedsbeiträge, so wie sie ist. Und insofern widerspricht es natürlich in dem Punkt eindeutig deinem Antrag. Das kann ich jetzt nicht zustimmen. Also ich finde, das ist ein ganz klar ein konkurrierender Antrag. Okay, gut. Ich gehe davon aus, dass es ein konkurrierender ist. Aber letztendlich, selbst wenn wir die konkurrierend abstimmen, dann hat es das trotzdem nicht zu sich vergeben. Redebeiträge. Ja, habe ich auch noch. Also erst mal ist es so, dass ich nicht verstehe, wie du die Parteifinanzierung verteilst. Nachdem Sie ganz klar sagen, wonach gehst du wirklich? Du hast irgendwas vorgerechnet, was ich nicht nachvollziehen kann. Geht es nach den Beiträgen, gerade bezahlt wurden, nach dem, wozu die Mitglieder zahlungspflichtig wären, geht es nach dem, was sie freilich mehr zahlen, einen Beitrag, das habe ich nicht verstanden. Also es geht aus deinem Antrag, bin ich nicht hervor, keine klare Rechenwege, wie der Schatzmeister das rechnen muss bei der Parteifinanzierung. Das kann ich nicht nachvollziehen. Der Schatzmeister braucht aber eine ganz klare Rechenwege, wie er es verteilen muss. Sonst kann er seine Aufgabe nicht korrekt ausführen. Stefan, schade, dass du das nicht lesen kannst. Denn es geht eindeutig da, nach den Stimmberechtigten zum 31.12. des vorgehenden Jahres. Das ist die Grundklage, wo auf die bezogen ist, auf was es als Grundlage dient, zur Berechnung. Also deshalb verstehe ich mich, warum man es, also warum, dass ich verstehe, auf was ich mich da beziehe, das ist eindeutig geregelt. Ich habe mich darauf, dass die Leute zum Teil höher Beiträge zahlen, als sie berichtet sind, zahlen das im Planjahr 36 Euro, sind keine Spendenniveau gemerkt. Gibt es beide Möglichkeiten. Geht es dann ein oder nicht ein, habe ich nicht verstanden, muss ich ganz klar sagen. Es geht nur darum, die Stimmberechtigung, somit nur, ob du deinen Beitrag bezahlt hast oder nicht. Nicht darum, wie viel du bezahlt hast. Das heißt, wenn du einen verminderten Beitrag hast, bist du stimmberechtigt, genauso wenn du ein Prozent deines Nettoeinkommens bezahlt hast. Ihr wisst schon, dass ich kein Tänisch spiele. Okay, Matthias. Ich habe zwei wesentliche Gegenargumente gegen das Thema. Punkt eins ist, die Erfahrung zeigt, dass sehr viele Dinge als Sammelbestellungen sinnvollerweise organisiert werden, ob das Werbenmaterial ist, ob das auch Flyer oder Ähnliches sind. Deshalb macht es keinen Sinn, die großen Brocken über viele kleine Töpfchen und immer noch mehr Töpfchen zu verteilen. Wer mir das glaubt oder wer es mir nicht glaubt, der möge sich einfach mal angucken, wie es in NRW war, bevor da die Satzung geändert wurde, so wie wir ungefähr die Richtung, wie wir es heute haben. Also gegen eine Verteilung von viel Geld in relativ gesehen kleine Töpfchen nach unten. Der zweite Punkt ist noch gravierender. Wir haben bei der Parteifinanzierung immer wieder auch mit Rückzahlungen zu rechnen. Das heißt, es müssen auch Rückstellungen gebildet werden. Nicht alles Geld, was man in der Kasse hat, kann man dadurch automatisch ausgeben. Ich sehe die große Gefahr, wenn jetzt Geld hier nach unten verteilt wird, dass dann nachher irgendwo der eine oder andere Kreis oder der eine oder andere Bezirk von der Parteifinanzierung halt die Sachen nicht sauber alles zurückstellt und am Ende werden dann verschuldete Kreisverbände haben oder Ähnliches. Keine gute Idee. Ich habe gegen beide Anträge die gleichen Einwände. Und zwar der erste Einwand. Wenn wir eine Landesgeschäftsstelle finanzieren wollen, wie wollen wir das tun, wenn wir eben das Geld so weit nach unten schleusen? Zweiter Einwand. Ortsverbände, denke ich, müssen nicht obligatorisch eine Finanzhoheit haben. Bisher klappt das auch ganz gut aus der Mitte ankommen. Und vor allem Ortsverbände sind ja teilweise auch als Crews organisiert. Ortsverbände sind extrem unterschiedlich. Da gibt es ganz kleine Gruppen, da gibt es größere Gruppen. Und dann ist die Frage der dritte Einwand. Wie bestimmt man diese Gruppen, die Ortsverbände in ihrem Umfang? Die Finanzmittelverteilung soll bei beiden Anträgen nach der Anzahl der Einwohner gerechnet werden. Aber welche Einwohner bitte, wenn in einer Stadt, in der es bisher noch keinen Ortsverband gibt, eben jetzt ein Ortsverband sich gründet und nennt sich Ortsverband diese Stadt X Berlin Nord. Und wie werden die Einwohner aufbeteilt? Dann kommt der nächste Ortsverband etc. Also in bestimmten Formen, die bei uns plötzlich auch stattfinden kann, finde ich auch problematisch. Also ich weiß nicht, ob der Antrag jetzt besser ist, als wie es bisher ist momentan. Aber so wie er da steht, habe ich das starke Gefühl, dass er dazu beiträgt, die Stärken zu bestärken und die Schwachen noch schwächer zu machen. Wenn es, wie gesagt, verteilt nach den Mitgliedern geht. Und wir wollen ja vielleicht auch mal, dass da, wo wir wenig Mitglieder haben, trotzdem vielleicht mal Geld ausgegeben wird, um dort mehrere Mitglieder zu bekommen. Und ich glaube, es gibt auch einen Antrag, der will, dass nur Ortsverbände gegründet werden können, wenn ein Kreisverband besteht. Wenn der durchkommt, dann muss man sich auch überlegen, welche Anträge wie wo geschaffen werden. Weil das Geld ja immer bei der Bube geofferteten Gliederung hängen bleibt. Und will dann ein Kreisverband, dass ein Ortsverband gegründet wird, naja, ihr müsst ja halt Geld abgeben. Und deswegen erkenne ich keine Verbesserung in diesem Antrag. Wer würde für diesen Antrag stimmen? Den da, den Nati vorgestellt hat. Wer würde dagegen stimmen? Gut. Das Meinungsbild war überwiegend negativ. So, ich habe gerade die Befürchtung, dass ein paar Neumitglieder von der Debatte abgehängt werden. Deswegen möchte ich kurz ein paar Hintergründe erklären. Wir bekommen dieses Jahr, oder wir haben gerade, zum ersten Mal Gelder aus der Parteienfinanzierung bekommen. Ein paar Gesetze, also nach dem Parteiengesetz, sind der Landesverband verpflichtet, diese Gelder an die Untergliederung auszuschütten. Wenn wir keine Regelung treffen, es gibt ja zwei Vorschläge für Regelungen, wenn wir keine Regelung treffen, muss der neue Landesvorstand als eine der ersten Amtshandlungen irgendwie diese 60.000 Euro verteilen. Und zwar nach eigenem Gutdünken. Den Shitstorm würde ich nicht abbekommen wollen. Also bitte trefft ihr in der Regelung. Also im Grunde, was Sven gesagt hat, ich wollte noch anmerken, ich plädiere für den Antrag von Nati. Einfach, dieser wurde in der Gruppe immer wieder in Mammelsitzungen entwickelt. Und hatte eigentlich die Akzeptanz groß in der Diskussion, hatte ich so das Gefühl. Hier jetzt die Ablehnendehaltung kann ich so nicht ganz verstehen. Der regelt alles ganz klar deutlich. Und wir müssen eine Regelung treffen. Ich bin gegen beide Anträge, und zwar aus zwei Gründen. Der erste Grund ist der, wir schreiben hier etwas in unsere Satzung rein, legen uns damit fest. Früher oder später sind wir mit der Regelung nicht mehr einverstanden, müssen sie wieder ändern. Je detaillierter wir die Satzung machen, umso häufiger sind wir damit beschäftigt, die Satzung zu korrigieren. Das ist nicht das, was wir machen wollen. Wir wollen Politik machen und keinen Satz umzuholen. Der zweite Punkt ist der, von neuen hat Sebastian eine gute Rede gehalten über Vertrauen. Jemand, der explizit festlegen möchte, wie solche Mittel verteilt werden wollen, der vertraut nicht, dass der Vorstand das vielleicht selber schon richtig entscheiden könnte in einer Vorstandssitzung. Vertrauen wir doch dem Vorstand einfach, der ist eher des Gelschen sinnvoll einsetzende Wort. Ich muss ganz kurz, Nati noch rehabilitieren, der Vorstand 1.14. Und zwar, die kann minimalisieren, die uns vereinten, damit bei ihm nicht statt. Was ist für ihn jetzt nach der Mitgliedszeit? Dann schießt los. Wir wollen jetzt den GEO-Antrag haben, auch für irgendwas. Okay, es geht eigentlich nur darum, dass die Kreisabwände definitiv Geld bekommen. Es wurde deshalb die Stimme-Rechtigte genommen, um auch den Kreisabwänden die Möglichkeit zu geben, aktiv an der Verteilung der Gelder teilzunehmen. Das heißt, eine hohe Bezahlquote, wenn man für eine hohe Bezahlquote sorgt, das heißt auch für mehr Gelder, für die Piratenpartei als Kreisverband, beziehungsweise Bezirksverband, hat man auch dementsprechend prozentual mehr Anspruch darauf. Ich möchte nur noch mal darauf hinweisen. Und ich würde es wirklich begrüßen, auch wenn das Meinungbild negativ war, dass wir eine Verteilung treffen. Denn, wie Sven so schön gesagt hat, auch der Vorstand, egal wie jetzt verteilt, egal wie der Vorstand aussieht, er wird dann einen riesen Shitstorm vor sich haben. Und derjenige, der jetzt dagegen stimmt und dann den ersten Staat schmeißt, der bekommt von mir einen Berg aufgeschmissen. Gut, damit haben wir den einen Antrag erst mal besprochen. Jetzt kommt der zweite Antrag und danach stimmen wir wieder im gleichen Verfahren ab wie vorhin. Bitte. Also wie ich schon angedeutet habe, vorhin, glaube ich, habe ich den Antrag bestellt, das ist Paragraf 1 zu flügen, so Landesfinanzorten, so weiter. Ganz kurz, wir reden über den Antrag 1 und 12, richtig? Ich denke, genau um den. Okay, also 1 von 12 für die, die die Nummer haben. Genau. Da geht es eigentlich nur darum, ich lasse also die Mitgliedsbeitragsanteile, so wie sie jetzt sind, das haben wir einen jahrelangen Kampf so geschlossen. Ich denke, das hat sich zumindest insofern bewährt, als dass jetzt eigentlich der Bedarf wohl geklärt war. Das war ein Kompromiss zwischen dem, was die Befürworter der Staaten, der Landesverbände wollten und die an niedrige Gliederung wollten. Ich denke, das sollten wir einfach mal so lassen. Was wir regeln müssen, ist das mit der Finanzordnung, denn ich möchte das den Vorständen eigentlich ersparen, das entscheiden zu müssen und dann einen Schiffsturm zu ramfen, den sie auf jeden Fall kriegen, egal wie wir das machen. Das ist völlig klar. Deswegen finde ich, wäre es legitim, das auch im Parteitag zu regeln und das dann vielleicht auch mal stehen zu lassen. Es ist immer noch so, den ganzen Gliederung umbenommen zusammenzuarbeiten, und dann gerne zusammenzulegen. Und ansonsten, wie gesagt, habe ich eine Verteilung vorgesehen, die den Landesverband doch relativ viele Mittel zuwilligt, anders als es bei den Nudelsbeiträgen ist, um eben höhere Aufgaben, die Landesgeschäftsstellen betreiben zu können. Es sind da 50 Prozent Bezirksverbände, habe ich absichtlich ein bisschen kürzer gehalten, weil die eigentlich nicht so viele Aufgaben bewältigen müssen. Wir haben relativ viele Mitglieder. Sie können das meines Erachtens ganz gut regeln und die Kreis- und Ortsverbände sind nun mal die Vor-Ort-Geschichten. Die brauchen halt wirklich Geld. Die haben relativ wenig Mitglieder normalerweise. Die brauchen halt schon ein bisschen mehr Geld aus dem Gesamttopf. Das kam, so kam es zu dieser Entscheidung, das Buch mal vorzuschlagen. Es ist, wie schon erwähnt wurde, wir können nichts anderes regeln. Wir haben zwei Anträge auf Sachsensänderung. Wir können keinen beschließen. Dann ist der schwarze Peter ein Vorstand. Ich möchte nicht Vorstand sein, wenn ich das entscheiden muss. Ich muss nicht ganz alles sagen. Das gibt es auf jeden Fall. Aber ich appelliere einfach, den Landesverteiltand das hier zu regeln. Es ist nicht für alle Zeit notwendigerweise festgefügt. Aber wir können es einfach mal versuchen. Und ich denke, wenn die Giderungen guten Willen beibringen und alle zusammenarbeiten, das muss man bei Wahlen sowieso tun. Die Bundestagswahl geht nur, wenn alle Giderungen vernünftig zusammenarbeiten. Wir können es teilen, wie wir es wollen. Es wird immer irgendeiner sagen, hat zumindest Geld. Und die Teil des von vernünftigen Bekommst ist an der Stelle. Nachdem ich mir jetzt beides genauer angeschaut habe und auch mich rückwärts angeklärt habe, finde ich das grundsätzlich absolut notwendig, dass wir es festlegen. Ansonsten wird nur Chaos entstehen. Persönlich favorisiere ich den ersten Antrag, weil die Parteien da meiner Meinung nach etwas deutlicher festgelegt sind. Aber es sind beide akzeptabel. Wir sollten uns das nachher abnehmen. Und ich fände es wichtig, dass wir uns darauf festlegen. Schon alleine, damit man jetzt nicht irgendwelche, die Stimme ausnahmere Zeit haben muss. Vielleicht hilft es ja so ein bisschen, ich habe das möglicherweise so ein bisschen externe Perspektive drauf. Und ich möchte mich diesem Antrag nach einigen überlegen jetzt eigentlich ziemlich klar zustimmen. Anschließend einfach, weil der Antrag kommt vom Vorstand, wurde da besprochen, Sie wissen die Probleme. Die meisten Gegenargumente waren Argumente, wir wollen den Vorstand schützen, der kriegt das schon hin, der hat Vertrauen gesehen. Der Vorstand sagt, er braucht diesen Antrag. Und was nun dieser Antrag alles auswirkt und was für Anreize ersetzt, da können wir ganz ehrlich, meiner Meinung nach, alle nur mutmaßen. Und deswegen, wir haben in einem halben Jahr wieder einen Parteitag, falls sich herausstellen sollte, dass dieser Antrag, was meiner Meinung nach nicht begründet ist, so massive Probleme verursacht, kann man da immer noch dann da wieder zurückrudern. Ich glaube, wenn wir per se uns immer auf dem Status quo festlegen, dann werden wir uns nicht mehr weiterentwickeln können. Und da wir uns mitgliedermäßig massiv weiterentwickeln. Ich bin einer davon, denke ich, dass das sehr wichtig ist. Okay, ich habe einen Geo-Antrag auf Schließung der Rednerliste. Gibt es Gegenrede gegen die Schließung der Rednerliste? Okay. Wer ist dafür, die Rednerliste zu schließen? Wer ist dagegen, die Rednerliste zu schließen? Gut, damit ist die Rednerliste erstmal zu. War das ein zweiter Geo-Antrag von dir? Nein. Okay, gut. Ja. Okay, Begrenzung der Redezeit auf 60 Sekunden. Gibt es Gegenrede gegen diesen Geo-Antrag? Ja. Okay, wer ist dafür, die Redezeit auf 60 Sekunden zu begrenzen? Wer ist dagegen? Wer von euch hat eine Uhr? Okay, gut, du achtest auf die Uhr. Nein, ich würde dafür plädieren, für Stefans Antrag, den wir jetzt gerade besprechen, zu stellen, nicht für den von Nati, der Grund ist ganz einfach der, bei Natis Antrag werden die Gelder nach Mitgliederzahlen verteilt, bei dem Antrag hier nach Bevölkerungszahl, es ist meiner Empfindung nach ungerecht, wenn dort, wo wegen der Mitgliedsbeiträge und der Manpower vor Ort wenig Bedarf nach finanziellen Mitteln besteht, dann nochmal zusätzlich extra viel Geld kommt, da wo wenig aktive Piraten sind, braucht man das Geld viel eher. also ich möchte nochmal untersprechen, was der Kollege vorhin gesagt hat, es ist in meinen Augen originäre Aufgabe des Vorstandes, diese Entscheidungen zu treffen, wer, wann, wo, wie viel Geld bekommt, und wenn ein Vorstand, es ist eine Verantwortung, ganz klar, und wenn der Vorstand Entscheidungen nicht treffen will, dann muss man sich auch ehrlich gesagt überlegen, ob er Vorstand sein will, ich will kein Vorstand, dessen Aufgaben alle in der Satzung stehen, der nichts mehr nach eigenem Messen entscheiden kann und nur noch ausführen, wie das Organ ist, da kann ich mir einen Angestellten holen, Also ich bin dafür, dass wir uns vereinen von diesen beiden Anträgen auf jeden Fall entscheiden, um uns bei das Geld in der Parteienfinanzierung nicht durch die Lappe gehen zu lassen, und von der Verteilung her, bin ich persönlich für den Vorstand von Nazio-Stau sprühe ich eigenes Vorgang dagegen, weil hier das irgendwie zu fix vorgegangen ist, aber wenn ich jetzt den Antrag dagegen halte, finde ich den wesentlich besser, und dadurch eben die aktive Pirate, die auch guckert, dass der Beitrag bezahlt wird, eben dementsprechend auch mehr kriegt. Nein, das ist kein Gehörstück. Gut, danke. Also, falls wir einen Natis-Ansatz annehmen, man muss sich noch bezahlen, dass nach unserer Satzung stimmberechtigte Mitglieder auch Mitglieder, die ihren Beitrag nicht bezahlt haben. Und wenn wir das annehmen, doch, nein, nein, nur stimmberechtig beim Parteitag sind die Leute, wo den Beitrag gesagt haben, hier steht noch was von Stimmberechtig, das heißt, der Aufstellung, die Sammlung und so weiter werden die Leute nicht unberechtigt, deswegen fände ich das nicht in Ordnung, deswegen sollte man das, zumindest wenn wir das befinden, dann merkt man erinnern, den Mitglieder, die auch den Beitrag in diesem Jahr auch bezahlt haben. Okay, du warst der Antragsteller, ne? Ja. Nazi, stehst du noch unter den Ebenenliste? Ja, ich weiß jetzt, Dann, schieß los. Also zum einen möchte ich dagegen sprechen, nicht nur, weil er der Konkurrenzantrag ist, was natürlich, was ich von anderes ausgedacht habe. ich habe auch Bedenken darum, denn wir haben prozentual, wird sich in den nächsten, bis 2030, 40, 50, ist egal, wird sich prozentual an den Einwohnern fast nichts ändern und das ist vor allem für Kreisabwände kann das ein Problem werden, das heißt, für Kreisabwände, die auf ländlichen Regionen sind, wie Keilsheim oder solche Gegenden oder Main-Tauber-Kreis oder Neckar-Odenwald, die derzeit kein Kreisabwandel haben, die müssten ein riesiges Gebiet abfassen, um genug Parteifinanzierung zu bekommen, das heißt, die sind auf eine riesige Fläche, die müssten eine riesige Fläche betreuen und das ist nun mal nicht gut. Bei den Mitgliedern hat Neinböhm natürlich recht, da muss ich ihm recht geben, es ist schön, wenn man dann noch, wenn man mehr Geld auf die Leute gibt, wo wenig Manpower ist, aber wo wenig Manpower ist, die bekommt weder bei Stephans Antrag noch bei mir Geld, denn es ist eine Gliederung-Voraussetzung. Gut, damit ist wir dann drauf anbauen. Passt fertig, oder? Ne, das musst du ja fehlen. Okay, ich würde gerne noch darauf antworten als andere Stelle. Es ist einfach so, das kann ich ja nicht so stehen lassen, es ist ja ganz klar so, wenn ich jetzt viele Einwohner habe im Gebiet, dann kriege ich auf jeden Fall viel Geld, egal wie viele Mitglieder ich doch habe. Also insofern ist das schon ein ausgleichender Faktor, wenn ich da sage, ich mache es nach Bevölkerungsverteilung. Und wenn da keine niedrige Gliederung existiert, dann hat der Bezirksverband natürlich auch die Gelder, oder der Bezirksverband normalerweise, und kann das dann auch die Bereiche, wo keine niedrige Regelung existiert, auch entsprägend einsetzen. Okay, gut, damit haben wir alle Argumente gehört, hoffe ich. Wir stimmen diese beiden Anträge jetzt erst gegeneinander ab, und dann wer mit der Mehrheit wird abgestimmt. Also das gleiche Verfahren wie vorhin. So weit ist klar, oder? Super. Wer ist da für den Antrag 1.13, das ist der, den Nati vorgestellt hat, anzunehmen? 1.13, der von Nati. So. Okay. Wer ist da für den 1.12? 1.12. Was sagt der Gewährte, neue Menschen? Fertig. Okay, tut mir leid, ich brauche den 1.13 nochmal, ich würde gerne jetzt keinen Das ist jetzt 1.13, Nati. Okay, und jetzt bitte nochmal 1.12 von Stefan. Also ich seh'n die Mehrheit für Nati. Okay. Ja, okay, dann wird er ausgezählt. Was soll's? Die Euroentrag auf Auszählung. Schon klar. Wir brauchen glaube ich die Wahlhilfe, dann zählen wir die schnell durch und dann haben wir die Zahlen. Können wir erst abstimmen, vielleicht ist das so eindeutig, dass wir keine Auszählung brauchen. Bitte? Können wir erst abstimmen, vielleicht ist es doch so, dass wir die Auszählung brauchen. Okay, gut, dann wüsste ich gerne, wer ist dafür, dass wir den Antrag auszählen, also die Abstimmung auszählen. Wir müssen jetzt schnell abstimmen. Wer ist dafür, dass die Abstimmung von eben ausgezählt wird? Wer ist dagegen? Okay, also der wird nicht ausgezählt. So gut. Ich habe die Geo nicht gemacht. Das ist nur ein Hinweis, keine Entschuldigung. Gut, damit hatten wir vorhin eine Mehrheit für den Antrag von Natri. Und wir stimmen jetzt darüber ab, ob der Antrag, ob dieser Antrag angenommen werden soll, als ob die Satzung an der Stelle geändert wird. Wer ist dafür, dass der Antrag 1.13 angenommen wird? Wer ist dagegen? Also den würde ich auszählen lassen wollen. bei den... Okay, wir haben einen Geo-Antrag auf Auszählung. Richtig. Da brauchen wir keinen Geo-Antrag mehr. Das Auszähl. Ich würde ihn auszählen lassen, fertig. Also, hier wird gezählt. Ich würde irgendwann mal noch Vorstandswahl machen, dachte ich. Überbewertet. Ihr habt ja einen Vorstand, lasst doch die noch mal. Dagegen! Ja, vergiss es. Verloren! So, die Wahnhelfer. Die Wahnhelfer, mal bitte auf jede Position. Also, können wir jetzt mal alle hinsetzen, die kein Wahnhelfer sind? Sie wollen aufhören, umzulenden. Da habe ich zwei Wahlhelfer, ich bin vorne, habe ich nur einen Wahlhelfer, wo ist der zweite Wahlhelfer, ich bin hier vorne. Wer macht da hinten Wahlhelfer? Sie sind meine Wahlhelfer nicht. gut, dann jetzt mal bitte alle Stimmkarten hoch, die für den Antrag sind. Welchen? 13. Dame! Es geht in hilariousem kein AWM! 90 уже? 412. 433. 4545. 4643. 463. Die Wahlhelfer, bitte, sagt den Leuten, die er gezählt hat, selbstständig, dass sie das unterdrucken können. Und Ergebnis bitte hier vor die Klinik bringen. Dagegen wird gleich gezählt. Und erst mal dafür sammeln, dann dagegen kapazieren, wunderbar. Da hast du schon den Kaffee. So, jetzt die Wahlhelfer bitte wieder auf Position, alle Anlagen hinsetzen, bitte. Und jetzt bitte die Stimmkarten hochliegen, die gegen den Antrag 1 Grazik generatet sind. Gegen. 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 Ngann. Ping. Gegen. 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 Toch. Es tut mir schrecklich leid, anscheinend gab es Virgung, dass anscheinend teilweise überlappen und teilweise gar nicht bezielt wurde, weshalb wir diese Abstimmung nochmal wiederholen müssen. So, jetzt mal, ich hoffe, die Wahlhelfer wissen jetzt ganz genau, wer was zählt. Den Rest bitte ich noch einmal hinzusetzen, damit die Wahlhelfer auch zielen können. Es geht immer noch um den Antrag 1.1.3 von NATO gestellt zur Finanzordnung. So, meine Wahlhelfer sind jetzt fertig und deshalb bitte noch einmal alle Karten hoch, die für den Antrag sind. Das war's. So, sind die Wahlhelfer wieder auf Position? Dann bitte ich euch jetzt die Stimmkarte zu heben, wenn ihr gegen den Antrag 1.13 von Nancy-Geschätzung-Finanzhaften seid. So, sind die Stimmkarte zu heben? So, sind die Stimmkarte. So, sind die Stimmkarte zu heben? So, sind die Stimmkarte zu heben? So, sind die Stimmkarte zu heben? Also das haben wir da geschnitten mit Summe 98, mit einem haben 41 geschnitten, das macht im Prozent 70,5. Darin ist der Antrag angenommen. Okay, ich habe einen Geo-Eintrag auf Änderung der Tagesordnung, doch weil der nächste Punkt auf der Tagesordnung wäre die Diskussion über Schaffung einer Landesgeschäftsstelle und Budget dafür. Und der Geo-Eintrag lautet, diesen Punkt nach hinten zu verschieben und erst die Neuwahl des Landesvorstands durchzuführen. Gibt es gegen diesen Geo-Eintrag auf Änderung der Tagesordnung Gegenrede? Formal? Okay. Dann hätte ich gerne eine Abstimmung. Wer ist dafür, dass wir die Tagesordnung ändern und jetzt zur Vorstandswahl kommen? Wer ist dagegen, dass wir die Tagesordnung ändern? Gut, damit ist die Tagesordnung geändert, wir diskutieren hinterher über die E-I-I-S. Falls noch jemand Hunger hat, es gibt noch was zu essen, aber die räumen langsam irgendwann auf. Zweifel von dem Ehren. Damit kommen wir zur Wahl des Vorsitzenden. Das ist das übliche Theater an dieser Stelle. Gibt es Kandidaten? Die beiden Kandidaten? Okay, du kandidierst für die beiden Kandidaten. Okay. Das ist das übliche Theater an dieser Stelle. Ja, sie wollte mich nur kurz vorstellen, nicht mit der Arroganz als Vorsitzender hier anzutreten, aber als Kandidatenvorsitzender, sondern mich persönlich vorzustellen. Mein Name ist Klamm Schönger. Ich kam hier aus Heidenheim. Ich bin 60 Jahre und mit dem Januar zu den Piraten gestoßen und habe inzwischen mein aktives Erwerbsleben eingestellt. Ich habe es hinter mir und möchte in der nunmehr zum Freizeit ein bisschen was Sinnvolles machen. Und das ist wesentlich auch nicht mit dem Leuchten. Ja, besser. Also wichtige Punkte für mich sind, für die Arbeiter, für Raten, Transparenz. Das haben wir schon drüber gesprochen. Aber soziales Engagement scheint mir wichtig zu sein, auch wenn, es gab ja hier schon Diskussionen zum Bedürfungslosen Grundeigentum, wo ich den Begriff ein bisschen blöd gewählt finde. Möglicherweise ein gesichertes Grundeinkommen wäre vielleicht ein besserer Begriff. Aber so etwas anzustreben für die Zukunft, halte ich für sehr richtig und die Wege dahin, darüber kann man sicher diskutieren. Da gibt es verschiedene Denkansätze. Auf alle Fälle sollte man da einiges tun. Ein anderer wesentlicher Punkt sind Urheberrechte, Rechte an geistlichen Eigentum und insbesondere das, was momentan massiv überhandnimmt, der Handel und die Vermarktung solcher Rechte und das ganze Abmahnen und Wesen. Ich glaube, da sollten wir als Piraten massiv eintreten. Und da möchte ich auch meinen Beitrag leisten. Und bei diesen Urheberrechten und dem Kampf in dieser Richtung, sehe ich auch, dass wir weitere Ziele angehen müssen. Es gibt geistliches Eigentum auch im Bereich natürlich im gesamten Gesundheitswesen, Medizin, Medikamente und vor allem auch in der Landwirtschaft, was ganz besonders in der dritten Welt zum Tragen kommt, dass Saatgut und Pflanzen massiv patentrechtlich geschützt werden und das dem Wesen der Landwirtschaft und der Menschen an sich entgegenspricht. Da glaube ich, müssten wir vieles tun. Nächster Punkt ist Bildung. Bildung für alle. Und auch da könnten wir ein Grundeinkommen mit einem Beitrag leisten, dass Studenten nicht mehr abhängig sind vom BAföG, dass bildungswillige Handwerker, die einen Meistertitel erwerben wollen, sich zumindest materiell abgesichert fühlen können in dieser Zeit und dass allen der Weg zur höheren Bildung offen steht, auch wenn sie zum Beispiel arbeitslos sind. Momentan ist es so, dass ein Arbeitsloser oder ein Hartz-IV-Empfänger nicht studieren kann. Und weil er verliert, dann alle anderen Ansprüche. Und ich glaube, da sollte man was tun. Sehr viele haben den Zugang zur höheren Bildung nicht oder haben ihn nur erschwert. Und da sollte sich einiges tun. Das war jetzt mal ein Kurze von mir. Und vielleicht gibt es ja Fragen an mich, die ich dann gerne beantworten würde. Leider, mein Manuskript jetzt nicht so schnell gefunden und das ist ein bisschen konfus dahergebracht. Hallo Piraten! Nun ist es wieder so weit. Fast aus den taggenauen neun Monaten nach dem letzten Landesparteitag in Kehl wählen wir heute einen neuen Vorstand für den Landesverband. Wenn mir damals jemand gesagt hätte, dass ich heute hier auf der Bühne stehen würde und mit dem Vorsitz des Landesverbandes zu kandidieren, ich hätte ihn ausgelacht. Und das aus gutem Grund. Aber so kann es kommen. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Lars Palasch, ich bin 35 Jahre jung, verheiratet und habe einen Sohn. Mitglied der Piratenpartei bin ich seit Ende 2009 beziehungsweise Anfang 2010, je nachdem, was man in Absendung des Antrages oder Bestätigung nicht hat. Seitdem habe ich versucht, mich an verschiedensten Stellen im Bund und auch im Land natürlich einzubringen. Überwiegend habe ich aber, wie die meisten von euch auch, Plakate gekleistert und aufgehängt, Infostände organisiert und durchgeführt, Unterschriften gesammelt für die Wahlzulassung. Und seit gut anderthalb Jahren organisiere ich den lokalen Stammtisch mit ein paar weiteren Piraten aus meinem Kreis. Seit Ende Mai 2011 bin ich Vorsitzender des Kreisverbandes Rastadt-Baden-Baden. Hier gehört es zu meinen Aufgaben, den Kreisverband nach innen und außen zu vertreten, den Pressevertretern Rede und Antwort zu stehen, die Organisation einer Wahl durchzuführen und natürlich auch die ganz normalen üblichen Verwaltungsaufgaben. Warum also stehe ich heute hier oben? Ganz einfach. Ich wurde von einer Vielzahl von Piraten gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, für den Vorsitz des Landesverbandes zu kandidieren. Die Entscheidung zu kandidieren fiel mir wahrlich nicht leicht. Auf der einen Seite der Landesverband, auf der anderen Seite der Kreisverband, dessen Vorsitzender ich bin. Der Kreisverband steht gut da, ist voll durchorganisiert, die eingeführten Arbeitsabläufe funktionieren einwandfrei. Hier kann ich mir also sicher sein, dass es auch ohne mich weiterhin gut funktionieren würde. Beim Landesverband war ich mir da nach einem Blick auf die Kandidatenliste nicht mehr so ganz sicher. Somit war die Entscheidung also gefallen, wie ich kandidiere. Das vergangene Jahr war für uns Piraten in Baden-Württemberg und natürlich auch darüber hinaus sehr ereignisreich. Wir haben einen Landtagswahlkampf bestritten, sind in allen 70 Wahlkreisen angetreten mit eigenen Kandidaten. Wir haben unseren damaligen Landesvorsitzenden abgeben müssen und wurden von dem überwältigenden Ergebnis der Piraten in Berlin überrascht. Überwältigend war aber nicht nur das Ergebnis in Berlin, sondern auch der darauf folgende Mitgliederansturm. Und dieser Mitgliederansturm endet bis heute nicht. In dem Zeitraum von September 2011 bis heute konnten wir mehr als 1000 neue Mitglieder begrüßen im Landesverband. Leider haben wir es nicht geschafft, auch die Anzahl der aktiven Piraten im gleichen Verhältnis zu steigern. Hieran müssen wir dringend arbeiten. Auch im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit müssen wir noch viel tun. Immer noch heißt es, die Piraten wären eine Ein-Themen-Partei. Oder auf der anderen Seite das Thema Frauen in der Piraten-Partei. Nicht nur die Presse greift das immer wieder gerne auf. Vor nicht mal einer Woche entgegnete der Vorsitzende der Grünen Bayern, Dieter Janecek, im Rahmen eines Streitgespäts mit Stefan Körner, seines Zeichens Vorsitzender der Piraten-Partei Bayern. Dass wir doch eine reine Männer-Partei wären. Ich möchte ihn mal zitieren. Sexy ist das nicht. Erschienen ist dieses Streitgespräch in unserer süddeutschen Zeitung, also auch relevant für uns. Ich möchte aber nicht mehr viel jetzt sagen und Zeit in Anspruch nehmen. Ich möchte jetzt einfach zum Schluss kommen. Mein Name ist Lars Kalasch und ich bin und bleibe Pirat. Danke. Applaus 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 Ja, aber jetzt kommt es schon wieder. Ja, wenn man je nach oben ist, kann man da rein. Ich weiß, es war nicht weit. Ich muss uns hier jetzt wahrscheinlich ein paar Uhr mehr. Ich weiß, es ist, es ist, es ist, es ist, es ist, wenn man jetzt nur, wir gehen, aber wir sind jetzt mal 16 Minuten oder jetzt mal wieder. Vielen Dank. 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 Danke. Vielen Dank. 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 Ich möchte dafür sorgen, als politischer Geschäftsführer, dass unsere politischen Inhalte von jedem Piraten wiedergegeben werden können und dazu zum Beispiel Tutorials anbieten, in denen für jeden verständlich unsere Inhalte nochmal kurz zusammengefasst werden, dass auch der deutsche Pirat uns das Thema glaubhaft präsentieren kann. Wichtig ist mir auch, Aktionen zu forcieren, gerade wie Sven eigentlich vorhin schon gesagt hat, dass wir uns nicht groß auslegen. Mehr Aktionen auf kommunaler Ebene, aber auch große Aktionen, die uns Presseecho bringen, auf Landes- und Bundesebene mitzugestalten, mitzusuchen, was da an Chancen existiert. Gerade zum Beispiel die Wahl in Saarland und in Schleswig-Holstein sind große Chancen, die wir nutzen müssen. Und da möchte ich durch eine ordentliche Vorbereitung diesen Effekt maximal ausnutzen und schlagfertig für die Bundestagswahl 2013 zu machen. Und dafür bitte ich euch um eure Stimme und, ja, Geld weiter an Bauer-Center. Danke. Ja, ich habe meine Fan-Gruppe mitgebracht. Stehen aus zwei Leuten. Ja, ich mache jetzt das mit der Bewerbungsrede. Ja, ihr habt richtig gehört, es ist eine Rede. Ich weiß, dass es lang ist, viele aufmerksam zuzuhören, denn es lohnt sich. Also, liebe Piraten, mein Name ist nochmal in sich, bin 22 Jahre alt. Ins Mikro sprechen, du hast dich doch morgen gekostet. Ja, na gut, ich werde jetzt einen Techniker anpacken. Okay, also, ich war von 2010 bis 2011 auch bereits vor dem Geschäftsführer Bezirksverband Freiburg und arbeite seit, was weiß ich wie lange, bei der Presse AG auf Landesebene mit. Unsere Pressearbeit war mal unser ausreichendes Schild des Landesverbandes. Wir konnten zu unmöglichen Uhrzeiten reagieren und waren auch mit über 20 Leuten im Bett noch aktiv, konstruktiv und produktiv. Das ist leider nicht mehr so. Unsere Pressearbeit ist eingeschlafen und wird nur noch von sehr wenigen Leuten mitfragen. Und heben die früher offenen Ohren branden, vor allem heute auf Mailinglisten und gehen unter. Damit muss Schluss sein. Wir können uns nicht mehr leisten zu studern. Wir sind nicht mehr die Kleinpartei, die wir freuen, wenn man das Gräbenbräucher-Tagblatt über uns berichtet, sondern sind die sechstgrößte Partei eines G8-Staates, also nicht irgendein Pugelverein. Dementsprechend sollten wir uns auch verhalten und in der Öffentlichkeit präsentieren. Was brauchen wir für uns? Wir brauchen eine schlagfertige Gruppe, die die Pressearbeit im Kern bearbeitet. Diese braucht eine klare Struktur- und Aufgabenverteilung. Klare Workflows, wer macht was und wann. Es braucht einen festen Stamm an Leuten, die schreiben, es braucht eingefäßte Lektoren, es braucht jemanden, der diverse Organisation im Auge behält und deren Mitteilungen filtern und sagt, hey, das könnte ja was für uns sein, sollen wir daraus was machen. Neben dieser Truppe brauchen wir aber auch jemanden, den politischen Geschäftsführer, der den Mut auf hat, den Laden zusammenhält und im Zweifel auch mal selbst tätig werden kann und muss, wenn es gerade nicht läuft, und auch mal einen Weg bis zum gewissen Grad vorgeht. Natürlich, jeder soll mitmachen können, und ich werde die Presse empfehlen, bestimmt nicht, wie wir in der anderen festen Gruppen das machen, verschließen lassen, aber wenn mal nichts geht, muss ein Vorstandsmitglied auch einfach mal machen dürfen und selbst tätig werden. Nur weil gerade mehr keiner in der AG Lust hat, weil wir alle Ehrenamt sind, kann es nicht sein, dass irgendwie wochenlang keine Pressemitteilungen geschrieben werden und wir einfach monatelang schweigen. Diese Kerntruppe, die von jedem der Presse enthält, sonst noch wieder das... Diese Kerntruppe, die von jedem, der die Presse im EL sonst noch liest, ergänzt wird, muss sich regelmäßig treffen und austauschen. Dafür ist das Pressemangel eine gute Institution. Wir müssen uns auch etwas mehr um die Journalisten kümmern. Journalisten sind ja nur ein bisschen kleine Kinder, da muss man sich kümmern. Wir brauchen Material für die Presse. Hochwertiges Bildmaterial, also etwas Essentielles, findet man das einfach nicht. Wir haben kein Bildarchiv von Forschungsmitgliedern. Parteitarn, Symbolbilder, ETC findet man einfach nicht. Hier könnte vielleicht Flickr eine Möglichkeit sein, die auch in die Webseite integriert werden kann oder wir sollten auf jeden Fall da eine Plattform schaffen. Denn auf unserer Webseite können wir sehr viel mehr Bilder vertragen, denn die ist so ein bisschen trübe und triss, nicht? Auch die Presse... Äh, nee, das habe ich gespricht. Ja, nee. Die Pressearbeit ist nicht die einzige Aufgabe des politischen Geschäftsführers. Ich zähle hier auch ausdrücklich die Öffentlichkeitsarbeit ganz allgemein dazu. Das läuft meiner Meinung nach Hand in Hand. Pressemitteilungen sind der eine Teil, der andere Teil sind Aktionen. Und dazu brauchen wir viel mehr, aber da zähle ich auf euch als Inputgeber. Dafür haben wir euch ja. Auch sehe ich den politischen Geschäftsführer als festen Ansprechpartner für die AG Web im Vorstand. Die Webseite und alles drum und dran, Twitter, Identika, Facebook, YouTube, whatever, ist der Öffentlichkeitsarbeitsteil. Hier haben wir noch mehr Potenziale, sollten diese Dienste auch etwas intensiver nutzen. Gerade Facebook und YouTube hat noch enorm Luft nach oben. Und was ich auch sehe, unser CI, jede Gliederung bastelt sich sein eigenes Logo zurecht. Ganz ehrlich, das ist scheiße. Wir haben ein Logo und sollten da ganz in konservativer Schriftart runterschreiben, die Gliederungsbezeichnung und den Namen. Also Piratenpartei Landesverband Warnbüttemberg, Piratenpartei Bezirksverband Freiburg, Piratenpartei Kreisverband Stuttgart, mehr nicht. Das nennt man Markenbildung und erhöht den Wiedererkennungswert, macht somit eigentlich Sinn. Ah ja, ich weiß, wir sind so individuell und bla bla bla, nee, wir sind unprofessioneller Kinder. Das wäre jetzt auch so weit von mir, aber es gibt noch einige Dinge, die ich dir noch anprangern möchte. Ich habe jetzt noch zwei Seiten, Entschuldigung. Wir haben ein enormes Problem, das zunehmend sehr stark ansteigt. Wir haben gesehen, das heute hier auf den Landverteidat sehr intensiv. Das nennt man Fachkräftenmangel. Wir haben zu wenig gutes Personal. Warum? Zum einen, wir gehen unseren gelegten Vorstandsmitgliedern um, die mit einem Stück Scheiß und wundern uns dann, dass sie aufhören, obwohl wir wissen, genau wissen, dass wir keinen guten oder nur weniger guten Ersatz haben und die eigentlich doch ein ganz einfach mal ehrliches guten Job gemacht haben. Aber nein, wir lassen uns lieber von einzelnen Leuten auf Mailinglisten durch die Gegend treiben, wie so kleine Hühnerblüten in Mast- und Schlachtanlagen. Das reicht uns aber nicht, wir sind ja... Das reicht uns aber nicht, wir sind ja Piraten, wenn es weiß. Wir binden auch noch zu den Personen, die wir eigentlich gar nicht brauchen. Ich sage das, ich weiß nicht, man hat mich da extrem unbeliebt. Ganz deutlich, wir gründen völlig überstürzte Verbände. Klar, wir brauchen Strukturen, aber wir müssen keine Kreisverbände erzwingen. Ein Kreisverband mit 30, 40 Mitgliedern ist nur eines, das ist Wahnsinn. Deshalb ganz deutlich, ich spreche mich gegen Kreisverbände unter 100 Mitgliedern und über große Vorstände aus. Das ist einfach ein unnötiger Weg. Wenn ich sehe, dass Kreisverbände fünf Vorstandsmitglieder haben, dann greife ich mir so ein bisschen an den Kopf. Also eigentlich reicht auch im Kreisverband drei Vorstandsmitglieder, vielleicht fünf im Bezirksverband und sieben im Landesvorstand. Das ist das, was ich mir darunter vorstelle. Alles unter KVs macht eigentlich keinen Sinn und sollten wir eigentlich gar nicht anfangen. Das gilt übrigens unabhängig von der Größe der Gliederung. Ein KV hat nicht mehr Aufgaben, je mehr Mitglieder hat. Das ist ein großer Rutschluss. Der Vorsitzende hat in einem Kreis immer noch etwa fünf bis zehn Zeitungen und Medien, um die er sich kümmern muss. Das ist dann völlig egal, ob der Verband 50, 250 oder 50.000 Mitglieder hat. Um effizient und gut arbeiten zu können, brauchen wir schlanke Vorstände, die delegieren. Es braucht im Vorstand zum Beispiel keinen, der sich um IT kümmert. Das kann man behaupten. Aber ich weiß, dass ich mir als Vorstand daran auch nichts ändern kann. In ihre Gliederung darf ich gründen, wie sie will und Brosten vergeben, wie sie will. Aber ich kann noch nicht denken, dass ich hiermit ganz gut getan habe, für andere Strukturen werben. Und das werde ich auch weiterhin tun, weil wir uns hier selbst unnötig lähmen und früher oder später den Karten gegen die Wand fangen. Dass wir uns verzetteln, sehen wir übrigens auch ganz gut den Namen der Kreisverbände. Ein Kreisverband deckt für mich einen Land- bzw. Stadtkreis ab. Punkt. Das machen wir. Wir müssen, dass es personell nicht reicht und verbinden Kreisgrenzen. Ich warte nur noch auf den Kreisverband Karlsruhe-Karlsruhe-Land-Rhein-Neckar-Mannheim-Heidelberg. Darauf warte ich nur noch. Aber gut, vielleicht kommt ja auch noch. Wer glaubt, ich bin am Ende meiner Rede. Ich fange gerade erst. Ihr habt keine Zeit. Nächstes Thema, Neumitglieder. Wir integrieren unsere Neumitglieder dermaßen mies, dass ich mich wundere, dass wir überhaupt noch Zulauf haben. Das Deuern- und Neumitglieder-Paket, das einige PZVs möglicherweise hier haben, danke dafür, kann hier nur ein Braustein sein. Vor Ort muss mehr passieren. Stammtische treffen, wie auch immer, müssen sich nun besonders intensiver kümmern. Wir brauchen vor Ort klare Strukturen, die wissen gerade, dass jeder weiß, wo er ist und wie er mitmachen kann. Aber wenn ich dann höre, dass einzelne Stammtische sich zu Lästerrunden entwickeln, dann frage ich mich, ob die dortigen Damen und Herren richtig in einer Partei sind oder ob ein Samstag Nachmittag die Kaffee-Klaschen hier in der Option werden. Nächstes Thema mal kurz, Schlag auf Schlag angerissen. Newsletter der Piraten-Gavü könnte man mit den Stammtischen Newsletter etwas wiederbeleben. Ja, Wikistruktur ist auch so ein Thema, da findet sich nicht wirklich jemand zurecht. Das ist so ein bisschen grau und rüben bei uns immer. Das macht es auch Neumitgliedern extrem schwer. Personal, Geschäftsstelle, da bin ich eigentlich eher ein Freund davon, so etwas einzurichten, weil das eine Arbeitssinn, dass du für alle Schatzmeister und Gensex aller Gliederung bist. Fundraising, Spenden ist auch so ein Thema, warum kann man uns eigentlich nicht per SMS Geld spenden? Terminplanung, es kommen einige Termine auf uns zu, die recht regelmäßig sind und mit denen wir einfach planen können. Also zum Beispiel 1. Mai, Stichwort Arbeitnehmerdaten, Schutz, Sozialprogramm. Dann die Bildungsschreibung, weil ich da gar nicht weiß, wie weit die noch aktiv sind. Diverse Läufe, wie die Badische Meile, Christopher Street Days, Anti-Nazis-Dimos, und sonstige Gedenken und Aktionsklage sind eigentlich jedes Jahr fest an festen Terminen. Das kann man also ordentlich mit planen. Dann letzter Punkt, noch so ein größerer Brocken, Kommunalengagement. 2014 sind Kommunalwahlen. In der Fläche werden wir nicht antreten können. Wer das Kommunalwahlrecht kennt, weiß, dass es nicht möglich ist. Eventuell aber, können sich Vereinigten Kandidaten auf anderen Listen sich mitwählen lassen. Also Stetwort Listenverbindung. Aber in großen Städten, wie Freiburg, Karlsruhe, Stuttgart, Mannheim, werden wir sicher vertreten. Aber ich stelle mir die Frage, warum schaut sich dort eigentlich niemand die Stadttransition an? Wenn es keinen interessiert, okay, aber dann brauchen wir auch nicht zur Kommunalwahl antreten wollen. Was wir nicht brauchen, sind Kandidaten, die nur kandidieren, damit wir irgendwie dabei sind. Entweder man will es, oder man will es nicht. Aber teilt es klar mit. Alle reden immer von Kommunalwahlen 2014, ganz stolz. Aber niemand schaut sich in der Stadtsratssitzung an. Auch Bürgermeisterwahlen. Wahlen sind eine ernste Angelegenheit und keine Werbungplattform. Also wir werden ja raten, neigen dazu, gerade Bürgermeisterwahlen genau dafür zu missbrauchen. Das ist nicht ganz richtig. Ansonsten, das war es jetzt von mir. Dankeschön. Ich würde gerne einen GO-Antrag stellen, dass ab dem nächsten Kandidatenwahlgang, also ich weiß, dass man zwischendurch nicht kann, die Redezeit der Kandidaten auf maximal fünf Minuten begrenzt wird. Diesen GO-Antrag gibt es nicht, aber wir können es bitte an die Kandidaten formulieren. Für den nächsten Morgen haben wir den gesagt. Ist das nicht erlaubt? Ich muss mich gerade ein bisschen erschütten, wenn ich mir dann vorreden. Also, mein Name ist Thomas Hild. Ich habe drei Töchter, die ich verheiratet bin, 43 Jahre alt. Ich komme hier aus Heidenheim. Ein kleiner Ange hat mich heute wohl schon gesehen hier. Auch hier vorne. Wurde jetzt vorgeschlagen, hier auch zu kandidieren als politischer Geschäftsführer. Diesejenige Welt vermahre ich von 2010 auf 2011. Bereits in Bezirksgruppe bei Stuttgart. Bin dort dann auch zur Wahl nicht mehr angetreten. Was habe ich so bisher gemacht? Ich habe den Bundesparteitag organisiert, zusammen mit hauptsächlich Marco Goldportier, der da fotografiert er hat. Und ja, schon noch endlich an Ihren Unterstützung. Mit Marco zusammen heute hier den Landesparteitag. Ich habe die Pressemappe gemacht für den Bezirksparteitag im letzten, vom Bezirksverband Stuttgart. Im allgemeinen Geschäft, massiv Infostände zum Landtagswahlen letztes Jahr. Im Zuge dessen, dass ich Folge F war im Bezirk, habe ich eine Mailinglist eingerichtet, weil damals die Software nicht so aktuell war, noch nicht so gelaufen ist. Die haben wir dann auch genutzt. Da ging so ungefähr ein... Ich weiß jetzt wirklich, ich lebe mich. Gut, gut. Hat Aussetzer. Oder spielst du am Mikro rum, ja? Das ist prima. Ich habe dann geschätzt, ich weiß es wirklich, ich bin mal auswendig, so um die 200 Pressemitteilungen rausgeschickt. Und diese Mailingliste ging in diesem guten Jahr. Ich habe insgesamt jetzt, wir haben ja, ich weiß es wahrscheinlich nicht jeder, wir haben einen Piraten, einen Piraten-Stadtplatzmitglied hier in Heidenheim. Und ich habe für den E-Field-Preis-Arbeit gemacht. Es ist nicht das Mikro, das ist das Kabel da hinten wahrscheinlich. Ich kann ja auch so machen. Es ist nicht das Mikro, die Mikros gehen alle. Das muss das Kabel hier sein. Dann findet nichts neu. Der Kandidat, der sagt, er hat nur zwei Hände, so direkt. Sieht es jetzt besser aus? Ja, weiß aber. Mich wird mir besser. Ich kann es daheim, dann kann ich es hier auch, mein Gott, weiter aufreißen. Aber er bekommt es nicht, das reicht doch. Also wir haben für diesen Stadtrat und über den, damals über den Stammtisch haben wir etwa drei oder vier Berichte hier in RegioTV erhalten. Die waren perfekt positiv. Dann war ich ein Offenwings-Impressenteam dabei, habe die unterstützt. Ich bin immer wieder relativ wenigmäßig in letzter Zeit auch in der Landespresse tätig gewesen. Da speziell eben in den Peps. Habe ganz viel mit Sven jetzt auch die letzten Wochen telefoniert, insbesondere nach, äh ja, jetzt war ich gleich gesteinigt, nach Evingate. Habe in diesen sieben bis zehn Tagen nach Evingate ganz, ganz viel gekupfert. Also da war ich wirklich tageweise zehn Stunden beschäftigt, das zu puffen und da was rauszunehmen und dafür zu sorgen, dass die Presse nicht alles steigt, was sie gerade lustig findet. Besonders hier im Bezirksverband in Absprachen muss ich sagen. Ja, das ist das, was ich so wesentlich interessetechnisch gemacht habe für die Piraten. Ansonsten, äh, beruflich bin ich Industriemechaniker, Versicherungsveraffnung, Informatiker, bin derzeit Abteilungsleiter in Automotiv. Industrie, das ist so, was ich tue, ich will, ich will euch nicht so lange langweilen, ich glaube. Okay, gibt's Fragen an die Kandidaten? Bitte. Kann jemand das Saalmikro auf der rechten Seite machen? Eins, zwei, drei, super. Ich habe eine Frage an den Norbert Hense. Ich habe das so verstanden, dass du meinst, Ortsverbände werden nicht sinnvoll. Habe ich dich da richtig verstanden? Und wenn ja, warum? Weil ich bin zum Beispiel im Ortsverbände, so zum Glück haben wir einen in meinem Tauberkreis und wir wollen ja auch da größer werden. Zweite Frage wäre, wie könnte man da größer werden? Du meintest, da gibt es vielleicht Ideen zu, wie man da mehr wachsen kann. Ja, ich halte Ortsverbände nicht für sinnvoll. Das ist, ich sehe unterhalb des Kreises keine Nötigkeit für Verbände, das sind nur weitere Organisationen, die unnötig Personal fressen. Ich sehe da keinen Mehrwert drin in politischer Meinungsbildung, in Öffentlichkeitsarbeit. Also deshalb finde ich sie unnötig. Ja, mehr kann ich dafür jetzt eigentlich nicht wirklich sagen. Darf ich dazu noch was sagen? Ernsthaft? Ich weiß nicht. Können wir da noch mal drauf antworten? Nein, eigentlich nicht. Ich habe, und eigentlich auch nicht, ich habe einen Geo-Antrag, ich habe ungefähr sechs Geo-Anträge. Sind alle Geo-Anträge auf Schließung der Rednerliste? Irgendjemand in einem anderen Geo-Antrag? Okay, dann haben wir... Redezeitbegrenzung. Gut, Redezeitbegrenzung machen wir gleich als nächstes. Schließung der Rednerliste. Gibt es Gegenrede? Ich sehe keine Gegenrede. Okay, die... Doch, wir haben... Nein, 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 das ist der nächste Geo-Antrag. Okay, also die Rednerliste ist geschlossen, es gab keine Gegenrede. Der nächste Geo-Antrag ist Begrenzung der Redezeit auf... 60. Auf 60 Sekunden? 60, ja, 50, okay, schon gut. Gibt es Gegenrede? Gegenrede haben wir. Wer ist dafür, die Redezeit auf 60 Sekunden zu begrenzen? Wer ist dagegen, die Redezeit auf 60 Sekunden zu begrenzen? Okay, die Redezeit ist auf 60 Sekunden. Ich bin ja gar nicht betroffen. Begrenzt. Und los, wer ist der nächste? Magst du? Mach mal abwechselnd. Einmal da, einmal da. Okay, also, ihr seid alle potenzielle Nachfolger von mir als politischer Geschäftsführer. Ihr werdet sehr nicht der Öffentlichkeit stehen. Ihr werdet Statements abgeben, ihr werdet Pressemitteilungen abgeben und so weiter. Dabei, ihr seid auch nur Menschen, werden auch Fehler geschehen. Ihr müsst auch vielleicht Sachen vertreten, die nur eine knappe Mehrheit innerhalb der Piraten haben, die vielleicht außerhalb der Piraten sehr unbeliebt sind. Mit anderen Worten, ihr werdet, das lässt sich nicht vermeiden, auch im Mittelpunkt von Shitstorms stehen. Wie viel Shitstorm-Erfahrung habt ihr bereits? Das ist meine Frage an alle Kandidaten. Und wer auch immer von euch dann gleich gewählt wird, braucht euch, ich habe eine Pressemitteilung zu übergeben, die noch in ein paar Minuten rauslässt. Danke. Wie Shitstorm-Präsident... Erfahren, genau. Das suchte ich eigentlich auch nicht, aber gut. Ich bin ja nicht wirklich Shitstorm-Erfahrung, weil ich da noch keinen erlebt hatte. Ob das das Gute oder Schlecht ist, weiß ich nicht in der Partei. Wahrscheinlich ist es sogar schlecht, wenn man noch keinen hatte. Ja, also ich habe auch noch nicht allzu viel Erfahrung mit Shitstorm persönlich gemacht. Ich habe aber nichts Neurischt in meinem Meilenklein, also ich sehe da auch keine Probleme, soll jetzt mal zum Shitstorm kommen. Allerdings möchte ich nicht unbedingt innerhalb in die Partei reinpolarisieren, dass unbedingt ein Shitstorm gegen mich jetzt irgendwie erforderlich wäre, sondern meine Ziele hocken in Baden-Württemberg und in Berlin im Parlament. Also ich bin Kuschelkandidat, kann man sagen. Ich kriege in der Regel keinen Shitstorm ab und wenn, dann kriege ich das was recht. Shitstorm für Piraten kenne ich nicht. Ich bin jetzt auch sonst privat nicht gewohnt. Weder Piraten noch im beruflichen Umfeld. Ich kriege irgendwo eine Basis, also wo man diese Sozialisation entwickelt hatte und sollte die auch durchführen. Dann bin ich das schon lange zurück im Berufsfeld. Wenn es konstruktiv angelegt ist, ja, dann ist es okay. Aber bitte hier einmal im Konsum reden. Okay, danke. Da kann ich meinem Vorreden eigentlich nur zustimmen. Kritik ist berechtigt. Wir sind alle Menschen, vergessen manche von uns. Piraten manchmal so hin und wieder ein Weg. Für mich gilt, wir sind Menschen. Menschen, Menschen machen Fehler, ich mache auch Fehler. Komfort, muss ich dazu stehen. Das Shitstorm, da man es am nächsten, ist vielleicht nicht ganz so toll. Damit kann ich aber ganz gut leben. Weil wer gemeinsam mit Sven und dem Rest von der Truppe Kevin geht durchfragt, der hat alles durch. Nächste Frage. Werter Norbert Hense. Drei Vorstandsmitglieder in Kreisverbänden, okay. Große Kreisverbände, also so über 100 Mitglieder, okay. Aber woher zum Teufel hast du deine Einschätzung über die Arbeit in Kreisverbänden? Warst du jemals in einer Gliederung in einer größeren Stadt, die dafür verantwortlich ist, wo es viele Medien gibt, wo du im Rampenlicht stehst, wo du dich um den ganzen Scheiß kümmern musst? Das funktioniert in Stuttgart nur deswegen, weil wir eine verdammt gute Basis haben. Ist dir das eigentlich bewusst? Wo wohnst du, dass du diese Einschätzung hast? Bevor im Ortonaumkreis, da gibt es nicht viele Menschen und nicht viele Medien. Der Nächste, bitte. Ich habe eine Frage, was ich glaube, ich kenne mich ja jetzt ein bisschen aus der Schattenschirm. Und du hast ja ab und zu so ein bisschen Komplexe, wenn Kameras auf dich gerichtet sind. Jetzt ist es natürlich so, als in deiner Rolle, wenn du jetzt gerettet werden solltest, hättest du vermutlich auch Medien, die ab und zu mal dich interviewen wollen, hättest du damit Probleme? Und ich möchte die Frage auch an alle anderen danach noch richten. Also könntet ihr euch auch vorstellen, im Fernsehen Interviews zu geben oder Ähnliches? Also ihr habt kein prinzipielles Problem mit Kameras. Du spielst wahrscheinlich auch die Situation an, als du als Nebensitzer von mir auf dem WZPT mit einer Spiegelreflexkamera genaust hast. Das ist nicht eine typische Mediensituation. Ich komme auch mit Medien klar. Ich war Landtagskandidat in Schwäbischmünn, habe da relativ viel auch mit Medien natürlich zu tun gehabt. War auch mit Fotos in der Zeitung teilweise. Und da gab es keine Probleme. Und auch bei Podiumsdiskussionen und so habe ich kein Problem mit dem Mischpunkt oder in der Öffentlichkeit zu gehen. Will mich auch nicht in die Öffentlichkeit drängen. Also super sein, so einen Mischpunkt zu gehen. Ich bin im Umgang auf meinen beruflichen Währungskreis, da bin ich im Umgang, wohl aber sehr oft in der Grund, ich sage meinen Wunsch, der hat meine Tätigkeit und meine Beobachtungsgarde. Ich bin aber erst mal erfasst auf die Kamera, ungewohnt, habe keine Berührungsinstrahlung gehen. Ich stelle mich über den Textein, wenn jemand zu formulieren ist, in welche Richtung das auch verhalten werden soll. Wie vorhin gesagt, möchte ich das Amt von ein bis drei Pressesprechern ausschreiben. Die werden dann in 1. Juni den Kontakt zur Presse, zu Medien, zum Fernsehen halten, hoffe ich. Natürlich bin ich auch dazu bereit und werde das auch machen. Aber das Ziel ist eben dafür, Leute zu finden, die das gerne machen, die das ausschließlich machen, weil als Folgeer hat man sehr viel zu tun. Also ich war schon mehrfach auch im Fernsehen und an einem Regio.tv auch im Namen der Piraten. Im Namen der Piraten deswegen, weil da spiele nicht ich die Rolle und die erste Geige, sondern die Piraten und deren Meinung. Und dann hat meine Meinung einfach meinen Hinblick auf zu treten und ich vertrete Parteimeinung und nicht meine Meinung. Ansonsten bei ein paar hundert Pressemitteilungen, wo ich rausgeschickt habe, und Kontakten in ganz Baden-Württemberg, insbesondere in die Zölzer-Badne, also Presse-Scheu, bin ich wohl eher nicht. Ich habe eigentlich zwei Fragen an Norbert Hense. Erstens, in deiner in Anführungszeichen Rede hast du zu 90 Prozent Füllwörter benutzt, die total sinnlos sind, aber in den restlichen 10 Prozent, die inhaltlich wertvoll waren, hast du eigentlich einen ziemlichen Roundkick gemacht. Wieso kann ich jetzt so als politischer Geschäftsführer nicht als Vorsitzender? Und die zweite Frage ist, als Organisator des Landesparteitages in Kehl hast du hinsichtlich der Überwachungsvorkehrungen vor Ort eine gewisse Wurstigkeit an den Tag gelegt. Es war dir ehrlich gesagt ziemlich wurscht, ob irgendwelche Kameras vom Veranstalter angeschaltet waren. Wie kannst du das mit unseren Inhalten in Einklang bringen und das als politischer Geschäftsführer nach außen vertreten, wenn es dir in gewisser Weise wurscht ist? Ja, das erste, das mag vielleicht ein One-Kick gewesen sein, warum ich mich nicht für den Vorsitzenden kandidiert habe, ganz einfach, weil ich weiß, dass ich es nicht kann und dass ich einem eher einfach nicht zutraue, so ehrlich bin ich zu mir selber. Das mit der Überwachung, also worauf du anspielst. Wir hatten einen Landesparteitag in Kehl, ich habe den organisiert, das hat auch so eigentlich ganz gut geklappt, würde ich jetzt einfach mal sagen. Da waren zwei Überwachungskameras, eine im Saal, eine im Foyer und ich wurde gebeten, die irgendwie auszuschalten oder schlag mich tot. Das habe ich so nicht gemacht. Erstens ist es halt ein bisschen lustig, dass man das nicht eine Kamera filmen soll bei einer öffentlichen Veranstaltung, weil was filmt die mehr als der Stream, nicht wirklich was anderes. Zweitens, weiß ich gar nicht, ob ich das, gut, es ist vielleicht ein Fehler gewesen, mich damit weiter zu befassen, aber ich wüsste gar nicht, ob es möglich gewesen wäre, diese Kamera auszuschalten. Ich weiß ja nicht, wie rechtlich die Stadtmarketing, die EMBH das will, dass diese Kamera dort läuft und ich das gar nicht, weil ich vertraglich gebunden bin als Mieter, dass die Kamera läuft. Da habe ich mich vielleicht ein bisschen zu wenig damit befasst. Ich sehe da jetzt aber nicht wirklich ein Problem. Es ist eine öffentliche Veranstaltung gewesen. Es haben zahlreiche Leute Fotos gemacht, es haben Leute Videos gemacht, es lief ein Stream. Also, da ist eine Überwachungskamera, läuft. In diesem Bereich ist es echt wirklich weniger problematisch gewesen. Okay, vielen Dank. Nächster. Ich habe eine Frage an Thomas Wilk. Du warst vor einem Jahr ungefähr bei uns im Bezirksverband Stuttgart, politischer Geschäftsführer, hast dort allerdings nach der Wahl dann irgendwie nichts gemacht, zumindest nicht, was in der Öffentlichkeit irgendwie angekommen ist und bist erst in den letzten, wenn ich mich richtig erinnere, ein, zwei Monaten aktiv geworden. Vielleicht möchtest du was dazu sagen, was da die Ursache war und vor allem, wie es die nächsten zwölf Monate dann bei dir aussieht, wenn du uns auf Landesebene da vertreten würdest. Also einerseits kann ich aus meiner Sicht nicht ganz zustimmen, dass ich nicht aktiv war, zumindest in Heidenheim war da einiges und nach dem Ausscheiden aus dem BZV-Amt habe ich auch nichts anderes zu tun als Heidenheim und nicht BZV, weil meines Wissens nach hat diesen Posten und diese, ja diese Aufgabe in den Posten gibt es ja nicht mehr, hat diese Aufgabe jemand anderes, da kommt die, braucht nichts, da wird mich viel. Wie auch immer, ähm, ich habe bis zur Kreisverbandsgründung, zumindest hier im Landkreis Heidenheim, meine Pressearbeit glaube ich ganz ordentlich gemacht, ich denke die Heidenheimer können das auch ganz gut bestätigen und nach der Kreisverbandsgründung war ich nicht mehr zuständig, aber wenn ich nicht zuständig bin, dann mache ich auch nichts. Was die nächsten zwölf Monate betrifft, die gute Vorarbeit von Sven und seinem Team vor allem auch vorführen, das alles aber, ja, noch ein bisschen, wenn es irgendwie möglich ist, auf breitere Füße stellen, dass eben, wenn dann mal ein paar Leute nicht können und nicht ins Pet kommt, dass man dafür Ersatz hat, dass die dann einspringen, nenne ich das jetzt mal, und, ähm, ja, den Kontakt zu den Medien forcieren. Darf ich dazu was sagen? Also die Frage bezogen sich ja schon auf den Bezirksverband Stuttgart, ich meine, es kann sein, dass du in Heidenheim was gemacht hast, aber das hat man natürlich nicht im Rest vom Bezirksverband dann halt, äh, sozusagen gemerkt, weil du bist ja für den Bezirksverband gewählt worden, nicht für Heidenheim. Du meinst, das ist doch die Zeit, wo ich im Bezirksverband WOLGF war. Genau. Da habe ich ein Rechenschaftsbericht abgelegt, einfach mal lesen. Bitte keine Nachfragen, weil es sonst, äh, unendlich wird. Danke. Also an Herrn Nenso. Ähm, ganz einfache Frage. Bist du dir wirklich sicher, dass du das hinkriegst? Und zweitens, ähm, wir erinnern uns sehr gerne an deinen Auftritt zum Thema BGE, auch den BPT. Bist du dir sicher, dass du so einen Auftritt nicht vor der Presse in den nächsten zwölf Monaten hinlegen wirst? Frage 1, ja. Frage 2, ja. Ja, ähm, Tobias Betzien, stellvertretende Vorsitzende im Kreisverband Teidecke Heidelberg und auch ich hätte eine Frage in Ehrenwertung. Ähm, Naubert, ich hatte schlicht mir gleich die Frage, wie gut du glaubst, dich in den Vorgängen des LVs selbst und vor allem auch in den KVs auszukennen, wie wir so leidenschaftlich fährst. Ähm, ich als jemand, der regelmäßig in Gemeinderatssitzung und in Sitzung, dessen Ausschüsse sitzt, fühle mich von deiner Aussage doch recht angegriffen, dass das keiner so machen würde. Und, äh, zweitens ist mir auch nicht bekannt, dass irgendeine Mega-Fusion der KVs Heidelberg oder Mannheim vorbespielt. Das mit der Mega-Fusion war natürlich eine gewisse Spitze, eine Übertreibung, also von daher, solche KVs erwarte ich nicht. Ähm, bei den KVs, da muss ich vielleicht richtigstellen, dass da Unterschiede gibt zwischen ländlichen KVs und städtischen KVs. Und da kann die Arbeitsbelastung durchaus unterschiedlich sein. Ich bezog mich überwiegend auf den ländlichen Teil, weil da sind es wirklich nur wenige Medien, die aktiv sind und die man bespielen muss. Dass du in Gemeinderatssitzungen bist, ist doch, äh, ist toll. Ja, ich weiß, dass Einzelne das machen, aber so wirklich breit, wie wir das machen sollten, ist es einfach tatsächlich nicht. Ähm, wir reden immer alle von Kommunalwahl, aber es sitzen dann vielleicht du und noch zwei, drei andere in den einzelnen, äh, Gemeinderatssitzungen oder Kreistagssitzungen. Aber wirklich flächendeckend äh, äh, tun wir das einfach nicht und benügen uns hier einfach, äh, selbst groß aktiv werden zu wollen. Aber, äh, interessieren uns für diese Thematik leider viel zu wenig. Und, äh, ja, das ist halt so. Okay, danke. Okay, äh, ich unterbreche jetzt einfach mal kurz, weil unser Gebördensprachrollmatcher eine Pause braucht für 10 Minuten und an die Zeit. Applaus 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 Vielen Dank. 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 Ja. Dann war noch eine Frage. Frage, die ich jetzt vergessen habe. Tonfall. Ach, Tonfall. Ähm... Entschuldigung. Ja. Die Frage kann ich noch mal kurz eher holen, als wir hier sind. Es war eine Frage zusammen, weil du die als kleine Kinder bezeichnet hast, aber es jetzt erklärt. Aber eben, ob du auch so mit dir schon alles besprechen willst, wie du es jetzt mit uns heute machen willst. Also, ja, mit Journalisten rede ich ganz normal, wenn ich nicht leise. Was immer auch bei mir eventuell ganz normal ist, das ist ja vielleicht auch wieder Ansichtssache. Aber mit Journalisten, ich habe ja verschiedene, ich betreue die Pressearbeit dort im Ortenaukreis und deshalb auch Kontakt mit Pressportretern, sei es auch schon mal ein Kabarettier, ein bisschen vor Südplatz oder sei es diverse Zeitungsjournalisten und mit denen rede ich, wie man mit Journalisten redet. Also, von erwachsenem Mann zur erwachsenden Person. Okay, vielen Dank. Ganz kurz, ich hätte eine Bitte. Die Leute, die sich unterhalten wollen, könnt ihr das irgendwie draußen machen, gebt frische Luft schnappen oder sonst irgendwas, weil es ist unglaublich schwer zuzuhören, was der, der das Mikro in der Hand hat, sagt, wenn der Hintergrundlärmpegel einfach immer größer wird. Also entweder schnauze oder raus. So viel zum Thema. Hallo, mein Name ist Kai Großherd, ich bin seit drei Jahren Vorstand im Bezirksurband Stuttgart und ich habe eine Frage an Thomas Wilk, wenn er zuhören möchte. Ich höre auch mit Ohren, wenn ich mit Ihnen rede. Das ist sehr gut, danke schön. Und zwar würde, ja, ich kenne deinen Rechenschaftsbericht, deinen Tätigkeitsbericht und ich war ja gleichzeitig mit dem Vorstand und mich würde auch interessieren, warum du bei weniger als 50% der Vorstandssitzung anwesend warst und ob man dich irgendwo außerhalb von Heidenheim sehen wird in deinem einen Jahr als politischer Geschäftsführer. Und ich kann mich, zweite Frage, du hast eine Spontankandidatur gemacht auf dem Bezirksparteitag in Stuttgart, das war ungefähr das Gleiche, was du hier vor einer Stunde gemacht hast und ja, ehrlich gesagt, war das ungefähr die schlimmste Arbeitszeit, die ich je hatte, weil die Pressarbeit völlig tot war für zwölf Monate und ich würde gerne von dir wissen, ob du gedenkst, das anders zu machen und wenn ja, dann wie. Danke. Also die Frage zu den 50%, die hatte ich vorhin schon geantwortet. Dann spontan, weil du mir sagst, ob ich außerhalb sichtbar war, ich war, fällt mir momentan spontan ein, was du bestätigen können, ich habe einen Göttingmann, fällt mir jetzt gerade so spontan ein. Ist das richtig? Also so viel dazu teil. Und die schlimmste Angst, ich weiß, ich bin ja durchaus kritikfähig, ist ja nicht so. Und wenn ich Fehler mache, dann kann ich die auch durchaus ändern. Aber dazu gehört eben auch, dass man mir die Fehler kommuniziert. Und das ist vielleicht, dass in jedem Fall von deiner Seite auch nicht passiert. Okay, letzte Frage. Ich brauche für meine Entscheidung noch von zwei Leuten eine Antwort, um meine Entscheidung entwürdig fällen zu können. Und zwar einmal würde ich gerne von Sebastian wissen, der hat so Pläne recht klare gemacht mit so Tutorials und für Neumitglieder. Alle anderen haben gesagt, so Pressen mit mir. Und deswegen würde mich interessieren, hast du da zum Beispiel schon irgendwas mal im Hintergrund, das klang so fundiert, hast du irgendwie vielleicht schon mal irgendwas ausbildungsmäßig oder studionsmäßig mit so Kommunikation intern gemacht? Gemacht professionell nicht. Das war ja eine Idee, weil ich gesehen habe, dass einfach auch eine Basis zu meinem Kernthema, Urheberrecht, Patentrecht, auch Bildung, einfach basic, die Skills nicht vorhanden sind. Und ich möchte es gerne ändern. Ich möchte gerne, dass jeder Pirat vor Ort gegenüber der Presse, gegenüber den Menschen unsere Standpunkte vertreten kann, dass die Menschen 2013 bei der Bundestagswahl wissen, warum sie bei uns das Kreuz machen müssen und nicht woanders. Ich möchte da gerne auf Audio-Inhalte vor allem zum Beispiel setzen, weil das einfach ein Weg ist, es jedem Piraten zugänglich zu machen. Auch wer lesevoll ist und kein Audio leider durchlesen möchte, soll auch jeder da trotzdem die Möglichkeit haben, sich auch in Punkten, in denen wir noch keine Lösungen haben, weiterzubilden, auch gerade Wirtschaftspolitik. Man muss mitreden können, auch wenn wir nicht die Lösungen haben, einfach einmal zur Basis überall. Die Öffentlichkeitsarbeit war es auch ein Teil des politischen Geschäftsführers als Aufgabe nicht zu erleichtern und zu ermöglichen. Das war die Idee dahinter. Danke für die direkte Antwort. Ich hatte gesagt, ich werde zwei Leute eine Frage stellen. Ich stelle die zweite Frage noch. an Martin Lange und zwar warst du der Einzige, der von den Kandidaten sich irgendwie nicht so stark auf Pressearbeit fixiert hat, sondern gesagt, er will dafür drei Pressesprecher einstellen oder also, nee, will den Pressesprecher steil da ausschreiben und das finde ich persönlich ganz sinnvoll aufgrund des steigenden Marktes. Ich würde mich aber interessieren, wie du quasi die Freiräume, die du dem politischen Geschäftsführer für schaffst, nutzen willst. Okay, also erstmal, ich glaube, wenn man sich die Pad-Liste von der Presse anschaut, dann war ich bei 90 von den letzten 100 Pads als einer der Autoren irgendwo gelistet. Ich denke, das werde ich ein bisschen reduzieren, aber das Problem, dass die Pressearbeit schleift, wird es hoffentlich nicht gehen. Allgemein der Aufruf, jeder darf bei der AG Presse mitmachen. Es wird auch auf Landes- und Bundesebene in der Schulung geben, aber das werde ich hierher. Als Polgf sehe ich dann auch vor allem meine Aufgaben, neben dem reinen Pressearbeit, Mitteilungen schreiben, Interviews gehen, wirklich die politische Diskussion in der Partei wieder anzustoßen, weil, wie gesagt, es ist ein bisschen eingeschlafen. Vielen Dank. Damit haben wir die schier unendliche Rednerliste abgearbeitet und wir können zur Wahl kommen. Bitte schön. So. Möchte noch irgendjemand für das Amt des politischen Geschäftsführers kandidieren? Dann erkläre ich, die Kandidatenliste sind nicht für geschlossen. Ab jeder einen Stimmzettel, der einen Stimmzettel möchte. Ab jeder einen Stimmzettel, der einen Stimmzettel möchte. Gut, dann ist die Stimmzettel-Ausgabe hiermit beendet. Abgesehen davon, möchte ich ausdrücklich darauf hinweisen, dass nur die Auswahl von hier angekündigten Nummern einen gültigen Stimmzettel ausmacht. Wenn ihr Ja ankreuzt, ist das zwar sehr positiv und mag bei Volksentscheiden in Baden-Württemberg funktionieren. Können wir die Nummern mit an den BIMA kreuten? Die Nummern sind übrigens schon eingetragen im Pad. Du kannst einfach an den BIMA kreuten. Aber bitte, ihr führt dazu zu einer ungültigen Stimme. Ihr habt jetzt fünf Leute zur Auswahl, das heißt, ihr habt insgesamt fünf Stimmen, ihr könnt eine davon pro Kandidat verwenden. Oder ihr könnt mit Nein stimmen. Ihr könnt die Stimmen, wie gehabt, nicht kumulieren. Es hat einer versucht das letzte Mal, der hat zwei daneben hingeschrieben. Das funktioniert nicht. Irgendwas anderes. Also mal klaren, kenntlich machen, dass man den will oder nicht will, führt zur Ungültigkeit des Stimmzeichnisses. Alles klar? Fragen? So, dann bitte ich die Wahlhelfer sich zu den Urnenbegeben, die ich da schon vorsorglich ausgelegt habe und mir das kenntlich zu machen, wie ihr euch dort befindet. Und ihr werdet gebeten, dann zügig nach der Stimmabgabe zum Platz zurückzukommen. Wir haben noch eineinhalb Stunden für mindestens drei Pflichtwahlen. Das heißt, eine eineinhalb Stunden Kandidatenvorstellung. Die Wahlurne sind geöffnet, ihr seht das alle? Ich bitte jetzt, die Wahlhelfer die Wahlurne zu schließen. Ich bitte um die Einstellung aller Bildaufnahmen und Videoaufzeichnungen und die Einstellung des Streams bis zum Ende der Wahl. Seid ihr bereit? Urnen bitte schließen. Haben alle Wahlhelfer die Urne? Die Urne? Ja, eins, zwei, drei, vier, drei. Da kommen sie. Er muss noch hoch gehen. Also, dann haltet noch mal die Urnen hoch, dass jeder sieht, dass nichts mit schlechten Dingen vorgegangen ist. Macht die nochmal rauf, alle sie hoch. Alle rein schon, bitte die Urnen verschließen. Die Wahl ist sie mit eröffnet. Ähm, ein bisschen gleichmäßig. Sie hoffen. Okay. Danke. 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 15 burnt. Tschüssnahme. Tschüss смотреть. Tschüssletter. Tschüssrrśmy. Tschüss, Schrauz Wherever die 나 Michigan miracles hat. Tschüsswhat Samenung? Kommarteicio сх stellt. Vielen Dank. 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 Danke. Vielen Dank. 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 Konzept entwickelt, brauchen da aber unbedingt auch Mithelfer, auch um das umzusetzen, um das zu planen. Also wenn irgendjemand meint, er kann helfen, er will helfen, ich sitze da hinten, sich um helfen oder es steht auch im Wiki, auf der Wiki-Sendung vom Landesverband ist es vielleicht prominent verlinkt und dann kann ich auch schon mal ankündigen, dass es einen Stammtischwettbewerb geben wird in naher Zukunft, da wird eine E-Mail noch rumgeschickt, wo es darum geht, dass die Stammtische Wahlversprechen zu den einzelnen Themenbereichen erarbeiten sollen und dann auch was gewinnen können, das ist, soweit ich weiß, ein Stammtischbudget von 120 Euro, also bereitet euch da schon mal drauf vor, dass da was kommt und überlegt euch, ob ihr da mitmachen wollt. Dankeschön. Vielen Dank für den Beitrag. Wir haben ein Ergebnis? Okay, wir haben noch kein Ergebnis. Wir können rechtlich gesehen keine Wahl starten, bevor diese Wahl nicht abgeschlossen ist. Das wäre problematisch, zwei offene Wahlen zu haben. Was wir machen können ist, wenn ihr darauf verzichtet, das Auszählungsergebnis jetzt zu hören und die Verkündung zusammen mit dem anderen Auszählungsergebnis zu hören, könnt ihr das akzeptieren? Hat jemand etwas dagegen, wenn die Ergebnisse beider Wahlen zusammen verkündet werden? Möchte irgendjemand, der zum VOLGF, falls er nicht gewählt wird, für den Generalsekretär kandidieren? Würde irgendeiner der Kandidaten, anderemfalls für das andere Amt, kandidieren wollen? Gut. Gut. Irgendwelche Einsprüche, die Ihnen das vorgehen, dass wir jetzt bitte nächsten Mal weitermachen und beide Ergebnisse komponiert verkünden. Gut. Weil es rechtlich wichtig ist, dass wir sagen, dass wir sonst anfechtbar werden. Willst du anfechtbar sein, dann machen wir Wundekugel. Steck mal das bitte am Netbook auf. So. Wir kommen nun zur Wahl des Generalsekretärs. Sind die Wahlhelfer an Ihren Plätzen? Genau. Wir haben drei Kandidaten. Wir haben Christian Schwarz, wir haben Matthias Weiß, also Christian Schwarz Platz 1, Matthias Weiß Position 2 und Thorsten Neufensch, Position 3. Christian Schwarz hat sich mit seinem Nickname Nineberry vorgestellt. Er ist aber als Christian Schwarz zu wählen, einfach weil wir ein Feld haben, Nein, und Nein nicht mit Nineberry identisch ist. Die Wahl ist hier mit eröffnet. ARD Text im Auftrag von Funk Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir haben wieder nach drüben eine unterbeschäftigte Wahlröne. Ich werde nach drüber gehen. Ich werde nach drüben eine unterbeschäftigte Wahlröne. 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 Ich werde nach drüben eine unterbeschäftigte Wahlröne ... Ich muss nach drüben! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und wir werden in Kürze zur Auszählung schreiten. Und ich gebe Ihnen eine Versammlungseite zurück. Die Auszählung ist wie immer dort hinten und offen. So. Machen wir weiter. Nächster Tagesordnungspunkt ist die Wahl des Schiedsgerichts. Ich bitte die Kandidaten für das Schiedsgericht auf die Bühne. Es hat niemand Antrag gestellt, dass beide Sitzer gewählt werden. Also machen wir jetzt erstmal den Schiedsgericht weiter. Gewähren soll, Mensch. Stell den Antrag. Nein, das ist ein schickender wahrer sonstiger Antrag. Ich habe jetzt einfach ein ganz kurzes Anliegen. Es ist folgendes. Es gibt Ämter, die laut Satzungen gewählt werden müssen. Und es gibt Ämter, die laut Satzungen nicht gewählt werden müssen. Und folgendes Ämter müssen noch gewählt werden. Schiedsrichter, Ersatzrichter, Kassenprüfer. Insbesondere Kassenprüfer, weil diese aufgrund gesetzlicher Frist aus dem Amt scheiden. Schiedsrichter und Ersatzrichter müssen einmal pro Jahr gewählt werden. Denn, das könnt ihr gerne auch auf einem Sonderparteitag machen, Beisitzer können die wählen werden. Es ist jetzt eure Entscheidung, was ihr wollt. Wollt ihr das wählen, was ihr wählen müsst? Oder wollt ihr das wählen, was ihr wählen wollt? Also inzwischen liegt es auch ein schriftlicher sonstiger Antrag vor, zwei Beisitzer zu wählen. Dann stimmen wir über diesen Antrag ab. Darf ich dazu was sagen? Wenn wir es nicht schaffen, den neuen Vorstand vollständig zu wählen, haben wir das Problem, dass der alte Vorstand im Amt bleiben muss. Das will niemand vom alten Vorstand. Das wird nicht funktionieren. Stopp, 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 stopp. Also, wir müssen die zwei Beisitzer nicht wählen. Das ist nicht gesetzlich vorgeschrieben. In der Satzung ist das eine optionale Kartenregelung. Das Schiedsrichter und die Kassenprüfer, wie gerade gesagt wurde, müssen wir wählen. Deswegen habe ich jetzt erst mal, weil kein Antrag bis eben vorlag, weitergemacht mit dem nächsten Tagesordnungspunkt, Wahl des Schiedsgerichts bzw. der Vorderbericht des Schiedsgerichts. Danach wäre die Abstimmung über die Kassenprüfer. Jetzt inzwischen liegt ein Antrag vor, Wahl der Beisitzer. Mein Vorschlag wäre es, diese Beisitzer als letztes zu wählen. Wenn uns die Zeit nicht mehr reicht, ja, haben wir vielleicht ein Problem, aber dann müssen wir die nicht wählen. Wir müssen sie nicht wählen. Die anderen müssen wir wählen. Inzwischen liegt aber der Antrag, wurde vom Antrag statt zurückgezogen und verändert. Wir haben jetzt einen Antrag, einmal einen Antrag auf die Wahl von den zwei Beisitzern und einmal einen Tagesordnungspunkt, das Änderungsantrag die Wahl des Schiedsgerichts und die Wahl der Rechnungsprüfer zuerst zu machen. Darüber müssen wir getrennt abstimmen. Wer ist dafür, dass wir zwei Beisitzer wählen? Geh jetzt bitte die Karte. Okay, und wer ist dagegen, dass wir zwei Beisitzer wählen? Das könnte Schlimmes sein. Die Mehrheit ist dafür, dass wir zwei Beisitzer wählen. Also werden wir zwei Beisitzer wählen. Dann haben wir einen Dio-Antrag auf Änderung der Tagesordnung. Zuerst das Schiedsgericht und die Rechnungsprüfer zu wählen und dann zur Wahl der Beisitzer zu steigen. Gibt es da Gegenrede? Begründet? Nee, der kennt sich nicht aus. Wenn wir gerade beschlossen haben, Beisitzer zu wählen, dann müssen wir sie auch wählen, sonst haben wir keinen vollständigen Landesvorstand. Also von daher bitte nicht die Tagesordnung ändern, nachdem wir die Beisitzer beschlossen haben. Damit haben wir jetzt Abstimmung über diesen Dio-Antrag zur Änderung der Tagesordnung. Wer ist dafür, dass die Tagesordnung geändert wird und zuerst Schiedsgericht und Rechnungsprüfer gewählt werden? Jetzt bin ich die Karte. Okay, wer ist dafür, dass wir zuerst die Beisitzer wählen? Also zuerst Schiedsgericht und Rechnungsprüfer, der Antrag wurde angenommen. Dann bitte ich jetzt das Schiedsgericht für den Bericht auf die Bühne und danach die Kandidaten für das Schiedsgericht nochmal bereithalten. Die Schiedsrichter, die da vorne reden, dürfen ans Mikro und ihren Bericht abgeben. Das kann ich hier bestehen, der erscheinend so. Also wir haben jetzt ein Jahr Schiedsgericht gemacht, waren wir hier dabei hier. Und hatten zu überraschen, tatsächlich mehrere Fälle zu verhandeln. Ich mache es so kurz, wie ich kann, aber ich muss es berichten. Wir hatten einen Fall des GBW 2011-10-12-1. Die Mitgliedschaft im Grund, fortfremden Gebiets vorstand. Bisschen leiser bitte. Bitte? Bisschen leiser, man kann schicken. Ich versuche es. Einfach schreien. Nicht du, die anderen! Auf geht's! Ja, das war nicht klar. Ja, das war auch nicht klar. Okay, also es ging um die Mitgliedschaft im Wohnort- und Gewichtsvorstand. Und wir haben im Sinne des Antragstellungs- und Kreisverbandes entschieden, dass das möglich ist. Anschließend kam es zum Bundesparteitag und da ging es durch ein Ersatzungsergebnisantrag auch dazu, dass das generell jetzt gilt und keine Unklarheit im Ersatzhinein ist. Dann haben wir einen zweiten Beitrag, der war relevant für diesen Landesparteitag, das GBW 2012-01-24-1. Es ging um das Stimmenrecht auf diesem Parteitag und wurde auch ohne Zahlung des Mitgliedschafts- und mit Einzahlung aller vorherigen Leitfriege bis 2011 stimmen darf. Wir haben das abgedehnt und der Krieger hat zwar im Gang vor das Bundesschiedsgericht angekündigt, ist aber bis heute nicht getan, laut Bundesschiedsvorsitzenden. Damit ist das eigentlich erledigt aus unserer Sicht und wir können das sogar vollständig zielerstellen. Dann haben wir als drittes noch zu bemerken, es gab eine Anfrage, das war eigentlich heute schon im Spiel, ist aber noch nicht abgeschlossen. Es gab eine Anfrage, ob man entdehelfen darf, also im Vorstand mehr Gewichtsverwände sein darf zugleich. Das hatten wir heute schon, das haben wir einmal genehmigt als Parteitag, wir haben dem Fragensteller, am Ende geteilt, dass es möglich ist, haben wir heute schon im Markt drin, die Versammlung zu bestimmen. Das wird auch irgendwann sein, weil wer das kandidiert hat, das ist nach wie vor, und man kann hier will anscheinend, dann weiß es nachher auch, der ist schon mit ihm im Preis vorstanden. Das war es eigentlich. Ich schieb ganz kurz ein, der Wahlleiter bittet seine vier Extrawahlhelfer. Hat sich schon erledigt? Okay. Dann gibt es jetzt ab Gleichstellung die Verteilung der Wahlzettel für die nächste Wahl. Die Stimmzettel mit der Nummer 7 sind für die kommende Wahl, nur dass ihr dann Bescheid wisst. Welche ist das? Habt ihr die schon ausgeschrieben? Habt ihr die schon angekündigt? Die kommende Wahl. Gut, dann behaltet die ein und macht mit dem Gegenüber bitte nichts. Also jetzt kommt eben die Wahl zum Schiedsgericht. Die Kandidaten für Schiedsgericht will auf die Bühne. Die Kandidaten für Schiedsgericht. Ja gut, man hat auch gegeben, weil es seit einem Jahr bisher ein Mann für Schiedsgericht ist. Ich habe so gut, ich bin 38 Jahre verheiratet, das war neusten mein Kind. Und der Rest bitte als Frage. Also ich habe mich schon vorgestellt, ich bin ja kurzes in der Schiedsgerichter gewesen in dieser Amtsperiode. Würde auch wieder antreten, auch im Namen an der Kandidaten, als wer noch möchte kann, durchaus noch kandidieren. Wir haben rundherum eine absolute Wahlzahl auf die Bühne. Mein Name ist Bastian Haas, ebenfalls jetzt seit einem Jahr ein Mann für Schiedsgericht. Schiedsgericht, ich stelle mich auch wieder zur Verfügung. Wenn es Fragen gibt, fragt Sie, sonst lassen wir uns ab. Gibt es keine Fragen an die Kandidaten für Schiedsgericht? Gut, dann gibt es keine Fragen. Wir haben dasselbe Problem wie eben, die letzte Wahl ist noch nicht abgeschlossen. Aber wir haben einen GO-Antrag. Ich stelle den Antrag, dass man die Wahl zum Kandidaten nicht offen macht. Das geht nicht laut Satzung. Das geht nicht laut Satzung und, sorry. Satzung können wir nicht mehr ändern. Also nach Gesetz, die ist eine Satzung, gibt es nicht. Ende. Gut, dann überprüche ich die Zeit. Ja, genau. Wenn Matthias überprüfen zeigt, wird eine Ankündigung zur Wingsbahn. Ja, haben wir, aber wir könnten jetzt gerade die Wahl noch nicht beginnen, wenn die anderen noch neu oder die anderen noch nicht verkündet sind. Ich mache das hier nur stellvertretend, weil hat mich Andreas Witte, hat mich darum gebeten, aus Bayern. Schöne Grüße auch, der leider es nicht geschafft hat, herzukommen. Der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen, der nächste Bundespartei hat jetzt Ende April. Er ist am anderen Ende des Universums, nämlich in Neumünster. Das ist von hier aus Luftlinie 800 Kilometer, würde ich schätzen. Dementsprechend haben wir Asylpiraten hier ein bisschen an Anreiseproblemen. Dieses Problem wurde elegant gelöst. Es ist nämlich geplant, einen Sonderzug zu chartern, der durch ganz Süddeutschland, der beginnt von Nürnberg über München, Augsburg, Ulm, Esslingen oder Göppingen, ich weiß nicht genau, aus Stuttgart, Karlsruhe, Mannheim und dann ab Frankfurt von dort aus nonstop durch bis Hamburg noch mal den letzten Piraten dort ansammeln, sodass wir künftig um 9 Uhr in Neumünster sind und damit rechtzeitig ausgeschlafen zum Bundesparteitag kommen können. Ich würde mich freuen, wenn viele von euch in diesem Zug mitfahren. Das wäre nämlich dann auch ein großartiges Medien-Event. Das wäre eine super Gelegenheit, dort auch ein bisschen Party zu machen. Es wird neben Abteilwagen, in dem man dann auch einfach so zurückziehen und schlafen kann, wird es zwei Partywagen geben und es wird sogenannte Laubenwagen, das sind Wagen mit Sitzgruppen geben. Natürlich auch Catering-Möglichkeit, also alles, was man einfach braucht für diese Fahrt. Die Tickets sind auch für die Hin- und Rückfahrt möglich. Man kann auch nur eine Fahrspreche buchen für 75 Euro einfach, beziehungsweise 125 Euro hin und zurück. Für diejenigen, die das im ersten Moment etwas viel vorkommen, möchte ich darauf hinweisen, dass man dann wenigstens eine, möglicherweise auch zwei Übernachtungen spart. Wenn man dann die Strecke noch zugrunde legt, auch mit der Deutschen Bahn kommt es sich nicht günstiger hin. Tickets sind zur Tuchenkammer das Ganze unter www.wingsbahn.de. Für die Neueren hier im Raum, Wings ist ein Piraten-Insider-Wings, Wings steht für Heidenheim, weil außerhalb Heidenheims, glaube ich, vorher von dieser Stadt noch niemals gehört hatte, als gerade Bundesparteitag hinverlegt wurde. Ja, es ist kompliziert, aber Wings ist jedenfalls ein Piraten-Insider und deshalb ist das die Wingsbahn geworden. Also www.wingsbahn.de, dort könnt ihr Tickets suchen. Ich würde mich freuen, wenn ihr alle mitfahrt. Fragen dazu kann ich gerne selber beantworten oder der Andreas Witte, der auch bei Twitter zur Verfügung steht unter dem gutmerkbaren Mikrofon. 3 8 1 1 1 und den Rest habe ich vergessen. Ja, beim Bundesparteitags, ich habe gerade eine Frage für den Hinweis, man kann dort entweder in der Halle übernachten, ich habe das selber schon gemacht, wir werden da auch Oropax zur Verfügung stellen, dann ist es wirklich sehr komfortabel. Oder es gibt auf der Bundesparteitagsseite eine Hotelliste, dort kann man sich auch noch Hotels aussuchen im näheren Umkreis von Hackerum, Neuburgsdorf. Zählen! Was zählt? Der Rest werden wir dann separat. Wir haben ein Wahlergebnis. Wir haben zwei Wahlergebnisse. Ich werde mich unter versatzungsgemäß in Linie umbestrecken, ich kriege die Zeitergebnisse, dann nachher am Fieber. Wir haben Wahl des politischen Geschäftsführers. Gewonnen hat Martin Lange mit 109 Stimmen, und 73,1 Stimmen. Brawa! Wie bist du die Wahl? Ich akzeptiere jede Antwort. Ich nehme an und ich hoffe, dass wir noch ein paar Hitschreiter in der Presse AG finden. Keine Voraussetzungen, glaubt ihr das, ihr schreibt gerne oder interessiert euch, dass wir hier ein Aufkauf. Jeder, der noch keinen Stimmzettel für die nächste Wahl hat, den Stimmzettel Nummer 7, bitte beim Simon melden. So, ausgegeben wurden 152 Stimmzettel bei der Wahl zum kurdischen Geschäftsführer, 149 gültig, drei ungültige. Martin Lange hat die Wahl angenommen. Wir schreiten zur Verkündung der Wahl des Generalsekretärs. Gewählt? Ausreden können wir denn zu Hause sein. Diese Partei hat kein Redektur. Also, Christian Schwarz wurde mit 129 Stimmen gewählt. 89,78%. Also, keine Voraussetzungen, Heimwerbe. Keine Voraussetzungen, nehmt die Wahl an. War das denn Ja? Ja, nein, Voraussetzungen nimmt die Wahl an. Kündige Stimmzettel war abgegeben der Stimmzettel 149, kündige 144, ungültige 5. Die Treitergebnisse aller anderen Personen unterscheiden in Kürze an Bima. Wir schreiten zur nächsten Wahl. Bitteschön. Schiedsgericht. Wir brauchen Kandidaten, habt ihr schon. Seht ihr alle da? Wenn ihr so freundlich werdet, dass die sich kurz hinstellen und mit den Arme dann sagen. Die Kandidaten stehen schon da oben. Die Kandidaten haben sich ja da vorgestellt und stehen schon an Bima. Mein Vorschlag wäre, kurz um eure Aufmerksamkeit. Schiedsgerichte müssen, die Schiedsrichter und die Ersatzrichter, getrennt werden, getrennten Wahlgänge. Wir würden das jetzt wieder wie vorhin eben machen, mit der Ausgabe und der Verkündung der Ergebnisse gemeinsam. Hat irgendjemand einen Einwand gegen dieses Vorgehen? Wir müssen Schiedsrichter und Ersatzrichter wählen. Das sind zwei getrennte Wahlgänge. Die dürfen wir leider nicht auf einem Wahlzettel wählen. Hat irgendjemand ein Problem damit, dass wir das Vorgehen wieder so wie bei den Genseck und bei den politischen Geschäftsführern machen? Hat jemand damit Einwände? Matze Weiß hat völlig recht, wenn ein Schiedsrichter nicht gewählt wäre, der Ersatzrichter, der wir können jetzt nur so weiter nicht machen. Haben wir eine verpflichtende geheime Wahl, die wir heute noch durchführen müssen? Beisitzer. Wir müssen die Beisitzer wählen. Mein Vorschlag wäre, wir machen das zusammen mit denen. Gibt es jemanden, der für Schiedsgericht und für Beisitzer kandidieren würde? Niemand. Dann ist mein Vorschlag, wir machen Schiedsrichter, Beisitzer zusammen und verkünden beide Ergebnisse zusammen. Gibt es dagegen Einwände? Und jetzt noch meine Frage, gibt es irgendwelche Zweifel an der ordentlichen Durchführung der Wahlen zum politischen Geschäftsführer und zum Genseck? Nicht? Ist das ein Einwander draußen? Ihr seid auch seit der Versammlung. Kommt rein, wenn ihr was wollt. Schiedsrichter haben Sie sich schon vorgestellt. Dann beschreiben wir zur Wahl der Schiedsrichter. Was? Ingo, was meinst du? Was? Wir haben bisher drei Kandidaten für Schiedsgericht, von weiteren ist mir nichts bekannt. Gibt es weitere Kandidaten für Schiedsgericht? Also, Leute, die von draußen vom Fenster winken, auch wenn sie Vorsitzende sind, äh, nein. So, wir gehen zur Wahl der Schiedsrichter. Weiter, der ist nur noch Vorsitzender. Meine Damen und Herren, wir haben drei Kandidaten. Wahl ist wie gehaft. Stimmzettel Nummer 7, der sich bereits vor Ort befindet. Kandidat 1 ist Marco Hauke, Kandidat 2 ist Stefan Burgert, Kandidat 3 ist Bastian Haas. Ihr könnt eine Stimme pro Person abgeben. Nicht kontrollieren, also nicht frei hinschreiben. Es sind doch nicht drei Stimmen für einen Kandidaten. Das ist ein 100%-unfügiger Stimmzettel. Gibt es dazu Fragen? Anmerkungen? Gut. Dann bitte ich jetzt die Wahlhelfer mit den Ohren an ihre Plätze. Wir haben hier vier Ohren, vier Wahlhelfer. Bitte kommen Sie vor der Position. Vorab die Anmerkung. Bitte werdet dem Wahlgang keine Bildaufzeichnungen. Nein. 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 Der Simo braucht noch ein Zeitpunkt, der war acht der Hartstettel. Danke. So. Kandidat 1 Marco Hauke, Kandidat 2 Stefan Burgert, Kandidat 3 Bastian Haas. Fragenmodalitäten wie gehabt. Gibt es irgendwelche Einbände dagegen? Hat jeder einen Stimmzettel, der einen Stimmzettel haben möchte? Dann erkläre ich die Kandidaten, müssen hiermit für geschlossen. Ich bitte die Uhren herumzuzeigen, die geöffneten Uhren herumzeigen. Los, los, los. Geöffenten Uhren herumzeigen. Die Urne mit dem Schließe und die Wahl ist hiermit eröffnet. Die Kandidaten für den Beisitz können sich bitte schon hier vorne einfinden. Bitte alle Kandidaten für den Beisitz, die da der Bestimme abgegeben haben, natürlich bereithalten und hier vorne hinfahren. Danke. 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 Musik Musik Herr Lenz, Sie werden gebeten zu kandidieren Also, Herr Lenz, wir kennen das ja, also, wir kennen uns ja als Beisitzer Nein! Nein! Nur einmal mehr! Weniger schon, Herr Lenz Ich habe offizielles Ziel, wenn ich noch bitte Tasten zu kandidieren Möchtest irgendjemand noch so eine Stimme abgeben? Hat irgendjemand seine Stimme nicht abgegeben? Letzte Chance Stimmeaufgabe 3, 2, 1 Die Wahl ist hier nämlich geschlossen Ich bitte die Wahlhelfer nach hinten mit den Ohren Ich bitte die vier extra Wahlhelfer oder drei oder wie viele davon noch übrig sind und noch am Leben sind zu mir Okay Und wir kommen zur nächsten Kandidatenvorstellung Vorstellung der Kandidaten für den Beisitz Drei Kandidaten sind schon hier vorne Gibt es weitere Kandidaten für den Beisitz? Dann bitte einfach jetzt nach vorne bewegt, danke Eine Bitte, ich gebe euch jetzt auch die Stimmzettel für Acht Achtet dann darauf bei der Wahl mit dem Richtung Stimmzettel abzustimmen Wieso? Wir haben Beisitz und Ersatzrichter Ja Ja Wir brauchen Beisitz oder Ersatzrichter Müssen wir wählen Gibt ein Acht aus, ja Der Sieben ist schon ausgedrückt, mit dem ich noch nicht gewählt werde Ist das? Sieht's noch nicht? 30... Ach, Entschuldige, verzeih mich aber Wahl 7, Stimmzettel 8 Entschuldige, war ich zurück auf den Ideen Die gegen jedenfalls die Stimmzettel Vergesst, was ich gesagt habe sonst Ja Also, äh, ich habe mir vorhin noch etwas völlig schon vorgestellt Ähm, ich kandidiere jetzt wie angefühlig auch als Beisitzer Ähm, danke für die vielen Stimmen von vorhin noch Ich, ähm, hoffe ich kriege sie jetzt noch einmal Kurze bitte nochmal Einfach ruhig sein, den die Kandidaten mir vorstellen Dann geht's auch schneller, danke Ja, mich kennt ihr auch schon Ich bin ja ganz schön her Seit Januar bei den Piraten Und, äh, habe vor, mich massiv zu engagieren Ich habe auch die entsprechende Zeit Weil ich als Berufsleben ausgeschieden bin Ich bin Kandidier der Seil als Beisitzer Hi, mein Name ist Frank Stellner Äh, ich hoffe, alle haben meine Vorstellung auf Mammel gefolgt oder nachgehört Ich kann jetzt gut viel dazu sagen, aber keine Zeit haben Ich bin ein 30 Jahre alt, ich komme aus Südbaden Und ich stelle dem Vorstand gerne meine Manpower zur Verfügung Ja, das ist alles, was ich gerade sagen kann auf die Stelle Bitte Hallo, mein Name ist Matthias Weiß Ich habe den Vorstellung vorgestellt von Henrik Ich möchte jetzt als Einsitzender auch kandidieren Zum einen möchte ich MeinBerry in seiner Tätigkeit unterstützen Zum anderen möchte ich auch die Kommunikation zwischen Landesverband, BZV und KVs und auch den Stammtischenfällen Ich bin weiterhin nahe hier Ich stelle mich zur Verfügung, weil ich einige die Kommunikation haben Ich danke für das Vertrauen Also ich danke für das Vertrauen, was wir einige entgegenbringen Weil Sie gesagt haben, Sie würden mich gerne da oben sehen Ihr seht mich jetzt hier oben Die Projekte, die ich vorgeschlagen habe Ihr habt gesagt, es ist nicht die Arbeit eines Schatzmeisters Okay, ich habe das verstanden Dann probiere ich es, gemeinsam mit dem Vorstand, als Beisitzer Diese Themen, äh, diese Projekte zu erarbeiten Und zu bearbeiten Und Ich, äh, versuche so schnell wie möglich, äh, was zu sagen Ich möchte vorwegnehmen Das, was ich jetzt mache, ist eine Spontankandidatur Ich habe überlegt, ob ich kandidiere Habe ich eigentlich dagegen entschieden Warum, erkläre ich gleich Und, ähm, bin dann gerade heute nochmal gefragt worden Und habe auch das Gefühl, dass das, was ich gerne machen würde Oder was ich als meine Aufgabe sehen würde Sehr hilfreich sein könnte Warum ich nicht kandidieren wollte, ist, dass ich Verhältnismäßig neu bei den Piraten bin Deswegen kenne ich wahrscheinlich auch viel mehr Der Bezirksverband Freiburg Ähm, vielleicht, äh, da auch nachher Fragen hinstellen, ja Mein Name ist Jan Vogt Ich bin 25 Und ich studiere jetzt im ersten Semester, äh, Master Psychologie Und ich bin Pirat, weil mich die Piratpartei wahnsinnig fasziniert In dem Sinne, dass sie das Netz nutzt Um eine ganz andere Art und Weise, äh, der polit-, also der demokratischen Entscheidungsfindung Machen zu wollen Und ich finde das wahnsinnig vielversprechend Ich glaube, da ist noch viel Arbeit vor uns Und, ähm, was dagegen spricht Oder nicht, komm Bin ich, ähm, politisch unerfahren Ich, ähm, war seit 2009, oder seit meinem Beginn meines Studiums hochschulpolitisch aktiv Habe da eigentlich so gewissermaßen die Entscheidung gehabt, äh, zwischen Piratenpartei und, ähm, Hochschulpolitik Hab die Piratenpartei dann immer verfolgt Hab mich erstmal für Hochschulpolitik entschieden Und hab dann im Beginn des Master-System beschlossen In die Piratenpartei einzustehen Ich würde Ich finde, ich finde es schlimm Wenn bei einer Kandidatur des politischen Geschäftsführers, äh, gefragt wird Wie kommt man mit einem Shitstorm zurecht Ich glaube, dass das gerechtfertigt ist Nach allem, was ich bisher mitgekriegt habe Ich sehe das aber als für ein massives Problem Um dieses Ziel zu erreichen Was mich so, äh, fasziniert an den Piraten Und wo ich denke, dass wir eine riesen Chance haben Und deswegen will ich meine Fähigkeiten Die mit Sicherheit im moderativen, mediativen Bereich sind, ähm, und Interventionsbereich Innenvorstand mit einbringen Als Beisitz, ähm, und versuchen, was möglich ist Um diese Problematik aktiv anzuwenden Ähm, ähm, ich werde es auf jeden Fall auch machen Wenn ich nicht gewählt werde Ich verstehe nach Kevin Gate und ETC Dass man neuen Leuten erstmal Misstrauen entgegenbringt Ich wollte trotzdem die Möglichkeit, äh, äh, bieten, mich zu wählen Und, äh, da kann ich etwas mehr tun Dankeschön Gut, ich danke den Kandidaten für die Vorstellung Ähm, wir brauchen noch einmal kurz den Namen Jeweils fürs Protokoll Das heißt, jeder von euch einfach in der Reihe sagt Ich bin Kandidat Immer eins hochzählen Also, einer fängt an mit Kandidat 1 Sagt seinen Namen langsam Damit es mitgeschrieben werden kann Und dann geht das nicht nur weiter Kandidat 1 Marco Reupert Ah, ich bin der Kandidat 2 Frank Schöner Ich bin der Kandidat 3 Frank Stelner Kandidat 4 Matthias Weiß Kandidat 5 Matthias Weiß Nathanael Nathanael Virginia Kandidat 6 Name folgt Nein... Jan Vogt Vielen Dank Gibt es Fragen an die Kandidaten? Jetzt an die Mikros! Wenn ich innerhalb der nächsten 10 Sekunden niemanden auf dem Mikro sehe, also, was bewegt sich niemand in Richtung Mikro? 3, 2, 1, keine Frage? Nein, okay, keine Frage an die Kandidaten, vielen Dank, dann war's das. Moment, ich habe meine Stimmkarte, ich stelle Ihnen die Ohrkrankung auf Änderung der Tagesordnung, die Durchführung der Wahl der Beisitzer, jetzt. Gibt es dagegen Gegenrede? Keine Gegenrede? Gut, dann können wir nämlich jetzt zur Wahl der Beisitzer streichen, theoretisch. Okay, okay, dann machen wir erst die Vorstellung zu den Kandidaten für das Ersatzschiedsrichter, oder? Vorstellung für das Ersatzrichter, das ist eigentlich... Ah, das ist problematisch, das können wir nicht machen. Leute, wir haben die Schiedsrichter, wir müssen mal rein. Ah, Rechensprüche. Also bei Rechnungsprüchen haben wir Doppelkandidaten, die können wir noch nicht vorstellen. Wer hat noch einen Stimmzettel drauf? Stimmzettel Nummer 8, bitte hierher. Jan, wie viele darf man da wählen jetzt? Gut, dann versuche ich die Zeit nochmal ganz kurz. Vorhin habe ich ja gefragt, wer von euch 27 Jahre oder jünger ist. Wer ist denn 27 Jahre oder älter? Nochmal. So, es gibt einige Hände, die oben sind. Die Jugendlichen brauchen auch Fördermitglieder. Wir haben ganz simpel einen politischen Kampf gegen diverse Institutionen, zum Beispiel den Ring der politischen Jugendlichen. Das ist ein intransparenter, nicht eingetragener Verein, der die meisten Fördergelder für Jugendengagement und politische Jugendarbeit von den Ländern und vom Bund kriegt. Und aufgrund, dass das nicht eingetragen ist, kriegen wir keinen Anblick in die Satzung und haben keine Chance, irgendwie rauszufinden, wie wir da reinkommen können und da gilt ja mit Krise. Das heißt, wir müssen uns aus irgendwelchen anderen Geldquellen nehmen. Das sind zum Beispiel Fördermitglieder und daher bitte ich jeden, der findet, dass wir in den Jugendlichen eine gute Sache machen und mit politischer Jugendarbeit wichtig ist, einen entsprechenden Fördermitgliedsablauf zu unterscheiden. Die gibt es vorne hier, liegt aus. Vielen Dank. Bei den Beisitzern, es gibt wie immer Akzeptanzfahnden. Also jeder darf so viele Kreuze machen wie Kandidaten. Also sechs Kreuze. Ich habe nur eins. Bei jedem Kandidaten ein Kreuz machen. Wenn ich sind nochmal hier aus Heidenheim, die beiden oberen, oder? Ihr macht bei jedem Kandidaten, den ihr als Beisitzer gut fändet, ein Kreuz. Das heißt dann, dass das Grobo von 50 Prozent schnell erreicht und wir nur einen Wahlgang machen müssen. Hat noch jemand keinen Stimmzettel? Hier gibt es Stimmzettel. Stimmzettel Nummer 8 ist jemand, der sich nicht versorgt und will wählen. Scheinbar sind alle versorgt mit Stimmzettel, außer mir. Ich würde gerne mal Kandidaten vorschlagen, und zwar Sebastian Staudenmeier. Sebastian Staudenmeier anwesend. Kandidierst du? Ja, danke für die Ehre, der jetzt hier als Kandidier ankreuzen wollte. Wahrscheinlich nur noch sieben. Ja, danke. Da die Kandidatenschlüsse noch nicht geschlossen waren, haben wir einen siebten Kandidaten? Sebastian Staudenmeier. Sebastian Staudenmeier ist siebter Kandidat, ist akzeptiert. Und ich hoffe, ihr habt auf alle drauf geachtet, erst anzukreuzen und die Wahl entsprechend ankündigen. Es sind zwei Beisitzer zu wählen. Ihr habt aber jetzt sieben Kreuze, weil es sieben Kandidaten sind. Gibt es Fragen an den Kandidaten Staudenmeier oder andere Kandidaten? Eine, kurz bitte. Ich verkünde, Leute, ruhe, es gibt ein Wahlergebnis für euch. Ah, das funktioniert nicht so. Leute, Schiedsgericht, wir haben gute Nachrichten. Drei Personen haben es geschafft, über 50% zu kommen. Marco Hauke, 112 Stimmen, 90,32%. Stefan Urberg, 113 Stimmen, der Höchstbezierte, 91,13%. Bastian Haas, 104 Stimmen, 83,87%. Marco Hauke, nimmst du die Wahl an? Ja. Danke. Stefan Urberg, nimmst du die Wahl an? Ja. Juhu, danke. Bastian Haas, nimmst du die Wahl an? Danke. Wir haben hier ein Schiedsgericht und wir können uns gleich zu den Beisitzern freuen. Haben wir vier Wahlhelfer mit vier Wahlurnen? Ah, hier. Bitte vier von den Wahlhelfern von den vier Wahlurnen. So, hier hiebte mir sie die Ohren an, sodass ihr euch die kurz abholt unter meinem Rücken. Zu den Beisitzern. Wer noch Stimmzettel 8 haben möchte, für die Wahl der Beisitzer, bitte hierher kommen. Stimmzettel 8, Beisitzer, hier bei Sieben abholt. Stimmzettel 8, Beisitzer, hier bei Sieben abholt. Stimmzettel 8, Beisitzer, hier bei Sieben abholt. Ihr habt also sieben Stimmen und das ist wieder schon alle 30 angestellt. Während der Wahl gelten die gleichen Grundsätze wie vorher, eine Stimme vom Kandidat, ansonsten auch meine Stimme möglich. Gibt es dazu irgendwelche Fragen? Gibt es irgendwelche Einwände, dass die kurze Frage zu vorher gegeben war, dass die Wahl des Schiedsgerichts irgendwelche Unregelmäßigkeiten hat? Irgendwelche Einwände dagegen? Ich bitte alle Bild- und Videoaufzeichnungen während der Wahlgang einzustellen. Die Wahlunen bitte hochheben. Ich bitte die Wahlunen zu verschließen. Ich erkläre Ihnen übrigens die Kandidatenliste hiermit für geschlossen und die Wahl hiermit für eröffnet. Ich bitte die Wahlunen bitte hochheben. In der Zwischenzeit können Sie Personenschutz-Gedanken machen, ob Sie eine Ersatzrichter kommen. Wir brauchen mindestens zwei Ersatzrichter da. Sie werden auf die Kandidaten-Rechte gemacht, durch Gedanken. Aber wenn Sie auch nicht aus Schüttelsen sind, Sie werden auf die Kandidaten-Rechte gemacht, Sie werden auf die Kandidaten-Rechte gemacht, durch Gedanken. Aber wenn Sie auch nicht aus Schüttelsen sind. Ich bitte die Kandidaten-Rechte gemacht, durch Gedanken. Das ist ja rebelle, weiß ich. Hier gibt es gerade keine Lüge, also können Sie sagen, du musst die Lübdaten verworfen. Ich stehe jetzt auf der Heizemein. Ich stehe jetzt auf der Heizemein, ich stehe jetzt auf der Heizemein, ich stehe jetzt auf der Heizemein. Wer noch nichts in der Schiene abgegeben hat, tut das bitte jetzt. Ich stehe jetzt auf der Heizemein. 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 Leute, Leute, gut, drei, einer bitte noch, vier. Möchte noch irgendjemand seine Stimme abgeben? Hat irgendjemand seine Stimme noch nicht abgegeben? Letzte Schlosser, drei, zwei, eins. Die Wahl ist hier nicht geschlossen. Pass auf uns leider zu mir. Wir schreiten jetzt eine Kürze zur Auszählung, wie immer öffentliche Auszählung, wenn ich beaufsichtigen möchte, bitte nach hinten kommen. Okay, wir brauchen Kandidaten für das Amt der Ersatzrichter. Gibt es Kandidaten? Du kannst es schon mal vorstellen. Die Ohren am Tag von Nati, okay? Nee, passt. Gibt es schon das Ausschalten? Display, ja. Ähm, es gab jetzt den Ohren am Ende und der Kleidensort und das wird zuerst die Rechnungspur vorgehen. Zwischen Pfanne und Kleidensort. Die Ersatzrichter brauchen wir nicht. Gibt es gegen diesen GO-Antrag Gegenrede? Ja, brauchen wir nicht. GO-Antrag nach Änderung der Tagesordnung zuerst die Rechnungspurfer zu wählen und dann die Ersatzrichter, weil wir die Rechnungspurfer auf jeden Fall brauchen und die Ersatzrichter im Zweifelsfall oft zu da sind, wenn ich das richtig verstanden habe. Also die Aussage stimmt anscheinend nicht und es gibt Gegenrede formell. Dann schreit wir zur Abstimmung. Wer ist für diesen Antrag zur Änderung der Tagesordnung, der hängt jetzt bitte die Karte. Und wer ist gegen diesen Antrag zur Tagesordnung, der hängt jetzt die Karte angenommen, oder? Okay, der hat er jetzt angenommen. Wir werden zuerst die Rechnungspurfer. Bitte alle Kandidaten für das Rechnungspurferamt jetzt auf die Bühne. Gibt es zweite Kandidaten für Rechnungspurfer? Bitte alle Kandidaten für die Rechnungspurfer. Also wir haben drei Kandidaten, ihr könnt auch schon anfangen. Ich bin Matthias Gresson und ich würde auch gerne die Rechnungspurfer machen. Ich bin Matthias Gresson und ich würde auch gerne die Rechnungspurfer machen. Ich bin Matthias Gresson und ich würde auch gerne die Rechnungspurfer machen. Ich bin auch bei den Service bei Busta im Amt IT. Gut, ganz kurz eine Frage an mich, aufgrund des Nachnamens. Bist du wirklich verwandt, verschwägert oder was mit Frankstellter? Die Kandidaten können meines Wissens per Akklamation gewählt werden für Rechnungspurfer. Aber, war weiter? Also, ich würde auch gerne die Rechnungspurfer geben. Also wir können zur Wahl der Rechnungspulver schreiten, wir haben drei Kandidaten. Gibt es weitere Kandidaten für das Amt des Rechnungsprüfers? Gibt es Fragen an die Kandidaten? Drei, zwei, eins, wo sind Fragen? Sind irgendwo Fragen? Nein. Okay, noch keine Frage. Es gibt keine Fragen. Gibt es weitere Kandidaten? Drei, zwei, eins. Gibt keine weiteren Kandidaten? Und schließlich die Kandidatenliste. Kommen wir jetzt zur Abstimmung. Wir können uns offen wählen mit der Stimmkarte. Können wir auch einen Block wählen? Okay, müssen. Ja. Wir brauchen mindestens zwei, wir können aber auch drei wählen. So. Machen wir es mit der Reihe vor, bevor wir nachdenken. Wer ist für Sie als Rechnungsprüferin, hebt jetzt bitte die Karte. Wer ist für Sie als Rechnungsprüferin, hebt jetzt bitte die Karte. Wer ist für Sie als Rechnungsprüferin, hebt jetzt bitte die Karte. Das Mikro geht noch? Ich muss ein anderes gelesen sein. Wer ist für Klaus als Rechnungsprüferin, hebt jetzt bitte die Karte. Wer ist für Klaus als Rechnungsprüferin, hebt jetzt bitte die Karte. Wer ist für Klaus als Rechnungsprüferin, hebt jetzt bitte die Karte. Klaus ist auch Rechnungsprüferin. So, jetzt haben wir noch den letzten Kandidaten, Matthias Gräser. Wer ist für Matthias Gräser als Rechnungsprüferin, hebt jetzt bitte die Karte. Wer ist gegen Matthias Gräser als Rechnungsprüferin, hebt jetzt bitte die Karte. Herzlichen Glückwunsch, auch Rechnungsprüferin. Nehmt ihr die Wahl an? Ja. Okay, dreimal wurde die Wahl angenommen. Ich herzliche Bildung. Damit kommen wir zu den Kandidaten für das Schiedsgewicht. Ersatzrichter. Die Kandidaten für das Ersatzrichter, bitte jetzt vor auf die Bühne. Ich kann eben warten. Okay, ich sehe es schon. Gibt es noch weitere Kandidaten jetzt, bitte vor auf die Bühne. Jetzt kommt die Kandidaten. Ich bin jetzt auch hier. Ja, haben Sie zwei. Ja, haben Sie zwei. Ja, haben Sie zwei. Ja, haben Sie zwei. Das ist ein Kandidaten. Ja, hallo. Ich heiße Veminif und bin promogierter Jurist. und ich präsentiere, dass dieses Handelamt ist Ersatzrichters. Gibt es weiter? Ja, es gibt einen weiteren, wie darf ich? Hallo, Alexander Brandt, mein Name. Da noch einer gebraucht wird, und ich vorher mit dem Vorsitzenden Richter gesprochen habe und ich wahrscheinlich nicht so viel zu tun habe, dachte ich mir, warum nicht? Mit Jura und Pfeil darf und so weiter, hat das Pfeil nach dem Studium zu tun, auch außerhalb des Studiums. Boah, ich kann es nicht vorstellen. Eine Entscheidung. Dann stelle ich vor. Hallo, mein Name ist David Erthüller, ich komme aus dem Stamm des Vorzeits, und ich bin jetzt zum Solinkplatz des Rechtswissens, den Weiß und Vorzeits. Gibt es weitere Kandidaten für das Amt des Ersatzschiedsrichters? Wir müssten mindestens zwei wählen anscheinend und können aber auch mehr wählen. Trotzdem weitere Kandidaten sind auf jeden Fall erlaubt. Zwei wählen, oder? Genau, zwei. Okay, sorry, ich korrigiere mich, ich glaube, wir wählen zwei. Das heißt, wir haben sogar eine Auswahl. Okay. Einen der Wahlleiter zumindest bräuchte ich jetzt gleich hier. Gut, dann machen wir jetzt Pause. Wir haben noch fünf Minuten. Nur zu ihm, ihr kriegt jetzt Stimmzettel 9. Den darf man erst ausfüllen, wenn ich es ankündige. Hat jemand ein Problem, wenn wir die Versammlung über 20 Uhr hinaus verlängern? Das ist das offiziell angekündigte Ende der Versammlung. Wir werden aber in ein Zeitproblem kommen. Daher eine Frage, hat jemand ein Problem damit, wenn wir die Versammlung über 20 Uhr hinaus verlängern? Dann bitte jetzt melden. Ja, da waren wir. Das ist der Vermieter. Es meldet sich keiner, niemand hat Bedenken dazu. Da haben wir auch kein Problem, die Versammlung zu verlängern. Wir können die Zeit überpumpen, indem wir Fragen stellen an die Kandidaten für Ersatzspflichter. Wir müssen die Zeit überpumpen, das heißt, wenn ihr Fragen habt, fragt. Und... Okay, es gibt scheinbar keine Fragen an die Interwerken des Amtes Ersatzspflichters. Gut. Vielen Dank. 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 Ist das relevant. Vielen Dank. Ihr könnt die Stream- und Bildaufzeichnungen wieder fortsetzen. Ich bitte die Wahlheilverletzten nach hinten. Ohne Bitte erst öffnen, wenn einer der Wahlleiter vorhanden ist. Äh, Wort ist, vorhanden sind wir sowieso. Ich übergebe wieder einen Sekund. Entschuldige, eine Frage noch. Gibt es irgendwelche Beanstattungen der bisher verkündeten Wahlergebnisse? Hat irgendjemand Zweifel an der rechtmäßigen Durchführung der Wahl der Wahlsitzung? Danke. Ja, aus dem Weg, aus der Bank. Ja, gar nicht. Ähm, ihr habt auf der Tagesordnung unter Punkt 20 Wahl der Mitglieder für den Finanzrat der Bundespartei. Zwei Personen. Dazu gibt es Folgendes zu sagen. Diese beiden Personen, die Baden-Württemberg im Finanzrat vertreten sollen, kann auch der Landesvorstand per Beschluss festlegen. Das heißt, ihr müsst die hier nicht wählen. Wir haben das in Bayern so gemacht, weil es einfach einfacher ist. Ähm. Weil es Bayern ist. Komm klar. Halt die Klappe. Ähm. Die Frage ist, wollt ihr sie wählen oder nicht? Ja. Ich würde Folgendes vorschlagen. Wir stimmen jetzt ziemlich schmerzfrei darüber ab, ob der Landesparteitag die beiden Mitglieder für den Finanzrat wählen soll oder nicht. Ähm. Könnt ihr ein bisschen bleißer sein? Ich krieg's ans Kopf hin. Und ihr auch. So. Wer ist dafür, dass der Landesparteitag die beiden Mitglieder für den Finanzrat wählt? Wer ist dagegen? Okay, die deutliche Mehrheit ist dagegen, dass der Landesparteitag... Und damit danke. Ähm. Das bedeutet, dass euer neuer Landesvorstand zwei Leute per Beschluss bestimmen muss, die Baden-Württemberg da drauf sind. Ähm. Sag's deinen neuen Chef. Danke. 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 Mein Plan ist folgender. Ich würde gerne diesen Parteitag jetzt noch so lange fortsetzen, dass wir ein Wahlergebnis für die Ersatzrichter haben. Und wenn wir das Wahlergebnis haben, glaube ich, werde ich den Landesparteitag fragen, ob wir beenden wollen und dann können wir darüber diskutieren, was dann mit dem Rest passiert. Wie weit nach hinten haben wir die Diskussion über das Budget verschoben? Hallo. Wie weit nach hinten haben wir das Budget verschoben, die Diskussion über das Budget? Wir hatten das meines Erachtens vorhin auch eigentlich nach der Vorstandswahl oder so verlegt. Wir haben es jetzt eigenmächtig nach weiter hinten geschoben, also wir können es aber warten. Wir haben also jetzt die Möglichkeit, wir können entweder über das Budget für die Landesgeschäftsstelle oder über die Testinstanz von Liquid Feedback diskutieren, um die Zeit zu füllen, bis wir ein Wahlergebnis haben. Welche der beiden Diskussionen möchtet ihr gerne führen? Keine. Ja. Ja, ist eine gute Frage. Okay, wer wäre für eine Diskussion zum Thema Landesgeschäftsstelle? Wer wäre für eine Diskussion zum Thema Testinstanz Liquid Feedback? Gut, damit diskutieren wir über die Landesgeschäftsstelle. Gibt es zum Thema Landesgeschäftsstelle, Budget und Ausgestaltung und sonstiges Redebeiträge? Keine. Sehr gut. Tobas. Tobas, jetzt nicht. Möchte irgendjemand was sagen? Also gut, Tobas. Nur ganz kurz, damit man ein Gefühl kriegt, über welche Summe man eigentlich reden müsste. Eine bezahlende Kraft, die Halbtagsarbeit mit etwa 10 Stunden, also 10 Euro pro Stunde, macht im Prinzip einen Monatsgehalt von etwa um die 850 Euro. Das heißt, es fallen für den Arbeitgeber, was der Landesverband in dem Falle ja wäre, Kosten an Höhe von, ja, 1200 Euro. Das heißt, man liegt dann irgendwo im Jahr dann bei 15.000 Euro an Personalkosten. Da ist dann natürlich alles im Prinzip abgeräumt. Und dann kommen im Prinzip noch die Kosten für die Warnlichkeiten hinzu. Wenn man das mit allen zusammen eininterpretiert, wird man vielleicht nur bei 7.500 bis etwa 10.000 Euro liegen. Das heißt, man redet über Kosten von stark 20.000 bis 25.000 Euro. Das ist nun mal so als Hintergrundinformation. Gut, gibt es weitere Redebeiträge zu diesem Thema? Ja, bitte. Eher eine Frage, warum muss Landesgeschäftsstelle mit Personalkraft, sind das die zwei verschiedene Themen? Nur so als Frage. Okay, gibt es jemanden, der diese Frage beantworten möchte? Ansonsten gibt es weitere Redebeiträge? Na ja, man kann sich für viel Geld an Landesgeschäftsstelle anschaffen. Wenn da nie jemand drin sitzt, dann ist das eine ziemlich sinnfreie Investition. Wenn ich schon Geld in die Hand nehme, dann nehme ich die richtige Menge Geld in die Hand, dass ich was sinnvolles, was ich brauche, was ich brauche. Geld sparen bringt an der Stelle nicht wirklich etwas. Warum eine bezahlte Kraft? Ganz einfach. Wir haben heute gelernt, oder heute eigentlich mitgekriegt, dass im Prinzip die Verwandlungsarbeit, die Forscher relativ überlastet, und da enorm belastet. Die Idee einer bezahlten Kraft wäre halt wirklich, dass im Prinzip ein Teil der Buchführung über die bezahlte Kraft abgewickelt wird, und dann auch im Prinzip den Mitgliedern zur Verfügung steht, wenn man ein Problem ist mit dem Mitglied. So nach dem Motto, warum ist mein Mitgliedseantrag nicht angekommen, dann habe ich tatsächlich einen Ansprechpartner, der da ist. Das ist im Prinzip die Idee, die da hinten dran steht, in der bezahlten Kraft. Und ich meine, das ist immer nur zu sagen, die Vorstellungen müssen uns einfach übernehmen, ist für mich ein dünnes Argument. Weil es ist ehrenamtlich, und irgendwo muss man mal sagen, Vorstellende sollen politische Arbeit machen, und nicht unbedingt Verwandlungsarbeit. Rassige Frage, die sich mir stellt, ist, ob das nicht die gesamten Geldmittel des LVs auf lange Sicht und ohne Rückstellungen aufressen wird. Wenn man sieht, dass die Bundesgeschäftsstelle eine ähnliche Stelle mit Geschäftsführerin hat, wo ungefähr 20.000 Euro nach letzter Verwendung allein die Kraft kostet, wo die Euro, die mitgerechnet sind, in der LV auch nicht so gut gepolstert ist, wie der Bundesvorstand, mag ich nicht, ob sich das für den privaten Baden-Württemberg leisten können. Also so richtig gut gepolstert ist der Bundesverband auch nicht, ganz im Gegenteil. Wenn man eine Landesgeschäftsstelle einrichtet, dann sollte man auch die Budgets beschließen, um die Geschäftsstelle auszuschalten. Das sind so Dinge wie ein Trupper, wie ein anständiger Internetanschluss, wie auch nichts. Ich persönlich bin der Ansicht, dass eine Landesgeschäftsstelle den Landesverband durchaus weiterbringen könnte. Ich habe das in Bayern gesehen, dass eine Geschäftsstelle dann auch mal als Treffpunkt für irgendwas sehr gut funktioniert. Wir haben das auch in Berlin gesehen. Das ist eigentlich eine ganz wertvolle Investition, aber wenn, dann bitte richtig, der bitte auch mit den Budgets für die Einrichtung, für die Technik, für das Material, sind wir wirklich benötigt. Wenn man mal zwischen den Versammlungsleitungen in eine Richtung guckt, ich möchte das dann zum einen anschließen. Wenn ein Landesgeschäftsstelle einrichtet wird, macht es keinen Sinn, dann leeren Raum hinzustellen. Es hat aber die Erfahrung gezeigt, dass da auch relativ viel mit Sachspenden oder Ähnliches funktioniert. Ich weiß nicht, was in Bayern war, aber beispielsweise in Schleswig-Holstein hat das ganz gut geklappt. Das Thema Personal besetzen, also die allermeisten Geschäftsstelle, die es derzeit gibt, und es gibt in ungefähr zehn Bundesländern oder mehr, auch gibt es welche, sind sie kein Personal dauerhaft drin, insbesondere kein bezahltes Personal. Das heißt, es sind tatsächlich zwei Paar Stiefel und ich würde dann entsprechend auch die Raumthematik und das Thema Entlastung für einen Staatsmeister, durch eine bezahlte Kraft, trennen. Gut, dann gucke ich wieder in die andere Richtung. Ich kann mich dem nur anschließen, es soll hier gebraucht sein, dass wir es trennen sollten auf die Diskussion. Ich kann nur bestätigen, dass es wohl jetzt noch...